Morgen kleiner als drei. Aber hier sowas hilft zum Beispiel. Das hilft mich wachzuhalten. Daniel, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen und Dankeschön für den 24. Monat. Jetzt haben wir zwei Jahre. Die hole ich mir bei dir auch nächsten Monat. Und ich bedanke mich. In aller Form. Dankeschön, dass du auch mit einschaltest. Hallöchen auch Nala. Danke für den achten Monat, liebe Nala. Und Cookie Hunter, bei dir bedanke ich mich eben. So. Schönen guten Morgen auf jeden Fall. Ich bin unfassbar müde. Die Woche, die letzte Woche steckt mir sehr in den Knochen. Die langen Streams, aber am meisten die Arbeit im Kino. Das war nämlich echt anstrengend. Oder einfach nur sehr lange. Dadurch bin ich nicht so richtig in den Schlaf gekommen. Hab auch jetzt die Nacht leider Gottes nicht so viel geschlafen, obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Aber Ich hab wieder zu lange Elden Ring gespielt. Ich wünsche ebenfalls allen einen guten Morgen kleiner als drei. Aber gut. Spargel-Jane, ich danke dir für den vierten Monat. Dankeschön. Ihr lasst ja den Hype-Train schon wieder in Fahrt kommen hier, Leute. So, ich hab hier ein bisschen Frühstück. Habe wieder, ich glaub, das mach ich jetzt auch zur Tradition, die Montags-Erdbeerschnitte, die ich nachher wegatmen werde. Hab mir wieder Tee gemacht. Hab gegen meine Müdigkeit natürlich mir ein Rapsberry Raptor Holy gemacht und noch ein paar Brötchen geschmiert. Bisschen beschwerlicher Start. Bin noch gar nicht richtig da. Hab auch also um acht hat mein Wecker geklingelt. lag so im Bett und dachte echt so Dankeschön für dein Zammelis. Muss das heute sein? Pupskuß für dich. Kann ich mich einfach nochmal bis 13, 14 Uhr umdrehen? An der Rieben wird gerieben oder so L.O.L. Geht nicht. Ich wollte euch doch alle sehen. Dankeschön, Cake at Work für den siebten Monat schon. Und an alle einen wunderschönen gut Morgen. Ich hab noch gar nicht genug Konzentration, um wirklich den Chat zu lesen. So müde muss ich auch erst mal sein, ey. So, Nala schreibt euch. Guten Morgen, liebe Pies. Sie wünscht euch einen schönen Stream. Sie macht sich jetzt fertig für die Arbeit und dann muss sie leider verschwinden. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag, liebe Nala. Lovestream. Ich hab kurz überlegt, gell. Ich hab kurz überlegt, wo ich einfach mit dem Handy live gehe und sage, hier, Scotty schläft noch. Also im Titel einfach schreiben, Scotty schläft noch. Einfach das Handy so positionieren, dass ihr mich beim Schlafen seht. Aber, naja. Ich hab ja hier noch was zu tun. Also mir tut halt auch echt noch alles weh. Ich hab sehr lange auf dem Stuhl gesessen. Bin hier oben übelst verspannt. Mir tun die Beine weh. Ähm, von der Arbeit im Kino. Und ja. Mal wieder kein Wochenende gehabt, wa? So, ein bisschen was haben wir vor. Äh, die neue Twitch Clips Germany-Folge hab ich, äh, noch nicht gesehen. Zumindest noch nicht am Stück. Natürlich hab ich durch die anderen Reaktor aus dem Twitch Clips Germany-Team jetzt schon ein bisschen was mitbekommen, welche Clips da so drin sind. Äh, und da waren schon ein paar Perlen auch mit dabei. Ja, unter anderem auch die wir letzte Woche auch, ähm, hier bewertet haben. Und auch das wird dann den Rest des Tages, des Streams, würde ich mal sagen. Ja, wird das dann auch noch ein bisschen gemacht. Wie lange der Stream heute geht, kann ich nicht ganz genau sagen. Nach jetziger Abschätzung würde ich halt so sagen, 13, 14 Uhr. Aber vielleicht, ähm, komm ich ja noch mehr in Schwung, äh, dass ich ein bisschen wacher werde. Äh, steh ich aber auch davon aus. Mit euch hab ich das. Äh, äh, ein bisschen Dehnen mit Pamela hilft bestimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pamela! Ungefähr so. Genau. Aber, äh, ich, ich müsste eigentlich auch erstmal wieder ein bisschen anfangen, irgendwie aufzustehen frühs und joggen zu gehen. Dass ich mal wieder auch körperlich ein bisschen in Form komme. Äh, zur Zeit sitze ich eigentlich echt nur am PC oder, oder laufe halt im Kino rum. Ähm, ja, jetzt schlafen wäre echt schön, Cookie Hunter, bin ich ganz und gar bei dir. Du hast auch irgendwie nur zwei Stunden bekommen. Lagst du in Elden Ring oder, oder woran lagst du bei dir? Diese Motivation. Äh, gebt mir ein bisschen Zeit. Gebt mir ein bisschen Zeit. Wir werden ja gemeinsam wach jetzt gerade, ne? Das ist ja so ein richtiges, äh, gemeinsam, gemeinsam wach werden hier gerade. Auch, äh, auch mal schön. Äh, Tits sind geiler als Tits. Joa, das stimmt. Moin Pinky und Dankeschön für 100 Bits. Okay. Ähm. Ja, habt ihr heute schon noch was Cooles erlebt? An diesem, an diesem doch noch recht jungen Montag? Oder vielleicht auch am Wochenende irgendwas Krasses erlebt? Hab eben noch ein bisschen bei Hallo Alexa reingeschaltet. Die war jetzt am Wochenende bei Batman. Da wollte ich eigentlich am Donnerstag hingehen. Nach dem Stream, aber... Ich hab's nicht geschafft. Ich hab dann noch ein Video zu Elden Ring gesehen. Und hab dann nochmal Elden Ring gestartet um 18 Uhr. Um 17 Uhr war ungefähr das Stream zu Ende. Hab Elden Ring um 18 Uhr nochmal gestartet. Wollte dann eigentlich um 20 Uhr ins Kino. Weil ich hab Elden Ring dann um 3 Uhr morgens wieder ausgemacht. Und bin dann ins Bett gegangen. Musste dann am nächsten Tag um 9 Uhr anfangen. Und so wär's mal dazu. Ähm. Deswegen geh ich heute dann ins Kino zu Batman. Und da war Alexa gestern. Ja. Und da hatten sie kein salziges Popcorn. Skandalös. Und sie fand Batman scheiße. Gebt mir positive Nachrichten? Ja. Gebt mir positive Nachrichten. Der Coaster Bean hat Anno Schlaf geraubt. Da kann man sich auch ganz gut verlieren in dem Spiel. Okay. Cookie Hunter hat das 15 Uhr geschlafen. Und dann warst du leider nicht mehr müde genug. Für die Nacht. Schade. Gute Besserung, liebe Pinky. Ähm. Hab die Nacht von Samstag auf Sonntag durchgezockt. Sagt Silvaceres. Und 60 Stunden Valheim. Zeit verloren durch einen Tod. Äh. Ganz, ganz, äh. Ungünstig. Äh. Muss. Ich für das gemeinsame Wachwerden aus dem Bett aufstehen? Oder kann ich einfach liegen bleiben? Schreibt Big Benny. Man kann es natürlich liegen bleiben, ne? Da machst du es auf diese Art. Äh. Äh. Ich wollte auch so gerne im Bett liegen bleiben. Ich bin auch immer noch nicht. Äh. Ich bin immer noch Corona-positiv. Ach so. Ich immer noch nicht. Ich bin es immer noch nicht. Ich kann erraten. Gute Besserung in deine Richtung. Meine Freundin ja leider auch immer noch. Bei der ist es jetzt auch irgendwie nochmal schlimmer geworden. Die hat da, obwohl sie doppelt geimpft ist, ähm. Im Moment nicht so einen guten Verlauf. Die, der geht's echt nicht gut. Außerdem haben wir uns jetzt auch schon über eine Woche nicht gesehen. Und es wird wahrscheinlich noch eine Woche sein, damit ich mich halt nicht anstecke. Und dann, äh, die Scheiße im Kino verteile. Finde ich sehr, sehr blöd. Silver, Cyrus musste komplett neu mit Valheim anfangen. Da kannst du jetzt auch eigentlich aufhören mit Valheim und L-Ring zocken. Oh, na, negativ. Grippe positiv. Okay. Dinky. Okay, Kanalrate. Äh. Dich hat's auch ganz schön rausgehauen, gell? Über eine Woche jetzt? Also wirst du dich diese Woche noch ein bisschen schonen? Ja. Gute Besserung an die liebe Anni. Äh, ähm. Du zögerst, ähm, ich weiß, wo hart sein soll. Elden Ring. Ey, ich, ich hab bisher, ähm, Dark Souls und so weiter alles immer verflucht, weil ich das für keine guten Spiele gehalten habe, weil sie halt so schwer sind. Und wenn ich mir da Videos angucke, wie da Leute die ganze Zeit am Abnippeln sind, weiß ich nicht. Drei Stunden oder fünf Stunden an einem Boss? Da hab ich mich überhaupt nicht gesehen. Aber als ich mit Elden Ring angefangen habe, hab ich gemerkt, dass das Spiel, äh, mich übelst krass in den Bann gezogen hat. Also so richtig übelst krass. Äh, ich liebe es. Liebe es. Ich werde es, glaub ich, auch, ähm, ich, also im Moment kann ich mir nicht vorstellen, irgendein anderes Spiel zu spielen, weil Elden Ring viel zu gut ist. Ähm, kennt ihr das, wenn, wenn euch das in eurem Kopf dann einfach nicht mehr loslässt? So ist das gerade. Stell Tee für alle hin. Lieben Dank. Nehm dir mal. Sieht zwar sehr nice aus, Elden Ring, ja, aber derzeit macht's mehr Spaß, den Leuten beim Elden Ring zocken zuzuschauen. Das kannst du sehr gerne auch morgen auf diesem Kanal tun, ab spätestens 16 Uhr. Kann mir aber vorstellen, dass es schon 15 Uhr losgeht. Morgen kann ich ja ausschlafen. Hallöchen. Ähm, Jana Tara. Wunderschönen guten Morgen, Jan Tara. Äh, so, Tee? Trinkt niemand in dieser Welt Kaffee? Tee oder Holy, ne? Diese zwei Sachen gibt's nur. Okay, ähm, sind wir vollzählig. Wollen wir uns mal die Twitch Clips Germany-Folge angucken und dann noch ein paar Clips bewerten? Ich hätt' ja Lust. Und dabei, äh, kann man auch so herrlich wach werden. Zurzeit, äh, bei Elden Ring zwei Chars am Leveln. Beide bei 10 Stunden. Ein Mage und eine Kriegerin. Darüber, also da will ich dich jetzt direkt mal fragen. Darüber hab ich nachgedacht. Kann man tatsächlich zwei Speicherstände haben? Weil ich, ich hätte echt wirklich Angst. Ich hätte wirklich Angst, wenn ich sage, hier ein neues Spiel. Beispiel, dass mein kompletter Fortschritt von meinem bisherigen, äh, Char, den hab ich jetzt irgendwie auf Stufe 50 oder 51, äh, dass die, dass die dann verloren gehen. Da hab ich echt ein bisschen Angst, aber geht das, ja? Ich will mal durchzählen. Hahaha. Seid ihr vollzählig, Leute? Loppy ist gleich zweimal da. Oh. Oh. Oh Gott. Danke euch für den, äh, Hypetrain. Und viel Spaß mit den Hypetrain-Emotes. Danke für den Support. Ähm. Oh ja. Bin in jeder freien Minute in Elden Ring unterwegs. Dito. Manchmal gefrustet, wie bei Zolls üblich, aber meistens einfach nur begeistert. Ja. Ich hab noch keinen einzigen, äh, Frust, ähm, ähm, Moment gehabt bei Elden Ring. Noch keinen einzigen. Und, ähm, liebe es. Bin einfach auch nur begeistert. Coaster Bean ist Nummer 100. Aha. Aha. Das funktioniert ja wieder super gut mit dem Durchzählen bei euch, wa? Hahaha. Okay. Okay, 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 okay. Ich hab's derzeit aufgegeben, denn da meine andere Hälfte, mich zu sehr nervt dabei. Hahaha. Ach, Pinkylein. Ähm, das ist schade, aber es ist halt auch nicht dann für jeder, für jeder Mann oder jeder Frau was. Hauptsache, du hast es probiert, ne, und das ist, das ist das Schöne. 10 und 11 fehlen, also Pause, bis die da sind. Okay. Ja, gut. Ich würde sagen, Twitch Clips Germany ist an der Tagesordnung. Und damit werden wir jetzt mal beginnen. Och, du Scheiße, ist das hell. Ist das hell. Lass mich da mal ganz kurz, äh, dran, äh, schrauben hier. So. Das reicht ja mal vollkommen. Oh, lol, ey. Hahaha. Ich will da, ich, ich will da ja kein, äh, kein Schlager-Video drehen. Genau. Da haben wir auf jeden Fall schon einen Bane-Mask. Und das ist ja schon mal ziemlich cool, ne? Das ist ja schon mal ziemlich cool. Äh. Chris Ceratops heißt er. Das ist Ceratops. Das ist dann wohl das Twitch Clips Germany Intro. Gut. Wir haben eine 25-Minuten-Folge vor uns. Ähm. Ich würde sagen, auf los geht's los. Die Folge heißt Just Banane. Äh. Ist wahrscheinlich irgendwie ein Hinweis auf die letzte Folge. Weil da gab's ja auch viele Bananen-Sachen. Ich erinnere an Jess von Sperling. Ich erinnere an Lillimon. Wer von beiden ist jetzt komischer? Man weiß es nicht. Äh. Ist die Folge 141 auf der Twitch Clips Germany, äh, 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 Agenda. Und jetzt geht's los. Was bringt sie uns mit, diese Folge? Es spielt keine Rolle, wer wir sind. Was zählt, ist, dass ihr Twitch Clips Germany abonniert. Und was jetzt passiert? Eine Stream-Compilation. Sehr geiles Intro. So. Jetzt geht's los hier. Wup, wup. Hatten wir zum Erwerbteil. Sehr guter Clip. Nein. Okay, ich klicke aufs Bild. Bitte wenden. Route wird neu berechnet. Ich wurde, äh, reingelegt. Was? Was? Er hat... Das ist kaff... Er hat Netto-Markendiscount gegoogelt. Guckt bei Bildern und findet sich. ...in dem ich aufgewachsen bin. Und wenn man da draufklickt bei Maps. Dann sieht man dieses Bild. Noll. Was? Ja, hole in one. Nein, ich bin mit Lop for time. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, ich liebe diesen Moment. Wunderschön. Ich muss es nochmal sehen. Ja, hole in one. Für awkward Handshake-Moments bin ich genau der richtige Ansprechpartner. Und das genießen wir jetzt nochmal so richtig. Oh, nein, ich bin mit Lop for time. Oh, nein, ich bin mit Lop for time. 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 Geil. Geil, 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 geil. Mag ich sehr. Ich schütze dich. Jeder, der so nah kommt, wird abgeballert. Danke dir. Wie der Wichser. Tja, da wurde der Joker fertig gemacht. Bei der TK habe ich auch irgendwann, als ich dann ganz kurz in der privaten war, habe ich bei der TK ja mal gekündigt. Gizmo, der ist schon wieder auf Stufe 3 unterwegs, der Kerl. Seit 11 Monaten. Alter. Gizmo, ey. Das ist unfassbar dein Support. Ich danke dir sehr und wünsche dir auch einen wunderbaren Start in die Woche. Ebenfalls einen guten Morgen. Hier will ich aber noch mal ein bisschen zurückspulen. Da habe ich jetzt bei dem Hauke nicht ganz mitbekommen, wie da der Anfang war. Wie der Wichser. Habe ich schon mal erzählt. Bei der TK habe ich auch irgendwann, als ich dann ganz kurz in der privaten war, habe ich bei der TK ja mal gekündigt. Und dann meinten die so, ja, da können sie uns einfach ein formloses Schreiben schicken. Da meinte ich so, wie formlos? Kann ich schreiben, was ich will oder was? Ja, und dann habe ich so handgeschrieben, so einen Zettel abgegeben an meine fetten Homies bei der TK. Ich bin erst mal draußen. See ya. Und habe dann irgendwie unten PS. Damit möchte ich meine Versicherung kündigen. Und das hat geklappt. Das hat einfach so funktioniert. Da hat auch niemand ein Wort drüber verloren. Alter, geil. Okay. Das ist ja, das ist ja interessant. Da kommen ja natürlich Ideen, gell. Wenn du mal irgendwie was kündigst und dann musst du vorher fragen. Reicht ein formloses Schreiben. Und dann halt auch irgendwie so, yeah, ich bin da mal, muss los. Da hinten ist eine Schaukel frei geworden. Übrigens PS, hiermit kündige ich bla bla bla. Lädt schon ein für lustige Ideen. Hallo Justin, guten Morgen. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Okay, jetzt du, jetzt du. Da aus. Das ist ein Charaktergeist, der spricht nur mit netten und sehr hübschen Menschen. Wo bist du? Sehr gut. Nimm ihn auf den Schoß. Der mag das bei mir nicht. Achter Vince. Der fühlt sich da. Hatten wir auch zur Bewertung. Hervorragender Clip von Ehrensache. Vince ruht sich nur kurz aus. Ihr Lieben, ihr kriegt jetzt mal kurz einen Stuhl-Stream. Ich muss nämlich unbedingt aufs Klo. Oh. Oh. Ein Stuhl-Stream. Sie muss aufs Klo. Habe ich das so gesagt? In einem Satz. Zucker. Ihr bekommt einen Stuhl-Stream. Ich geh auf. Sehr gut. Kann man mal so machen, ne? Die Hose ist so unangenehm. Was hat denn die Hose damit zu tun? Die hatten nur zwei Stufen. Entweder sie uns runter oder stellen mit dem Bauch ein. Erstmal Guillotine. Aha, aha. Items for Sacred. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. Heißt jetzt auf Twitch sehr feiner Katze. Ist ein und dieselbe Person. Dass das da nicht zu Verwechslungen kommt. Wird wahrscheinlich dann beim nächsten Mal auch oben sehr feine Katze stehen. Anstatt Items for Sacred. Ah, da Klippi. Hallo. Hallo Klippi. Schön dich zu sehen. Wir machen mal wieder an. Ah! Ah! No! What? Ach, der Internet-Café-Simulator. Geil. Oh! Und? Da war was. Ah! Warum bin ich so? Oh mein Gott. Denn ihr seht, ich habe mir einen Löffel mitgebracht. Ihr nehmt den Löffel. Ach, warte mal. Ich dachte, das war letzte Woche. Ne, war es nicht. Ich habe die Folge nur letzten Mittwoch bei den Freuds noch fast komplett geguckt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das bringt mich manchmal völlig durcheinander, dass ich das erst montags schaue. Hm. Stimmt. Das, äh, ja. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Mit dem Stiel. Und öffnet die Banane längs. Das hab ich. Dann könnt ihr die Schale aufklappen. Das ist das erste Mal, dass ich das so sehe. Und die Banane einfach löffeln. Ich verstehe es einfach nicht. Aber, gut, kann man vielleicht einmal in seinem Leben kann man das so machen. Aber... Was sagt ihr dazu? Warum frage ich mich? Muss man doch extra den Löffel abspülen danach. Ja, ja, ja. Umständlicher geht es ja wohl nicht. Ja. Moin, moin, mein König. Ähm. Ja, und stell dir jetzt mal vor, du hast so eine Banane, die noch so ein bisschen grünlich ist. Ne, wir werden später im Video noch eine ganz andere Banane kennenlernen. Ähm. Und wenn die noch so ein bisschen grünlich ist und fest ist, dann kannst du die auch nicht löffeln. Ich hab früher Bananen gerne gegessen, als wenn die noch so grünlich waren. Aber mittlerweile esse ich sie eigentlich auch so in einem ganz normalen Reifestatus. Also hier so, ne, wenn sie gelb ist, wenn sie vernünftig ist. Ähm. Aber wie gesagt, nachher kommt da noch ein, noch ein Kulturschock vielleicht auf den einen oder anderen zu. Hallöchen Pyjama, Micky. Wo gehst du dich? Äh. Besteckverschwendung. Einfach keine Banane essen vielleicht, ja. Ich hab mal den Fehler, äh, lange Zeit begangen, dass wenn ich mir frühes mal so Smoothies selbst gemacht habe, dass ich da eine ganze Banane reingeknallt habe. Da rate ich dringend davon ab, wenn überhaupt mal eine halbe oder eine Viertel Banane maximal. Weil wenn du da eine ganze Banane auf, auf, äh, ein paar Erdbeeren und, äh, hier so, ich hab da immer so Kirschkefir noch genommen, so, ne. Und Kirschkefir plus Banane, da hast du dann einfach nur eine feste Masse, die dir da so... Kannst du nicht machen. Ist dann kein, ist dann kein, ist dann kein toller Smoothie, der, der schön rein, äh, reinflutscht. Ne, das ist dann einfach nur, das kannst du dann auch löffeln, das macht dann kein... Also Bananen verdicken das extrem, äh, und Lilliman isst so ihre Banane extrem. Extrem Banane essen ist das. Und hier oben steht auch rechts, just Banane. Äh, oh, 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 sehr, sehr guter Punkt hier dazu noch, ähm, Dodel of Espice hat hier gerade geschrieben, es soll wohl so sein, dass, wenn eine Frau eine Banane isst, on-stream es sexualisiert werden könnte. Richtig guter Punkt. Hab ich, äh, hab ich völlig außen vor gelassen, find ich super den Punkt. Sehr, sehr gut. Oh, hier, äh, Matti und ihre Stimmenauswahl, da hat sie uns was ganz Feines mitgebracht. So, bitte auch immer ein bisschen, ähm, das war ein Seenhund, hab die das... Eindeutig ein Seehund. Oh, ich dachte, das soll nicht so sein. Let's have fun with some mommels. Ach, Marvels wahrscheinlich, ne? Ach, Marvels wahrscheinlich, ne? Das macht Sinn. Hab ich. Hä, 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 Hä. Hä, 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 Hä. Kaiserweg. Nein. Die Gärten um den Kaiserpalast. Dort muss am Mittag etwas zu sehen sein. Wie aufregend. Okay. Wie aufregend und sie gähnt. Digimon, 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 Digimon. Ein Klassiker, was? Doch, wie sieht es mit dem Kling? One Piece. War schon Digimon, ne? Eindeutig. Ooooooooooooh Digimon! Mein Mikrofon unterbricht hin und wieder Also ein müh weniger vielleicht Check, check Also ich hoffe halt, dass es Neues geht, ich hab gar kein Neues geht drin Deswegen Ich hab's exakt so Wie ich's immer habe Merkwürdig Ich kann auch so Weiter streamen Ich bin heute Zu müde für sowas Schafrolle Oh, ich schlups Oh, bin ich gut Oh mein Gott Was Oh, fuck Geil Das war schon sehr, sehr gut Schön, wie er sich auch freut Das ist ein sehr schwerer Gegner Hallo, Aventus Kikariki Und so Ich weiß nicht, was machen Vögel Pipi Hab ich gerade wirklich gefragt Wie Vögel machen? Hoi, hallo Wenn ihr mich einmal filmt, dann fick ich euch weg Walladicker Alles klar Wenn ihr mich einmal filmt, dann fick ich euch weg Walladicker Walladicker danach, dahinter zu sagen Oh, ich könnte mich schon wieder aufregen Ich könnte mich schon wieder aufregen Aber ich mach's nicht Ich mach's Alles klar Lebt deinen Traum Ich bin ewig oft gesungen Ja Ganz oft zum Ende eines Streams Da gab's eine Phase Hab ich, glaub ich, zwei Wochen irgendwie so Jedes Ende von einem Stream Lebt deinen Traum gesungen Kann man sich alles wünschen Einfach bei der Karaoke Mittwochs Ähm Den Clip will ich nochmal sehen Also erstmal schön, äh, verpixelt, ne Aber, äh Die letzten Leute, Alter Wenn ihr solche Leute kennt Die die ganze Zeit Walladicker sagen Und ey, Dicker, Maschallah Hast du nicht, weißt du, Bruder, was da Man kann sich doch auch normal unterhalten Man muss doch nicht die ganze Zeit Deine Sätze mit diesen unnötigen Füllwörtern Äh, füllen Guckt euch mal Walladicker Ist so, ja Ist halt ein Meme auch irgendwie Äh, guckt euch mal den Film Noch 1000 Worte an Der ist mit, äh, Eddie Murphy Guter Film Sehr, sehr guter Film Denn da wird nämlich die Bedeutung Äh, von Worten Sehr deutlich, ne Er hat nur noch 1000 Wörter Bis er stirbt Und er Quasselt, quasselt, quasselt Die ganze Zeit Nimmt das überhaupt nicht ernst Bis er dann irgendwie nur noch 10 oder 20 Wörter hat Und mit diesen 10 oder 20 Wörtern Lebt er dann auch eine Weile Und dann, 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 dann Ist es nur noch Er sagt wirklich nur noch ein Wort Wenn es wirklich dringend notwendig ist Ich hab übrigens auch schon mal überlebt Äh, überlebt Hab's schon überlebt Äh, nur noch 1000 Worte Sehr, sehr schöner Philosophischer Film Guter Ansatz Ähm, und auch schön zu Ende gedacht Ähm, ich hab auch schon mal überlegt Ob ich einen Stream mache Wo ich eine begrenzte Anzahl an Worten habe Und die müssten dann halt die ganze Zeit irgendwie Mit Leertaste oder sowas Mit Leertaste Oder sowas Das wären schon wieder 4 Wörter Ne Ähm Und da passt das halt einfach nicht rein Wenn man die ganze Zeit noch Walla, Digga Äh, ich stech dich ab Äh, sagt Der Film ist super gut Auf jeden Fall Ist eine, ist eine tolle Empfehlung mal für euch Digga, ey Hoi, hallo Wenn ihr mich einmal filmt, dann fick ich euch weg Walla, bitte Walla, Digga Oh, 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 schnell weiter Alles klar Gut Gut, dass wir ihn aus 3 Kameraperspektiven heute haben 2 online und 1 so Habe ich nicht verstanden Oh Alles klar Alles klar Das ist ja Das ist ja auch mal nett Nach vorne hinweg Was machst du denn mit der Waffe von dem anderem los? Was machst du hier für verrückte Moves? Hey, da kommt er Hey Was geht's? What the fuck? Setz dich Sehr gut Ich hab mich mal lieber Carlos geschaffen Oh no Und das Und Mafia 2 Und der hat den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat Und die Ich will keine Hilfe Ich frage schon von selber nach Hilfe, ja? Du brauchst nicht ständig fragen Ja, du *** Hör auf ihm Hilfe zu geben Fuck Betsy, Gamer Du sagst dem Freund dir auch nicht irgendwie wie Twilight ausgeht Oder flucht der Karibik Warum sagst du ihm, wie er durch das Game kommt? Denk doch einfach mal nach Niemand will deine Hilfe! Sitzt sie auch im selben Raum und streamt auch selbst oder ist das jetzt tatsächlich auf Äh, oder ist das jetzt tatsächlich auf, ähm Die Situation, die bei ihm jetzt gerade passiert ist, bezogen Wow, ey Das war auf jeden Fall Äh, besonders Okay Isn't off Hallöchen Alina Das stimmt nicht, Peaches mit mir And you will never see the princess again Was? Das Bild für mich ist gerade super geil Weil du rennst im Hintergrund rum Ja, äh 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 Habe ich nicht den Krieg, oder? Ähm Ähm Ungefähr Hey Hey Zana, was denn das jetzt? Ich habe jetzt drei Mal hintereinander von der Kackmücke runtergeschubst worden Ich hab doch, ich hätte einfach rüberschwimmen können Äh, da musst du überhaupt die Hälfte der Steuern mitbezahlen Ach du Scheiße Ich muss niesen Nein Nein Was passiert jetzt? Häää Aua, tut das weh Hat das schon mal jemand von euch probiert? Mit, mit dieser schwarzen Maske? Und dass man dann so abzieht und dann ist alles total geil? Hat mal jemand probiert? Ich hätte es ja auch mal vor Aber ich habe bisher, äh, mein Favorite, was, was eine Gesichtsmaske angeht Äh, ist die Totesmehrmaske Gibt's bei DM, Rossmann oder auch, glaub ich, im Edeka Totesmehr, äh, Maske Die macht man sich auch so schön drauf und dann wird die auch so herrlich fest Und dann hat man ein übelst, versteiderte Gesicht Und das ist immer schon ganz nett Das tut wohl sehr weh mit so einer Maske, okay Klar, Floppy, du hast das schon gemacht Das tut nicht wirklich weh Okay, jetzt haben wir schon zwei verschiedene Meinungen Ja, hilft nicht, okay Äh, ja, ist nicht so effektiv, wie ich hofft habe Gut, alles klar Ist, ist also meistens dann, dann Äh, die Werbung Rauscht das natürlich viel mehr auf Das dachte ich mir schon Aber man fühlt sich wie ein Latex-Gesicht Das sieht erstmal ganz aus Ganz gut aus Sieht aus wie guter Run Schade, schade für ihn Dankeschön, Dean Dynamite Äh, für dein Abonnement Bis auch schon im zweiten Monat Ich danke dir Good morning Äh, du siehst auch gut aus Hast du was mit deinem Hahn gemacht, Dean Dynamite Fällt auf Fällt auf Kannst du öfter so tragen Nur Toma Okay, Toma kriegen wir hin Toma kriegen wir hin Der kommt jetzt Okay Okay, ich verspreche Ich hab mit Ich hab keinen Kontakt zu mir, Julio Wirklich nicht Prima, Lack Ach, lol Oh, Gott Oh Oh Das darf mir nicht passieren Wo isen sie? Kapelle der Erwartungen Mit dem Hintergrund ist es irgendwie noch ein bisschen witziger Kapelle der Erwartungen Man erwartet ja nicht, dass das einstürzt Toll Oh, Gott Krass Und dann stirbt man Das ist wirklich fies Look at Chop's face, please Oh, no Oh, no, 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 no Aber er schnurrt Er schnurrt wirklich, wirklich dolle gerade Ja, schnurren ist nicht immer was Gutes, aber Das ist jetzt nicht ganz so wild Tierbesitzer wissen schon Wie sie mit ihren Äh, was sie ihren Schätzchen auch Äh, antun oder zumuten können Äh, ich glaub, das ist hier Äh, keine gefährliche Situation für die Katze Äh, das wird schon Das wird schon abgesprochen sein Vorm Stream Das ist alles gescriptet mit der Katze Die hat ihr einen Verständnis schon gegeben Keine Sorge So, den hätten wir Sehr gut, Dean, deine Meinung Äh Was ist hier los? Let's twist it Äh, was war'n das für ein Breakdance Äh Ja, huu Die, die, die Die, die Die, die, die Die ist ja noch schlimmer Nein ein ganz kurzen moment hat man schon gesehen sehr schön da oben gelandet hervorragend eine weiteren fragen donnerstag ist männlich ich weiß auch nicht warum aber das hat das ist einfach so bei mir das ist komisch ich weiß es ist komisch zu verstehen aber zahlen und tage haben bei mir geschlechter ja könnte am artikel davor liegen aber habt ihr sowas auch kann ich jetzt nicht mit relaten aber ich war gestern mal bei carilo ein bisschen länger im stream da war ihre mama zu besuch goldig goldig absolut goldig muss ich muss ich wirklich sagen hat hat spaß gemacht gestern bei jahr ist schon eine verrückte aber die carilo ich komme bei dem gedanken schon völlig durcheinander sagt kanal wenn ihr mal in frankfurt seid sagt uns auch gern bescheid stimmt ihr wohnt ja auch in frankfurt alter können wir gleich alles mit einer hier mit einer fliegenklappe ne eine klappe mit einer wie heißt es denn eine klappe mit einer fliege mit einer klappe irgendwas mit einer verdammten fliege klappen wir hier zusammen wie heißt denn jetzt zwei fliegen mit einer klappe ich sag doch fliegen und klappe das mache ich beim aus ich das jetzt gewünscht hatte das mache ich nicht freiwillig es ist nur ein punkte redeemed dass er mache ich jetzt deswegen okay mail 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 also ein punkte redeemed das heißt man kann das in ihrem stream einstellen ähm ich dachte jetzt es geht einfach wirklich nur um die l um die zungen wird wahrscheinlich auch sein es geht nur um die zungen animation bei dem vtuber ähm avatar dass er das l erkennt und dann sozusagen die zungen rausstrecken das so simpel wie und spektakulär lauf einfach lauf einfach was kippen ist immer so cute lust ja ja das stimmt die ähm der glaube ich auch voll und ganz das ist sehr authentisch auch bei ihr hallöchen lufis halöchen selber beiz einfach vorsicht jetzt schon recht seit recht seit schaggis schaggis hat mauki gecoacht und mauki hat es gnadenlos wie man auch an ihre reaktion sieht gnadenlos tausend dank dankeschön fangkuchen bekommen fangkuchen so wie ich sie liebe mit joghurt und beris ich brauche noch besteck warum habe ich kein besteck alles muss man hier selber machen aber ich berauscht auch wer bist du das ist eine ratte ok das war so klar wieso sag ich überhaupt was die machen jetzt fertig oder was aber gut das kann natürlich passieren pro gaming auf einem neuen level oder doch nicht extra gemacht ja extra für euch ja gut gerettet denn das ist halt dabei crazy oh fuck das war doch der mit dem ähm warte ich hab's gleich mit dem hier äh erdmännchen scherzovic erdmännchen war er doch oder ja 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 erdmännchen yes okay ja durch twitchschlips germany ähm hat man einfach bei verschiedenen streamern so sachen im kopf äh die man mit diesen assoziiert tut mir sehr leid scherzovic aber irgendwie hab ich jetzt wieder an das erdmännchen denken müssen luna peruna entdeckt ein grünes tuch vorm greenscreen das ja es ist schon witz es macht schon spaß wenn man es selber macht das ist schon zehn von zehn oder oder wo ist der streckskoll auch fickt doch die welt oder also hat das pferdauber auch gemacht also danke für die vier monate resa dankeschön und sich eben nicht mutet wenn man sich für die abonnements bedankt keine katze mit keine katze im hintergrund ne ich kenne den song gar nicht ist ne hype train song anscheinend hab ich mir jetzt übrigens auch den stream angeguckt wo äh soul hikes hikos soul hikos holy soli äh souldings wie äh wo sie bei ifas war in in aachen ja war ein schöner stream haben die beiden auch noch zusammen gesungen ähm in der küche so küchen karaoke mäßig und ähm zu ifas will ich auch den mal und mit ihr zusammen kochen und singen also ein kleines träumchen wird nochmal für den ein oder anderen zuschauer ifas und scotty together singing das wird also passieren früher oder später wird es passieren okay aber den song von ihr kannte ich jetzt leider nicht äh warrior aber kann man machen kann man doch genau so machen ähm ja obwohl äh es nur schade dass sie ein sprechmikro fürs singen nimmt äh das ist das sm7b das ist ein absolut gängiges gesangsmikrofon oder was meinst du das das ist also a cavity damit kann ich leider überhaupt nicht relaten das ist ein sm7b absolut gängiges gesangsmikrofon ist ist vollkommen in ordnung das zu nehmen absolut sogar ist sogar professionell äh ist kein sprechmikro fesche brille danke danke meine kuratorenbrille ähm ja obwohl eigentlich tatsächlich mein ähm ist denn das hier das ist Halskette nein nein wie hat sie das denn gemacht wie kann man so blöd sein wie kann man so sie hat hat sie das übrigens gutes headset ne äh hyper x cloud 2 hat sie das headset aufgesetzt und sich danach die Kette umgemacht ah das geht's doch nicht MacAvity schreibt jetzt die Höhen sind aber sehr dumpf in der Übertragung ja das liegt aber an den Einstellungen er liegt nicht am Mikrofon selbst da das liegt einfach nur an den Einstellungen wie der Sound eingestellt ist ist mir auch aufgefallen aber hat nichts mit dem Mikrofon selbst zu tun sie hat einfach gezaubert ja es ist und bleibt ein Rätsel wieso die Schwester der Ehrlich Brothers ja so blöd sein alter es passt nicht es passt nicht wieso macht sie oh mein Gott Hilfe wieso macht sie wieso macht sie die Kette nicht einfach auf Kette wieder aufsetzen Kette aufmachen oder bin ich jetzt doof I call fake sagt die bin ich jetzt doof die hätte nur die Kette abnehmen müssen ja und dann versucht sie herrlich herrlich sehr guter Clip muss ich schon sagen was was keine Texttafel das ist kein Stumpfel das ist kein Stumpfel das ist kein Stumpfel das ist kein Stumpfel das ist bestimmt jetzt fertig machen grandioser Clip grandioser Clip hat mich sehr abgeholt von Valtanis Kuhn ähm als wir die Twitch Clips bewertet haben hat er mich sehr abgeholt der Clip ganz ganz toller Clip Start Ende Hände Hahahaha 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 Ach das Ätherkraut Hahahaha Das ist auch nicht Hahahaha AAAAAA Och Alter Ich hab mir mein Bein gestoßen Au AAAAAA 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 Ankens Oh Da hat's geklopft Moment ist die Nachbarn die möchte ein Paket abholen Jaaa Das kennt man Ah das ist übrigens auch hab ich jetzt mitbekommen von vielen Elden Ring Spielern wo ich jetzt halt so geguckt habe ganz oft der äh Lieblings ähm der Lieblingswegpunkt also mein Lieblingswegpunkt ist das auf jeden Fall da geh ich immer erstmal hin und fühl mich da wohl da bin ich so ein bisschen zu Hause und ja also es gibt keinen schöneren Wegpunkt als diesen es ist der schönste Wegpunkt an dem man auch wiederbelebt werden kann wenn man aus Versehen stirbt wenn man der Nachbarin das Paket gibt bin wieder da bin wieder da so Delle ah oh no wow was ist los bin ich gestorben aber ist gleich nebenan ist nicht weit weg ich hab's halt auch jetzt null abgeschminkt ich hab keine Ahnung ob das gut schmeckt oh mein Gott wie konnte das passieren all right seid ihr noch da wird mir ja fast schon schwindelig das ist ein Einhorn es ist Tatsache ein Einhorn nein Hütte es bevor es Eier legt Pinky du musstest jetzt sehr stark sein glaube ich bei diesem Clip ähm Mantufach meine ich man yeah ok oh oh shit Hatten wir auch zur Bewertung. Nein, 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 nein... War halt auch knapp. War halt auch knapp. Schön gefeedit. Ich seh schon. Goldmaske ist gleich weg. Wo kommt die... Wo kommt die Kutsche her? Wild? Wild? Hier oben könnte auch als... Kategorie Just Dalu Card stehen. Ich glaube, jedes Mal, wenn er skillt, einfach Just Dalu Card. Hallöchen Fiesamo. Neun? 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 Jemand fragt, was wäre aus Marty geworden, wenn sie Streamerin geworden wäre. Naja, ich habe einen Bachelor in Biologie, also wahrscheinlich Taxifahrer. Wobei, ich kann nicht gut Auto fahren, also... Wahrscheinlich Taxifahrer. Wahrscheinlich, ja. Sehr gut. Schönes Timing. Oh. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mit Verraten. Lost Rider Live? Wer ist denn das? Ich muss mal eben ganz kurz gucken. Wer ist denn das? Hallo. Freaky Nikki. Ich bin's. Der Rider. Der Lost. Ich warte auf dich. Dafür liebe ich Schrieps Streamanie. Dass es einfach immer wieder... auch so kleine... Storys... unter den Streamern gibt. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Shit. Ruf. Mich an. Das müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. Wir sind hier und wir reden dann einfach auch über die... über die drei hier so mein schatten mein schatten ist sehr schön ich bin eine hose ich bin ein hose wieso bin ich eine hose dieses dieses sich bewegen beim tanzen ist auf einem ganz anderen level anstrengend sich bewegen beim tanzen kann ich kann ich mit relaten ja kann ich mit relaten ist schon auf einem anderen level anstrengend wenn man nebenbei noch so richtig seinen ganzen körper bewegt ifas fühle ich fühle ich absolut guten morgen don julio don julio bist du der julio den ich kenne gartentage julio das 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 wäre zu krass das wäre zu krass aber grüß dich tütschlips die partnerbörse zombie hi guten morgen edlos scotty schreibt sie oder er ich glaube sie zombie 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 sie dank dir habe ich mal das holy probierpaket geholt und ich muss sagen es ist der erste energy ersatz den ich richtig mag ist exakt das was ich halt auch dazu sage und deswegen empfehle ich es empfehle ich es euch auch weiter nein der aber schon julio nee holio holio aus dem ifa chor am sonntagmorgen ach scotty du schaffst es immer wieder mich von der arbeit abzuhalten wenn ich eigentlich nur lurken will die die das hättest du das mit einem abonnement bereits neun monat honorierst weiß ich es ja zu schätzen ich versuche dich mal tatkräftig weiter abzulenken hier sie ist nicht schlecht das meine ich jetzt ist sie erst reif liebe freunde eine wir müssen reden reife banane muss so aussehen schaut euch an wie sie hat völlig recht jetzt bin ich aber gespannt da ist nix da da ist nix schimmelig da ist nix schwarz die hatten ab und zu ein paar guck mal wie gut die aussieht ich weiß nicht ich ich mag es gar nicht ich würde sie wegschmeißen aber eigentlich kann gerne also eine banane wenn sie so ist hat deutlich mehr zucker produziert als eine banane also fruchtzucker als eine banane die halt gelb ist ne eine banane die gelb ist hat nicht so viel fruchtzucker oder oder irgendwas mit zucker halt auf jeden fall in sich wie diese banane es ist schon krass sind dann süßer die bananen genau kannst du maximal irgendwie in müsli reinschnippeln oder in smoothie reinpacken so aber wie lange muss man die banane denn liegen lassen dass die dann so aussieht es ist schon krass finde ich braune banane höchstens zum backen milchshake aber nicht so essen ich meine wenn Du einen milchshake reinpackst kannst Du es auch so essen also schlecht ist es nicht aber es ist halt so ein crashed ich habe 5 Wochen Bananenmuffins jetzt habe ich Bock auf Bananenmuffins Ein paar dunkle Stellen, aber das ist normal für eine Banane. Ja, gut, aber ich muss hier auch sagen, sie steht ja dazu, zu der Banane, aber guckt euch mal genau an, wie groß der Bissen ist, den sie selbst von, also überzeugt ist dieser Biss nicht. Die hat ein paar dunkle Stellen, aber das ist normal für eine Banane. Jetzt würde ich genau sehen, nochmal, wie überzeugend sie ein riesengroßes Stück dieser Banane vor unseren Augen ist. Dieses Brötchen ist wahnsinnig lecker, es ist mein Lieblingsbrötchen. Um mich zu überzeugen, hätte sie wirklich jetzt mehr davon essen müssen. Also es gab jemand, der das ausprobiert hat und sich dachte, bei der sehr dunkle Banane, so, das esse ich jetzt. Sie ist eine Lady, sie beißen nur kleine Stücke ab. Okay. Ist ein Punkt, ist ein Punkt. Ich glaube, wenn man die Kamera mal ab und zu dreht, das macht halt mega Sinn beim Springen, weil dann weißt du halt auch, wo du landest, guck mal. jetzt sehe ich es halt auch viel besser, ne? Oh, dumm. Also klar. Mami. Mami. Mami, ich brauche Hilfe, Mami. Trage mich. Mami. Mami. Wenn du mich nur einmal in so umarmen würdest wie deine Bierflasche. Mami. Das Spiel haben wir auch gespielt. Bin da eingesch... Fuck. Das war Carver Gaming. Bewertet übrigens auch gerade jetzt in diesem Moment Twitch-Gibs. Ja, und da hast du so eine Affäre mit dem gehabt, weil der hat sich mal bei Pieck und Kloppenburg besucht und so und dann war das so ein Und dann sagst du, ich hab doch noch Schlo. Und dann sagt er, ich lass die Schlo vergessen. Und dann macht er Und dann macht er Und dann so Und dann sagt er, aber Tinka, ich bin eigentlich dein Onkel. Und dann sagst du, aber wir sind Familie. Welche Synapsen sind bei dir merkwürdig verknüpft miteinander? Das fragt man sich manchmal. Ich will jetzt nicht gemein sein, aber prove me wrong. Warte, so die... Nicht mit den Stinksaugen, so diese niedlichen hier. Guck, seht ihr das? Tja, ist gut, dass du da bist. Ist gut, dass du da bist. Ich meine, irgendwoher muss ja der Name kommen, oder? Feines Kätzchen. Jetzt wird's frech, sagt er schon. Jetzt wird's frech, sagt er. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt so übereinstimmt. Vielleicht so ein bisschen die Mundpartie, ne? Wenn man... Ich kann, glaube ich, nicht Krampi gucken. Krieg ich nicht hin. Sieht dann immer aus wie ein Duckface. Ja. Ja, vom Miauen und meiner Persönlichkeit. Dieses Dingens, was dieser Katzenmund ist. Hier. Die Spitze. Schickt ihm das nicht. Schickt ihm das nicht. Ja. Äh, ist natürlich doof. Jetzt hat er's ja trotzdem gesehen, ne? Ihr Monster! Okay, deshalb ist der Raum rot. Das ist Survival at it's best. Dinky, äh, Niki, die Jawa-Miki ist. Nee, nee. Ich guck's Pups-Kuss für dich. Power of the Dog. Power of the Dog. Hast du das Aberne-Mong was passiert? Danke dir für den dritten Monat, man. Jetzt müssen wir hier noch mal kurz, äh, schauen. Denn Pyjama-Miki hat nämlich was Wichtiges zu erzählen. Aber kennt ihr dieses, dieses, äh, vergibt ihr auch Ratings, wenn ihr furzt? Was? Nee, nee, wirklich. Es gibt, also, ich mach das immer, also, bei mir jetzt mal. Also, ich so, und dann bin ich immer so, wuh, das war ne glatte Acht, Bruder. Das war ne Acht. Nein. Nein, einfach nein, Pyjama-Miki. Ich verteile keine Ratings. Fear of the Dog. Okay. Kriegt man vielleicht wirklich nicht, weil es sowohl Englisch als auch Deutschland ist. Ich bin ja auch speziell. Richtig. Jeder. Einzigartig. Aber niemand ist so einzigartig wie du, Miki. Mal den anfangen, ne? Nein. Nein. Statt! Ende. Charlotte, wie Great heel pakt. Die edition hat gewirkt, Leute. Leute. Gott... snapped год... Die allgemeine Reaktion auf diesen Clip war insane. IFA-Score war sogar so richtig krass beeindruckt davon. Hat dann auch in ihre Reaction auf die Uhr geschaut. Bei ihr waren es ungefähr 18 Sekunden. Ich habe es auch mal exakt gestoppt mit meiner Stoppuhr auf dem Handy. Es waren leider nur 15,5 Sekunden. Ich arbeite daran, 17 Sekunden und dann 20 Sekunden zu schaffen. Ich werde daran arbeiten. Das Beste an dem Clip ist deine Änderung von weiß zu rot. Hat aber tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun. Habt ihr es nicht gesehen, ne? Hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich mich angestrengt habe beim Singen. Sondern ich habe einfach nur nebenbei ein bisschen mit der Farbanpassung und der Sättigung gespielt. Dass wir das mal festgehalten haben. Ich bin überhaupt nicht rot geworden, weil das war halt auch... War halt auch überhaupt nicht anstrengend. Da haben wir die Einstellung wieder so halbwegs. Gut. Genau, also war nicht anstrengend. War so... Naja. Nebenbei habe ich ein bisschen rumgespielt. 6,5, 20 Sekunden. Ey, ich bin der Meinung, ich habe früher schon 20 Sekunden lange Pixgreels hingekriegt. Da werde ich ja wohl auch mal so einen Schrei 20 Sekunden lang hinkriegen. Fortsetzung folgt, Leute. Mach ich halt easy. Ne, war schon anstrengend. Ein bisschen. Und dazu Klappe, die erste. Wir gucken heute die neue Folge Twitch Clips in Germany. Bin ich jetzt gelandet? Wieso bin ich jetzt bei Evi gelandet? Äh, ich meine Evi, hi, aber... Why? Okay, alles klar. Ja. Wir müssen jetzt wirklich hier mal, ne, so, ähm, so, 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 wie heißt das Eier, beide Fische? Ne, heißt das Eier, beide Fische? Ich weiß es nicht, Mann. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal Eier, beide Fische. Butter. Oder nee. Käse, beide Fische? Ich hab keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, Mann. Butter. Butter, meine Fische. Dankeschön, Mann. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ganz komisch, dass die jetzt alle, also, auch so, der kleine Nelson einfach. Ja, es gehört halt in den Hürttel. Auf einmal klingt er wie ein Mann. Das krieg ich gruselig. Oder? Ich brauch ne Zeitlupe. Ich brauch ne Zeitlupe. Okay, keine... By the way, das passiert euch mit Holy übrigens nicht, ne? Das schraubst du nämlich auf. Sehr feine Katze kann da auch ein Liedchen davon singen. Ich glaub, sehr feine Katze trinkt Holy auch zehnmal lieber als Katzenmilch. Oder? 20 mal lieber. Entschuldigung, ich hab wieder, ich hab wieder, äh, untertrieben. Hä? Nein. Was ist deine Lieblings, äh, Geschmackssorte eigentlich? Dann freust du dich auf den neuen Geschmack. Äh. Ja, es gehört halt in den Hürttel. Sass. Also, in der Zeitlupe sieht's gar nicht so schlimm aus. Was ist das denn? Ja, es ist ein bisschen Wasserchen da reingekommen. Aber, wenn das natürlich ein Energydrink ist, der nicht wie Holy auf Grünteebasis existiert, sondern mit irgendwelchen, ähm, unnötigen, äh, mistvolles, dann ist das unnötige Zeug natürlich im Auge auch sehr ätzend. Ja? Sollte man auf gar keinen Fall ins Auge bekommen. Holy, kannst du dir bedenkenlos in die Augen schmieren? Nicht zum Nachmachen geeignet, aber, äh, ja, ich dachte, ihm ist der Deckel direkt ins Auge gefallen. Äh, 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 äh. Wie hat er sich da so? Ich meine, gut, in der, in der Nicht-Zeitlupe sieht das ein bisschen, ein bisschen heftiger aus. Butter! Butter, meine Fische! Dankeschön, Mann! Dankeschön, Dankeschön! Das ist ganz komisch, dass die jetzt alle, also, auch so, der kleine Nelson einfach. Ja, das gehört halt in den Hör... Also, den Deckel kriegt er irgendwie so hier so hin ungefähr. Und, ähm, hier, das ist alles einfach nur... Habt ihr Mitleid mit mir? Ach, ich hol mal kurz mein Auge raus! Macht natürlich noch Spaß. Äh, sehr feine Katze, schreibt's hier schon. Und mit den Probierpaketen könnt ihr gerade mit, äh, dem Code feine Katze für nur 15 Euro alle Basisgeschmäcker probieren. Äh, mit dem Code Scotty, ne? Scotty P. Oder feine Katze. Wir sind da hier, so. Wir sind da hier. Eins. Eins. Lieblings-Bogli-Fisch ist auch fein. Rapsul-Raptor, den hab ich auch hier gerade wieder drin. Ähm, zurzeit bin ich so beim Raptor und beim, äh, Tropical Tiger. Tropical Tiger hab ich am Anfang nicht so gemocht, aber jetzt... ...trinke ich mich da gerade richtig ein, aber... ...ich weiß schon, was die neue Sorte wird. Aber, ja. Ende März, Leute. Ende März. Ich sag's euch. Er klingt ja wie ein Mann. Das klingt gruselig. Oder? Klingt Panda eigentlich immer noch, als wäre es... Ach, du warst mich. Ja, okay. Guck mal, das ist ein Ausrufezeichen. Einfach so kontextlos. Ich glaub, das ist... Das ist kein Ausrufezeichen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist... Wenn, dann ein I. Ja, nun. Okay. Papa? Echme? Alter, bin ich dumm. Hat er das Spiel geschlossen? Echme? Wir beenden. Alter, bin ich dumm. Ich hoffe, die hat auch... Ich muss kurz stoppen. Sehr feine Katze schreibt hier noch. Aber wir können uns auf den Hate-Fist-Citrus-Cobra einigen. Ja. Ja. Ich finde... Wie hieß es? L-Licorice... Oh, Lemon Lizard. Lemon Lizard auf jeden Fall deutlich besser als Citrus-Cobra. Nice. Ein Hater-Freund. Ja. Guck gespeichert. Zu Ruhe. Zu Ruhe. Wo bist du, mein Zu Ruhe? Ich suche dich und vermisse dich. Wo bist du, mein Zu Ruhe? Im Team. Außer. Und danke euch. Oh, bitte klipp das. Oh, bitte klipp das. Abonniert jetzt Twitch Clips Germany. Bester Channel hier auf YouTube, Twitch, Instagram und überall woanders. Abonniert jetzt. Das war kurz nach einem Dr. Freud-Royd. Dr. Freud-Royd. Dr. Freud-Royd. Kann ich mich erinnern, war ich mit dabei. So, ihr habt's gehört. Abonniert Twitch Clips Germany. Und schaut auch bei den anderen Reactern mit vorbei. Ich kämpfe sehr darum, dass auch Sehrfeine Katze bald Reaktor wird. Ich kämpfe drum. Bis zum Tod. Bis zum Tod. Äh, Sehrfeine Katze. Genau, Lemon Lizard. Da war ich in Berlin, äh, direkt im Holy, äh, Büro. Und da hab ich den Lemon Lizard schon vor Release, äh, probieren dürfen. Das hätt ich jetzt mit der neuen Sorte auch machen können. Aber, ich hatte keine Zeit. Naja, die letzten beiden TCGs hab ich ja reaktet. Ja, naja, ja, ja. Und weiter. Schön weiter. Immer weiter als weit. Find ich auf jeden Fall cool. Aber das hier. Da seh ich dich eben halt auch. Da seh ich dich sowas von. Äh, ich, ich sehe dich. Guck mal, ich sehe dich. Wir sehen dich alle. Lass uns direkt hier mal reingehen. Oh Gott, Dalu-Kart! Lass uns direkt mal reingehen. Dalu-Kart, nimm mein Höschen. War Dalu-Kart bei dir im Stream? Lass mal gucken. Deswegen, also, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute hingehen und sagen, oh Gott, Dalu-Kart, nimm mein Höschen. Deswegen, also, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute hingehen und sagen, oh Gott, Dalu-Kart, nimm mein Höschen. Ich, deswegen, also, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute hingehen und sagen, oh Gott, Dalu-Kart, nimm mein Höschen. Das könnte ich mir tatsächlich in Dauerschleife anhören. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute hingehen und sagen, oh Gott, Dalu-Kart, nimm mein Höschen. Ich, deswegen, also, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute hingehen und sagen, oh Gott, Dalu-Kart. Alucard, nimm mein Höschen! Sehr gut. Also ich finde es sehr, sehr schön, mit wie viel Elane du das sagst. Ich hätte aber sehr, sehr gerne noch... Was hast du danach gesagt? Evi mit dem Filter einfach saugut. Ich liebe Evi mit dem Filter. Das steht ihr so gut auch einfach, auch wenn sie normal auch eine Hübsche ist. Gib uns einen Hint für die neue Sorte. Darf ich noch gar nichts dazu sagen. Wie kann man so schnell die Stimme umbrechen? Ja, genau, genau, genau. Was er da mit seiner Stimme anstellt, finde ich halt auch sehr gut. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute hingehen und sagen, oh Gott, Alucard, nimm mein Höschen! Du bist ein sehr guter Schauspieler übrigens. Finde ich. Du kannst dich da gut in die andere Rolle einfühlen. Mag ich sehr. Ich hätte nur die Alucard-Aussage gelassen ohne Kontext. Ja, kann man. Ich meine, es wurde großzügig geklippt. Weiter davor, weiter danach. Alles super. Kann man eigentlich näher hin. Jawohl, Pinky. Das war 20 Stunden Stream-Special. Genau, bei Lazy Bizarre. Du weißt, dass ich Erpeller bin. Also mit Katze. Das ist ja alles Schauspieler. Ja, ja, das weiß ich. Da sieht man mich auch. Ich werde auch öfters darauf angesprochen, dass ich das immer machen sollte. Irgendwie mit dem Rentner oder mit dem Schweizer vielleicht auch. Aber ich habe nicht genug Zeit für RPen. Weil wenn man das macht, dann muss man auch irgendwie dabei bleiben. Aber natürlich weiß ich das. Deswegen. Man hat da sehr, sehr viel. Ist sehr zeitintensiv. So, ich erinnere mich gerade daran, dass gleich noch mein Holy-Nachschub mit Skullis Rabattcode bestellen muss. Hm, mach das. Welches ist denn deine Lieblingssword, Zombie? Ich weiß nicht, ob wir es schon mal hatten. Deine Stimme. Bei Rust vergisst man, dass er menschlich ist. Ja, ja, ja. Das stimmt. Und dann spricht er einfach immer genau so. Und ich mag das auch, wenn sehr feine Katze dann auch ein bisschen nach oben geht mit seiner Stimme. Mag ich wirklich sehr. Kann ich, äh, kann ich mir lange anhören. So, Dalu-Card, nimm mein Höschen. Aus dem Kontext gerissen. Finde ich, das ist ein, ist ein Vierer. Ein, ein fairer Vierer-Clip. So, einfach nur, das könnte ich mir schon vorstellen, in einer Compilation. Zack, Schnitt. Oh Gott, Dalu-Card, nimm mein Höschen. Wäre aber fast schon schade, wenn das der einzige Tipp von, äh, der feinen Katze hier noch Items versacredet. Wenn das der einzige Clip von ihm in der Compilation wäre, wäre es schade. Weil da, äh, da ist definitiv mehr als nur diese eine Aussage. Deswegen gibt's hier nur vier Sterne. Kann rein. Wäre aber schade, wenn das der einzige Clip dann von ihm in der Compilation wäre. Ähm. Äh. Kann man aber machen. Äh, sehr fein, der Katze hatte nie Stimmenbruch. Meine normale Stimme ist die weibliche Telekom-Ansage. Jawoll. Pyjama-Micky ist jetzt im Real Life. Muss noch ein paar Level machen. Die Cheats wollen er immer nicht. Hab auch noch einen schönen Tag, lieber Micky. Und alles Gute an dich. Komm gut in die neue Woche. Wir gucken mal hier beim Daniel rein. Der hat uns da leider Gottes aber den Clip löscht. Oder andere Sachen sind da passiert. Der Daniel ist außerhalb der Wertung. Emotionen und Cashew-Kerne Clip ist von Chris69 Understrich und er hat's richtig ernst gemeint. 42 Sekunden, das ist schon mal eine 1a-Zahl. Ich finde, jeder Clip sollte 42 Sekunden gehen. Äh, wir haben hier Elden Ring und wir schauen mal, was er mit diesem Clip bezwecken wollte. Er meint's auf jeden Fall ernst. Oh Gott, nein, der Bastard Oh, oh, nein, 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 Er sollte nicht dieses Spiel spielen. Wie viele Level Ups habe ich bis jetzt verloren? Zehn Stück, 12, 300 Stück. Was hat er verloren? Was? Wie viele Level Ups habe ich bis jetzt verloren? Zehn Stück. Wie viele Level Ups habe ich bis jetzt wie viele Level Ups habe ich How far wie viele Level Ups habe ich bis jetzt love will level Wie viele Level-Ups habe ich bis jetzt verloren? Level-Ups? Level-Ums? Level-Ums? Wie viele Level-Ups habe ich bis jetzt verloren? Zehn Stück? Wie viele Level-Ups habe ich bis jetzt verloren? Okay, ja gut, okay. Wenn ich es jetzt zehnmal gehört habe und ich lese es von euch, dann Level-Ups. Ja, aber ansonsten Level-Umsch. Level-Umsch, ja. Ganz klar. M&M's. Wie viele M&M's habe ich verloren? Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Okay, aber du solltest dieses Spiel einfach nicht spielen, wenn dein Frustrationslevel so krass ist. Also ihr werdet mich in Eldenring, werdet ihr mich niemals so reagieren sehen. Ansonsten glaube ich, kann ich das Spiel ausmachen. Wenn ich dann so rumschreie oder sowas. Aber gut, ich meine, es ist natürlich auch Atien, du willst nicht sterben. Die eigene Charme vor dem Chat. Ich habe wieder nicht performt. Zehn Stück, zwölf Stück, dreihundert Stück. Ich verliere so oft meine Seelen, weil fick die Scheiße! Erstmal was zu naschen. Erinnert mich gerade ein bisschen an die Szene von Scary Movie 2, wo das Kind am Anfang an dem Bett gefesselt ist, dann so, fick mich, fick mich. Dann kriegst du so ein Drageen in den Mund geworfen. Besser. Und so ungefähr geht es ihm auch. Er regt sich schön auf. Ist eine Süßigkeit und jetzt wird er wahrscheinlich wieder zahm sein, oder? Ich muss aufleveln, Mann. Ich muss aufleveln. Ich muss kranke aufleveln. Also die ganze Zeit aufleveln. Aufleveln, aufleveln. Und das geht nicht. Weil ich dauernd ja, war kacke, Mann. Wenigstens sind die Cashewkerne lecker. Mmh. Cashewkerne. Ja, es hat ein Rage-Clip. Es ist halt ein Rage-Clip. Level-Umsch. Gefällt mir. Oh, das war doch gar nicht Daniel. Hier. Er hier. Kann man so machen. Kann man so machen. Zwei Sterne. Muss auch noch ein bisschen aufleveln für mehr Sterne. Danke fürs Einreichen. Hallöchen auch erstmal Stefan. Hallo PinkyPandaTV. Da erschreckst du dich ja beim Schauen von dem Clip. Alla Fahler. Ey, ich hab übrigens von... War's Elotrix? War's Elotrix? Ich glaube, es war Elotrix. Nennen einen Clip. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn irgendwo finde. Ich glaube fast schon nicht. Ich weiß auch jetzt im Moment nicht, wo ich ihn gefunden habe. Elotrix. Da hat jemand im Chat abonniert. Abonniert. Und hat dann gesagt, die Kartoffel in deinem Gesicht sieht aus wie eine Nase. Kann man machen, ne? Kann man drüberstehen. Ich meine, Elotrix und die Nase von mir aus. Ich glaube, es war Elotrix. Bin dir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich will mich da nicht festlegen. Und er hat dann... Also, es wurde vorgelesen, gell? So, deine... Die Kartoffel in deinem Gesicht sieht aus wie eine Nase. Und er sagt dann so, okay, alles klar. Erstmal deinen richtigen Namen herausfinden. Dann sagt er seinen richtigen Namen. Ey, ich glaube, ich glaube, es ist auf YouTube. Und das fand ich krass. Dafür müsste er gebannt werden. Wenn ich das so hinkriege, dass wir es sehen, vielleicht? Achso, oh, er hasst diese Nasenwitze. Alles klar, okay. Das hat also eine Vorgeschichte. Jedenfalls hat er dann den echten... Also, den Klarnamen von der Person halt gepostet. Öffentlich gesagt, hat er dann auch irgendwie noch die fette Hurenmutter beleidigt. Dann sah er... Weiß nicht, da sollte man vielleicht dann doch eher drüber stehen. Fand ich ein bisschen krass. Ich glaube, das ist der Clip hier. Du siehst ein bisschen aus wie die Schildkröte von ab durch die Hecke. Schau mal nah. Nee, das ist nicht... Sein Hund, Digga. Da nimmt das noch ein bisschen mit Humor. Weiß nicht, ich finde den Clip jetzt da so nicht mehr. Schade. Aber das hat mich echt hart schockiert, ey. Ich finde... Nur an diesem einen... Also, ich gucke jetzt auch keine großen Streamer, so Edo-Tricks und so. Ist alles nicht so meins. Aber damit hat er sich bei mir auch sehr, sehr unsympathisch gemacht. Dass er... Einfach so... Ich... Äh, Julia, äh... Sorry, dass ich dir nicht Hallo gesagt habe. Hallöchen, Julia. Und hallo an jeden... Ihr könnt mir jetzt schreiben... Jetzt. Ihr habt zehn Sekunden Zeit zu schreiben, wer unbedingt jetzt von mir begrüßt werden will. Dann begrüße ich euch fix und dann machen wir ganz normal weiter. Jetzt. Sehr gut. Veloptix, moin. Theomir, moin. Aux, The Voice, moin. Philipp. Cool geschrieben. Moin. Äh... Greg. Mac Zack. Greg Mac Zack. Hi. Lufis habe ich schon Hallo gesagt. Hallo Scotty. Hallo Julia. Hallo Dean Dynamite. Hallo Lila Lily. So, join 3x. Äh, moin Stefan. Knusperblümchen. Äh, Kida. Katatsch. Äh, Pinky. Genau. Alles wunderbar. Pralinchen. Hallöchen. I am moan. Ähm, Bulettenschmied. Und zehn Sekunden sind vorbei. Herr Currywurst hat uns was mitgebracht, Leute. Vielleicht begrüßt euch ja Herr Currywurst alle persönlich. Ich komm echt über diesen Elotrix-Clip nicht hinweg, Alter. Dass er den Klarnamen sagt und dann auch die Mutter so krass beleidigt, ist für mich ein Banngrund. Also wenigstens eine Woche, äh, eine Woche auf die stille Treppe, ey. Fand ich echt nicht okay von ihm. Seine Nase sieht immer aus wie eine Kartoffel, aber... Komm. Jeder Mensch hat irgendwas, äh, an seinem Aussehen, äh, wo man jemanden ein bisschen hochziehen kann. Muss man drüber stehen, wenn man im Internet macht. Sein ist okay, das tut auch gar nicht weh. Zwar ist es im Mottkeller kalt, doch trotzdem ist es schee. Mott sein ist okay, das tut auch gar nicht weh. Und wenn der Kevin uns mal ruft, dann schreiben wir ganz platt. Ja, der müsste auch eine Mott-Hymne machen. Das hat er ja auch nicht selbst gemacht. Jo, was ist hier schon wieder los? Könnt ihr haben. Ihr könnt eine Mott-Hymne haben, klar. Äh, ihr arbeitet ja auch wirklich krass. Ähm, hat er nicht selbst erstellt? Mott-Song plus Musik-Video vor sieben Tagen. Alles wunderbar. Ah gut, so besonders war es jetzt nicht. Ist eine 3. Ich will euch mal ein bisschen wieder mit, 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 mit ins Boot holen. Was sagt ihr denn? Ist schon irgendwie ein bisschen witzig? Ich bin absolut nicht perfekt. Absolut nicht. Ich habe heute früh auch erst mal Mason, äh, geschrieben, dass er sich bitte kein Ticket holen soll, um mich am 22. hier zu besuchen. Weil als Scotty habe ich zwar ja gesagt, aber als Dominik, äh, eher nein, äh, weil ich dann doch irgendwie in meinem eigenen kleinen Space, ich, ich glaube, ich mag, ich mag Besuch nicht besonders, habe ich, ist mir aufgefallen. Ich bin so introvertiert, dass ich Besuch nicht besonders mag. Ich will einfach nur alleine sein. Das bin ich am allerliebsten. Ich bin am allerliebsten bin ich alleine. Ähm, deswegen, ich mag keine Menschen. Ich. Also in meiner Vergangenheit war ich, äh, eher nicht so im Internet. Gut, ich meine, damals habe ich, äh, YouTube gemacht, so vor zwölf Jahren. Ähm. Ähm, aber das ist alles nicht so wichtig. Ich habe dann sehr viel im Real Life gemacht mit Bands und, und Bühnenauftritten, den ganzen, das ganze Zeug. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich drei Wochen vorher weiß, an dem Tag kommt mich jemand besuchen, den ich, den ich nicht schon seit Jahren kenne, ich schweiß Ausbrüche. Und dann denke ich mir so, fuck, jetzt muss ich auch noch aufräumen. Alles, was ihr nicht in diesem Kamerafenster. Ne? Das hier. Das ist alles aufgeräumt. Wenn ich hier hingucke. Das kannst du dir nicht angucken. Ich, ich will dich sauber machen für Besuch. Und ich bin, weiß ich, 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 ich kann gar keine 48 Stunden, äh, Goddy sein. Ich bin ja noch einfach Dominik, der keinen Bock hat, sich zu unterhalten, oder so. Also es ist nicht böse gemeint, es kann, es kann, äh, es ist nichts Privatsch. Äh, es ist nichts Persönliches. Du konntest dich nur an den Termin erinnern. Ja, ich kann mich an den Termin erinnern. Äh, es ist aber nie eine gute Idee, mit mir Termine zu machen. Weil, dieser Termin an meinem Kopf, der hämmert. Dann denke ich mir so, oh, scheiße, ich muss es absagen. Ich muss es absagen. Es war schon krass, dass ich zu Daniel gefahren bin. Aber gut, wenn ich woanders zu Besuch bin, ist das nochmal was anderes, als wenn Leute in meinen Tempel kommen. Und ich hab nur einen ganz kleinen Tempel. Der ist ganz, ganz kleiner Tempel. Steine, das sind meine Freunde. Aber, äh, bei, bei Daniel zum Beispiel wurde ich ja auch sehr, 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 sehr gut aufgehoben. Aufgenommen. In der Kneipe. Jaja, in der Kneipe. Hast du markiert, dass wo in die Kamera geht? Ja. Die ist immer gleich eingestellt. Äh, sehr schön. Und ich droppe, dass ich einen IFA-Scolly-Stream, äh, sehen will nachher. Ja, wenn ich zu ihr fahre, geht das. Da bleibe ich 24 Stunden oder, oder ein bisschen länger und dann fahre ich wieder. Das würde alles hinhauen. Also in meinem Space, ich glaub, das kann ich einfach irgendwie, ich krieg das, ich krieg das nicht hin. So. Ganz, ganz schwer. Ganz schwer. Wir gucken jetzt mal den nächsten Clip. Übrigens, jetzt bin ich schon deutlich wacher. Ich kann mich jetzt gerade da rein erinnern, wie unfassbar müde ich vorhin war. Und ich bin jetzt schon, ne, deutlich wacher. Ich bin agil. Ich bin frisch. Ich bin fit. Und was haben wir hier? Gesichtsausdrücke haben wir hier. Hat mir gefallen. Hat mir gefallen. Vor allen Dingen ist das, das ist, äh, selbst auch schon geschnitten. Die haben Tasten gedrückt, damit man dann jeweils den anderen sieht. Also da muss, da muss Clippy nicht mal mehr was schneiden, weil die, die, weil die ihm die Arbeit schon abgenommen haben. Das find ich gut. Wieso hat denn das jetzt geklingelt? Pop wieder da. Ja. Ja. Es ist so flassig. Ich werde wahnsinnig. Das ist so flassig. Du blitzt mich. Äh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Um 13 Uhr kommt der Ableser, Heini. Ich weiß nicht genau, was er ablesen will. Strom oder sowas? Hat mir mein Nachbar gerade gesagt. Fuck. Ich will keinen Besuch. Ich hab eben erst drüber gesprochen, dass ich verdammt nochmal keinen Besuch will. Ahaha. Jetzt kommt er dann hier rein in jeden Raum, oder was? Äh. Ich weiß nicht, wie viele Bierflaschen hier stehen, in denen Pisse drin ist. Ich bin ekelhaft. Ja, ich, wir haben doch in jedem, in jedem Zimmer, an jeder Heizung ist doch so ein Zähler dran. Dankeschön für deine Zeit. Ich hab keine Ahnung, was der ablesen will. Warte mal kurz. Er wollte am 23.02. schon mal vorbeikommen, aber da waren wir nicht zu Hause. Ablesung der Messgeräte zur Heizkostenabrechnung. Das heißt, er will an jede Heizung dran. Scheiße. Ey, hier sieht's schon scheiße aus. Aber drüben in meinem Schlafzimmer, das kannst du keinem antun. Ich hab schon wieder wochenlang nicht aufgeräumt. Hab nur gestreamt und gearbeitet und es ist alles liegen geblieben. Ey, es kann keiner in diese Bude kommen. Fuck, ey. Naja, wir müssen da irgendwie durch. Ich glaube, es gibt asozialere. Es gibt asozialere Wohnungen, in die er reingeht. Ich tröste mich jetzt mal mit diesem Gedanken. Schnell alles unters Bett. Ja, ja. Habt ihr nicht die digitalen Zähler, welche von der Straße aus abgelesen werden können? Offensichtlich nicht. Aber Heizkosten wird doch mittlerweile meistens abgelesen. Das ist keiner in die... Doch, doch, doch. Die müssen, die müssen anscheinend hier rein. Aufräum streamen. War einfach den nackten Mann. Auch sehr gut. Genau, da konzentriert er sich nicht auf... Wieso guckt mich dieser Mensch in dem Clip eigentlich die ganze Zeit so an? Der ist richtig vorwurfsvoll auch. Ey, hast du dich aufgeräumt? Hast du noch anderthalb Stunden für Erfolg? Go for it. Ja, nee, ich... Ich bin aber überlegen, einfach so lange zu streamen, bis er ankommt. Und dann machen wir den hier. Dann muss er sich hier unten hin. Hier. Der wird dann... Hier so muss er dann... Ah, okay. Also ihr werdet ihn dann sehen. Der muss damit klarkommen, dass die Kamera dann schön auf seinen Klempner-Dekolleté hält. Ich mach ihn dann zum Star. So wie der Aquarium-Saubermacher bei Monte, wa? Ey, ich muss echt sagen, der Holy hat wieder Wunder bewirkt. Ey, ohne Mist. Ich bin nicht heftig aufgedreht, sondern ich bin einfach wirklich genau auf dem richtigen Level wach. Und das wird jetzt auch schön entspannt so bleiben. Finde ich gut. Moin, Gobalax! Wenn er seinen Job streamen würde, wäre ich dabei. Ich liebe es, fremde Wohnungen zu sehen. Ja, 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 ja. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich mag auch immer gerne mal sehen, wie es woanders so aussieht. Ich mag besonders den Geruch. Ich bin immer sehr gespannt auf den Geruch. Wie es bei anderen riecht. Das finde ich immer schön. Oder auch nicht. Ich finde es gut. Das ist auf jeden Fall was für die Compilation, Leute. Weiß nicht, wie ihr den Clip so seht, aber ich sehe es als eine 5. Pisamo Gaming. Bis später. Bis später. Bei mir hat der Holy auch gewundert. Ich hatte den mega Mut heute Morgen und habe den dann beim Sport getrunken. Fühle mich richtig gut. Ja. Bin ich voll dabei. Nach Zigarette und Bier sowie eine gute alte Kneipe. So muss es riechen. Ja. Was ist das denn? Also Mystery Blue, ne? Der Fabi ist ein Kumpel von mir. Hat er selbst geklippt. Bist du, die Blue hat jetzt auch wirklich eine Offensive gestartet. Ich sehe hier einen Clip von ihm. Ich sehe hier nochmal zwei Clips. Das sind alles die gleichen Clips. Eins, zwei, das ist alles der gleiche Clip. Und er ist einmal über die Tastatur drüber gewamst oder was. Was ist das denn für ein Clip-Name? Fabi. Jetzt, jetzt muss es aber überzeugend sein. Okay. Ja, Benni. Okay. Du weißt, wenn du irgendwas essen daust, kriegst du immer von allem ein kleines Stück. Das heißt, es gibt erstmal Brot. Weil Brot, Wurst frisst man nicht ohne Brot. Aua, nicht mein Fingerdusteckel. Und hier noch eine Würstchen. Und dann war es das ab, okay? So, das war's. Fett, 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 feinie, frottie, super, schlag ein, weg. Das war's. Der Benni. Okay. Du weißt, wenn du irgendwas essen daust, kriegst du immer von allem ein kleines Stück. Das heißt, es gibt erstmal Brot. Weil Brot, Wurst frisst man nicht ohne Brot. Aua, nicht mein Fingerdusteckel. Und hier noch eine Würstchen. Hat so seine kleinen Momente, aber... Das war's. Pett, pett, feinie, frottie, super, klein, weg. Das schlag ein, auch cool. Das war's. Der Benni. Okay. Du weißt, wenn... Es ist ein süßer Hund und so. Zu lang für zu wenig Reward. Aber süß. Der Doggo ist halt nice. Ja, aber es geht ja um den Streamer. Ja, Fabi. Da kann ich leider jetzt nicht so viel machen. Auch wenn ich dich persönlich aber lieb hab. Aber ich bewerte hier nicht die Streamer. Ich bewerte nur die Clips und blende alles weitere aus. Süßer Hund. Ist allerdings etwas zu wenig. Auch in meinen Augen. Lieber Fabi. Da gerne mehr. Wir gucken mal ganz kurz hier direkt mal rein. Es ist genau der gleiche Clip einfach. Wie kann das sein, dass der dreimal drin ist? Du weißt, wenn du was essen brauchst, kriegst du immer von allem ein kleines Stück. Das heißt... Was ist denn hier broken? Warum ist der dreimal drin? Es ist dreimal exakt der gleiche Clip. Wie geht das? Man kann einen Clip nur einmal einschicken. Ist der dreimal drin? Da muss ich Clippy mal Bescheid sagen. Einfach dreimal exakt der gleiche Clip. Geht das hier mit rechten Ding zu? Äh... So. Centoris VR. Der selbst geklippt. Wir haben 35 Sekunden vor uns. Es ist VR-Content. Er hat's ernst gemeint. Schauen wir mal. Ich arbeite dran. Er fährt da gerade mit dem kleinen Auto hin. Das ist historisch. Das ist wirklich so passiert. Dann gibt's wahrscheinlich ne Bombe. Ja, ja. Reicht mir jetzt mal so gar nicht. Klar, er schmeißt ein Auto hin und dann... Ich arbeite dran. Und dann jagt er den Panzer in die Luft. Aber das ist ja auch einfach nur ne Spielmechanik. Das ist jetzt nichts. Wo man sich jetzt sagt, okay... Digga. Ich klipp das jetzt selber und schick das ein. Man kann's zwar selber clippen. So für sich selbst, ne. So wie das auch, äh... Unter anderem sehr feine Katze auch macht. Um eigene Compilations dann auch zu erstellen. Aber für die Compilation selbst... Ist es in meinen Augen... Äh... Nichts. Nichts. Are you ready? Okay. Let's go. Es gibt keine Hindernisse. Die Hindernisse sind nur in deinem Kopf. So heißt der Clip. Hallo Graf Elko. Toll. Mit 30 kmh komm ich da an. Haltet euch fest, Chat! Ah! Ah! Komm, 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 du schaust das! Let's go! Acht Prozent! Ist in meinen Augen auch zu einfache Gameplay-Mechanik klar. Eigentlich müsste sie dort warten. Bis vorher die Situation soweit geklärt ist. Die alle sich verpissen. Dann kann sie ihre Route fortsetzen. Man hat's natürlich auch ein bisschen eilig. Das ist klar. Aber ansonsten ist mir hier auch etwas zu wenig passiert, um es in der Compilation gerne wiedersehen zu wollen. Äh, wir gehen nochmal auf Herr Currywurst. Das ist auch wieder der gleiche Clip. Modsong plus Musikvideo. Es ist nochmal... Es ist nochmal genau das gleiche! Da muss irgendwas verkehrt sein. Ist Clippy hier gerade anwesend? Ne, ich glaube nicht, oder? Clippy, bist du da? Ja? Ist ja schon wirklich sehr auffällig. Ich bin tatsächlich immer noch gegen Currywurst-Clips. Ähm, aus welchem Grund? Also, jetzt von dem Streamer an sich? Sagst du, der Streamer an sich geht nicht klar? Herr Currywurst... Oh! Echt? Kannst du das kurz begründen, wenn du so frei sprechen magst? Ich würde ihn jetzt gerne mal selbst kurz abchecken. Okay. Erstmal random rein und es läuft wieder irgendwie so Wumms, Wumms. Und einfach komplett die Hooligan-Fansau Nummer 1 bist. Auch noch nie gesehen, den Kerl. Das ist doch perfekt. Hast du schon mal, Michelle, hast du schon mal Fahne geschwungen, Alter? So diese riesen... Ich glaube, wenn ich... Wenn ich... Das... Dann quatschen. Das ist... In der Mucke bin ich jetzt nicht so. Scheißt auch komplett auf, äh... Also, es ist Partner, ne? Scheißt komplett drauf, ob er die Musik abspielen darf oder nicht. Der war mal mit Gronkh und Co. im Squad, bis es ordentliche Differenzen gab. Ah! Hab gehört, dass er gecancelt ist. Aha! Wegen dem minderjährigen Betrugs-Skandal. Was? Erzählt mir mehr. Was ist da denn bitte los? Er hatte mal einen Vorfall mit seiner Beziehung. Ich meine, wir müssen natürlich nicht breit treten. Ähm, ein bisschen kryptisch könnte er dabei bleiben. Da gab's einen Skandal. Der jährige Kiltz? Ja. Ich meine, gut. Wer im Gronkh-Team ist, der hat dann auch natürlich schnell den Haken zusammen. Aber ist er... Wie sieht das denn so seine Community? Ich meine, ja, aber trotzdem auch immer noch sehr, 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 sehr starke Zahlen, wenn ich mir das so angucke. Ähm, was die Aufrufe angeht. Sehr, sehr stark. Sieht mir kaum gecancelt aus, wenn dann allerdings nur von einer Bubble gecancelt, gegebenenfalls. Aber ich bewerte ja den Clip und nicht den Streamer, ne? Und da muss ich das natürlich auch durchziehen. Ich meine, wenn jetzt hier ein Xavier Naidoo-Clip kommt, äh, müsste ich den auch irgendwie handeln, äh, wo es mir dann schwer fallen würde, den, den, äh, den Streamer an der Stelle nicht so, nicht zu bewerten. Komm, er schockgefrostet aus dem Waschkeller. Ja, willkommen zurück. Ja, heute ist es sehr kalt, ne? Er hat eine Freundin gehabt, und, oder hat sie noch, aber hat mit mehreren Minderjährigen in Team auf Discord geschickt, hm? Zu Treffen verabredet, aber passiert ist soweit nichts. Trotzdem, das war wahrscheinlich ein bisschen notgeil und hat da ein bisschen flirty, flirty gemacht, oder was? Von unserer Bubble gecancelt, behaupte ich mal frech. Ha? Zooming. Kannte das Wort bisher nicht. Leider gab es keinen Zweifel am zweifelhaften Verhalten. Ja, gut, dann müssen wir den Clip jetzt auch nicht nochmal gucken. Den habe ich hier mit dreien bewertet. Kriegt die identische Bewertung von mir, weil es ist ja auch der identische Clip. Es macht aber jetzt gerade keinen Spaß, wenn jetzt die Clips vielfältig die gleichen nochmal eingesendert sind. Merkwürdig. Muss ich mal, muss ich mal mit dem quatschen. Schwabbeltauern. Machen wir mal, was Ernst mitgebracht hat. Schwabbelception. Oh, ich sehe schon. Oh, ich sehe schon. Das wird wild. Ich habe mit der Maus so über den Tisch gemacht. Haha. Wer ist jetzt der aktuellste? Ich würde fast schon sagen, dass er der aktuellste Schwabbel ist, aber wir müssen mal weiter gucken. Ich habe mit der Maus so über den Tisch gemacht. Haha. Ja, er ist der aktuellste. Verstehe ich nicht den Clip. Auch beim zweiten Mal ansehen, keine Regungen. Klar, man sieht ihn dreimal, aber wenn das der Grund ist, Schwabbeltauern, tut mir leid. Danke aber fürs Einsenden. Roaming ist gleich minderjährige sexuelle Anbaggerin. Wohl eine sexuelle Anbaggerin. Finde ich nicht gut. Finde ich absolut nicht gut, sowas. Also wirklich, ab einem gewissen Alter sollte man erwachsen werden. wenn man sich helfen lässt. Körperteile spüren. Körperteile spüren. Da war ich im Stream sogar auch mit dabei. Genau. Dürfte ich also kennen. Ich fühle sie so ein bisschen. Das sind so die Sachen, über die man sonst nicht nachdenkt. Aber einzelne Körperteile an sich spürst du ja gar nicht. Was du spürst, ist die Berührung dieses Körperteils an einem anderen Körperteil. Dann spürst du erst dieses Körperteil. Aber das Körperteil für sich genommen spürst du gar nicht. Ich fühle sie so ein bisschen. Das sind so die Sachen, über die man sonst nicht nachdenkt. Aber einzelne Körperteile an sich spürst du ja gar nicht. Was du spürst, ist die Berührung dieses Körperteils an einem anderen Körperteil. Dann spürst du erst dieses Körperteil. Aber das Körperteil für sich genommen spürst du gar nicht. Ich fühle sie so ein bisschen. Ich bin kein Arzt. Das sind nur 420-Gedanken. Ich weiß, was du meinst. Ich bin kein Arzt. Aber Dr. Freud ist natürlich Arzt. Und deswegen ist das hier natürlich eine Expertise. Es gibt für mich zwei Sterne. Weil es ein bisschen verwirrend wirkt. Und mit zwei Sternen guckt sich das Clippy auch noch an. Die Einstern-Clips, die guckt sich Clippy nicht noch einmal an, wenn sie vorher von uns schon äh aussortiert wurden. So. Wir kommen zum selbstgeclippten Clip von Akkardi. Jumpscares in den Katakomben. Katakomben. Genau. Richtig. Schrieben Akkardi Elden Ring 28 Sekunden beziehungsweise 30 Sekunden. Mal schauen, was wir jetzt hier haben. Oh, eigentlich hab ich's nicht. Okay. Mehr dann nicht. War hier noch nicht. Fick. Nein. Also, er meint wahrscheinlich das hier, dass er von links angegriffen wird, ja, okay, er erschreckt sich da auch ein bisschen, ist aber nichts besonderes, weil das passiert, was passiert da in den kleinen Mini-Dungeons, wenn ich das mal so nennen darf, passiert das natürlich relativ häufig. Dass du mal von rechts oder links von einem Skelett oder hier von so einem Gargoyle-Vieh mal kurz attackiert wirst, das ist ein Augen, ja, also nicht zwingend, aber Akadi, Dankeschön fürs Einsenden, vielleicht hast du ja auch noch mehr aus diesem Stream geclippt. Wir gucken mal zu Lost Kitten, ich möchte aber hier erstmal nochmal Theatern begrüßen, Hallöchen Theatern und Kadi Wolf, herzlich willkommen hier zwei. Lost Kitten Da hätte ich aber an ihrer Stelle, wenn das Live Alert ist, wenn das verwendet werden soll, hätte sie vielleicht das Overlay hier noch rausnehmen sollen, weil ansonsten hat sie das ja dann für immer in dem Overlay drin. In dem Allo drin. Da war der Löffel-Tisch, okay, Entschuldigung, Entschuldigung! Ihr macht mich zu diesem Menschen, ihr macht mich zu diesem Menschen, der ich bin. Das Ende von dem Clip ist besser als der Anfang. Ist aber eher ein Community Clip als was für die Compilation, ist meine Meinung. Die Lache macht's, ja, und ihr macht mich zu diesem Menschen, könnte man auch noch irgendwie verwenden, aber für die Compilation gehe ich sehr stark davon aus, dass wir von Lost Kitten da noch etwas anderes haben werden. Aber einfach nur der Live Alert, ihr kennt mich, ich bin sehr, 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 sehr hart in meinen Entscheidungen oder in meinen Bewertungen reicht's mir. Aber Lost Kitten, auch eine sehr, 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 sehr liebe Streamer-Kollegin, die eins ist nicht für die Qualität des Streams, sondern nur für die Brauchbarkeit des Clips zu betrachten. Hallöchen, liebe Anni, wie geht es dir dann am heutigen Tage? Bist du eigentlich schon wieder negativ? Was sagen die Schnelltests? Und, ja, wie geht's dir, mein Schatz? Hallo zusammen, hallo Scotty, hallo Mamarilo. Ah, Mamarilo kann ja jetzt nicht im Chat schreiben. Es wäre übrigens auch gegangen, wenn du eine Woche lang folgst, Mamarilo, das war so eingestellt. Wenn du eine Woche lang dem Kanal hier folgst, dann kannst du auch ohne Telefonverifikation in den Chat schreiben. So war's eingestellt. Ich hab's jetzt erstmal zu Testzwecken deaktiviert. Sobald aber irgendwelche weirden Sachen im Chat abgehen, wird's wieder aktiviert. Weil, damit sind wir eigentlich bisher ganz gut gefahren. Aber du hast es dir gestern gewünscht, wie auch andere Leute bei Rilo im Chat. Und von daher, Mamarilo, hi. Items hat hier den nächsten Clip für uns. Megadolon, nom, nom. Megadolon, das ist ein riesengroßer Hai. Hey, Chef. Ja. Hey, was ist denn jetzt los? Achso. Willst du mich... Dazu komm ich wieder? For real? We... Was? Wirklich jetzt? Scheiße. Mach doch da jetzt. Der ist dann dort, oder? Hey, Chef. Hey, was ist denn jetzt los? Hä? Willst du mich... Dazu komm ich wieder? For real? We... Was? Das gefällt mir. Wirklich jetzt? Gefällt mir gut. Muss ich sagen, ist was für die Compilation. Aber noch keine fünf. Äh, Jesse? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke! So, da bin ich wieder. Ähm... Jesse ist jetzt da und ich muss mich nicht um diesen Heizungstypen kümmern. Der kommt aber dann trotzdem hier rein und dann lasse ich ihn schön on-cam die Scheiße ablesen. Da kann er noch eine Donation dalassen, der Sack. Ähm... Ich wollte schon sagen, wo bleiben die Mots mit ihr? Hausenunterhaltung. So, Anni schreibt, so wie es aussieht, bin ich noch positiv. Weiß, ey. Wurde die Woche krankgeschrieben und muss bei negativen Tests Antibiotika nehmen. Oh Mann, Anni, ey. Ich hatte es da wieder vollkommen rausgenommen. Ich fühle mich sehr schlapp, bin kurzatmig und es schwankt seit Wochenende sehr bei mir. Laufen hat mich eben total fertig gemacht. Und ich kann nicht mal bei dir sein und dir den Kopf kraulen. Es sei denn, ich will ja auch eine Woche krankgeschrieben werden. Mit Corona. Ach mein Schatz. Der ist immer noch da. Ne, der kommt erst 13 Uhr. Der kommt erst 13 Uhr. Magst du eine Karaoke-Runde mit dem Heizungsmenschen machen? Ah, das wäre geil. Das wäre geil. Mögen sie Karaoke? Möchten sie dem Stream vielleicht was vorsingen? Ich kann ja mal fragen. Aber ich glaube, das wird er nicht machen. Aber es wäre schon cool. Es wäre schon cool. Upsi. So, männlicher... Entschuldigung. Männlicher Assmugel ist männlich. Okay, also ich gehe mal davon aus, wir werden jetzt hier einen, ähm... Einen Schrei hören. Einen männlichen Schrei. Aber könnt ihr mir mal erklären, wie es sein... sein kann, dass... ich in einem Dungeon noch einen Unter-Dungeon habe? Ich werde den Stein mit... den Schlüssel jetzt einfach benutzen. Ich habe keinen mehr. Gut, dass wir darüber geredet haben. Kann ich irgendwo das Tor aufmachen? Wäre schon höchst erotisch. No, ich bin am Arsch. Das Einzige, was der Clip mit mir macht, ist... dass ich brutal Lust auf morgen habe. Morgen gibt es dann wieder schön... Elden Ring, Leute. Oh, hier, gucke mal! The Lost Boy Timbo! Hatte letzten Mittwoch eine Einsendung. Macht immer noch weiter Karaoke. Ja, ja, los! Rein damit! Anni ist bereits mit Johnson & Johnson und Moderna Kreuz geimpft. Im April haben wir eigentlich unsere Boosterung. Das fällt bei ihr jetzt weg. Okay. Insgesamt drei Wochen positiv. Alter Schwede, Rap-Bau. Oder Rap-Bau. Ich habe diese Woche mal kein Karaoke eingesendet. War jetzt schon dreimal bei und mag den anderen erstmal den Vortritt lassen. Jawohl. Kannst natürlich immer einsenden, aber das würde dann jetzt auch von mir tatsächlich zurückgestellt werden, weil ich anderen gerne die Möglichkeit geben möchte. Also diesen Mittwoch um 19 Uhr wieder Einsendungen. Dafür trällere ich dann in deinem Disco der Mittwoch mit. Ja gut, sehr, sehr gerne. So, Lost Boy Timbo ist am Steezy. Guten Morgen. Dann wollen wir doch mal gucken. I say... Wie heißt der Song nochmal? Don't Dream It's Over. Irgendwie sowas. Don't Dream It's Over. Glaube ich. Ach, nee. Don't You. Ach, ich verwechsel die beiden immer. Don't You und Don't Dream It's Over. Ich verwechsel sie immer gerne. Hallöchen lieber Micha. Von dir haben wir auch gleich einen Clip. So, Lost Boy Timbo gib's uns. Was? Was lassen wir aus? Hat was? Hat was? Ach, lasst du mich gerade aus, sagt er. Dankeschön, dankeschön. Ihr versteht aber auch immer viel mehr als ich. Da sitzt jemand bei ihm im Zimmer. La, 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 la bei einer 4 sehe ich es noch nicht es ist zwar niedlich und witzig und ich kenne ihn bei 4 würde ich allerdings zum Teil auch ihn mitbewerten und deswegen sage ich hier sind es 3 Sterne das ist aber völlig in Ordnung guter Clip, mach weiter so Lostboy mach weiter so ich verspüre gerade kein, kein, yeah, vorhin der Kampf war scheinbar ganz okay heißt der Clip übrigens gerade wie Jesse draußen saugt hier sieht es echt scheiße aus nee wirklich ich verspüre gerade kein, kein yeah, vorhin der Kampf gegen diesen Morgoth das war krass, das oh, ne große Rune das war ein krasser Kampf, der war sauschwer und als ich ihn geschafft habe habe ich mich ultra gefreut, sodass ich fast rückwärts vom Stuhl gefallen wäre das war ein guter Kampf, ein sauschwerer Kampf und ein geiles Erfolgserlebnis das hier war pure Scheiße pure dünnflüssige Scheiße mit so kleinen Stückchen drin die, 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 die überall sich so verteilt und die so richtig, die so stinkt auch und, 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 und noch so mit so Haaren drin und so Resten so, so, auch so ein paar Klümpchen auch so auf verschiedene Farben ein bisschen unverdautes die Art von Scheiße das ging mir ein bisschen zu krass ins Detail das ging mir etwas zu sehr ins Detail ist auch etwas zu lang gipfel mir zwei Sternchen an der Stelle äh, kannst liegen bleiben, heißt dieser Clip noch mal, Kalimpo, geh doch nicht weg das fällt bei Daylight, okay noch mal Joro hätte euch unterstützen können äh noch mal, Kalimpo, geh doch nicht weg weißt, ich will dem Kalimpo ein mitgeben und er so nee, Bruder nee, hier hast du Ember du kannst liegen bleiben Joro hätte euch unterstützen können äh noch mal, Kalimpo, geh doch nicht weg ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ganz nett was da passiert ist aber irgendwie hab ich's auch nicht auch nicht so richtig gecheckt mein Mikrofilter ist aber super die Background-Geräusche hm ich hab jetzt eingestellt ich will dem Kalimpo ein mitgeben und er so nee, Bruder äh buh ah ja hu pff heia hm hm ich brauch euch ich sehe eine 2 im Chat was sagt ihr? ah weißt du weiß ich nicht der Sound war jetzt auch nicht so super duper also mehr als zu 2 ist es nicht oder? er ist zur Seite weggesprungen aber irgendwas hat er doch getroffen hat er jemand anderen getroffen? weil dann ist es ja trotzdem gut aus aus äh aus äh Killersicht 1 bis 2, ne? also ich muss ganz ehrlich sagen er hat nichts mit mir gemacht außer dass ich dass ich ratlos zurückbleibe ok ist nicht so einfach mit dem werfen ok er wollte eigentlich eine andere treffen doko doko weiß nicht was die damit meinen doko-hörnchen wahrscheinlich ist es das einzige was das doko-hörnchen von sich geben kann doko doko hallo auf jeden Fall das ist ein ganz süßes kleines Hörnchen da mitgebracht ähm so Rick Hex was Rick Rick Hexto ne Ricket XO der Titel heißt Däger How did you lose Däger is ok How did you lose Däger Beste an dem Clip ist die Katze Dankeschön dass die Katze geklippt und eingesendet hat so was haben wir hier die Holy Granate ist explodiert ne also gut ich grüße immer so ey völlig ok völlig ok da hat jeder so sein da hat jeder so sein so sein Begrüßungstext finde ich doch gut nein ich kann auch Hallo schreiben aber mein Emote sagt ja Hallo das stimmt alles gut fühl dich wohl hier doko-hörnchen ähm wir gucken mal nach dieser heiligen Granate die Bitrate sieht wild aus warte mal ich muss mal gucken warte mal wir gehen mal auf 900p ok etwas besser ich würde die Links die sind closer komm die müssen aus der Zone rauslaufen ich muss aber eben healen ah Granate ich habe eine Granate gemacht das Shieldstun jetzt ja? ja mach go hier äh ja ich weiß ist er down ja? äh ich gehe den ich gehe den healen ich gehe den healen wenn es geht oh nein ja ich auch wo wo? von den Häusern hier werden geschossen? fuck ja von Norden aus sorry ja ich habe einen One-Shot hä? ich war hinter den er steht da komplett offen wiko wiko hilf mir doch ja wie ist denn lang der Clip oder? hat er selbst geklippt? hat er auch richtig ernst gemeint vor zwei Jahren vor zwei Jahren geklippt da hat man sich jetzt auch gedacht so ok was Twitch Clips Germany Twitch Clips Germany äh guck ich mal nach einem übelst alten Clip das machen wir jetzt auch mal wir gehen jetzt mal auf die Twitch Seite Videoproduzent Clips Clips meines Kanals und jetzt wird aber hier mal sowas von da unten gescrollt bisschen lang wenig Action ja sogar noch das falsche Spiel drin da fängt es ja oder hört es ja schon wieder auf hätte dem Feind auch eine Einladung schicken können weil ich einfach just for fun den ersten Clip ein meinen aller allerersten Clip so was war da mal denn hier vor fünf Monaten nee das reicht noch nicht das reicht noch nicht da muss noch das muss noch tiefer gehen mhm sieben Monate nee reicht auch noch nicht das ist alles noch viel zu früh wir müssen noch ganz kurz ein bisschen so jetzt sind wir hier soweit zehn Monaten das sieht schon ganz nett aus wenn ich den ersten Clip einsenden äh wollen würde oh okay das das war weiter kann ich nicht mehr runterscrollen was ist da denn los okay ja äh Bikini ja gut den kennt man natürlich so schön Ripp Wolfi äh Wolfi Dorn ach kann ich mich kann ich mich echt gut dran erinnern ich bin der Mann hier ja das kann ich auch noch ach das ist ja süß das ist ja fast wie so eine kleine Zeitreise hier es knistert oh das das ist ein guter Clip das ist ein guter Clip ähm oder so das war ja 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 aber ach das war cool das hat das hat Spaß gemacht ähm ja ne two guys one bed da brauch ich gerade äh ne kann ich kann ich hier auch nichts ähm ne das sind eigentlich alles so Scheißclips von mir ich schick da auch nichts mehr hin ähm ja hm zwei Sterne bisschen gay ja die Holy Granate hat mir leider nicht gereicht hat mir leider Gottes nicht gereicht der vielleicht hat den Chat offen ah oh ja guck mal das ist auch zum Beispiel so ein random Ding hier was sie hat den Chat offen oh da war ich aber da war ich aber auch noch lauter ne ups ne kein guter Clip viel zu viel geschrien das mach ich doch gar nicht mehr okay der trägst halt's Maul okay ähm Jumpscare durch Ninja Vogel noch ein Jumpscare mhm hat er auch wieder selbst geklippt mal gucken wie wie er diesmal das ist natürlich kacke nicht erschreckt das heißt wenn du Sonntag warte du musst Sonntag heute ist Freitag das heißt du hast auf jeden Fall ja noch du kannst ja auf jeden Fall den Schlaf ja noch nachmachen oh kack geht man's oh mein Gott mhm das war jetzt ein Fakt mhm holt mich leider auch nicht ab holt mich leider auch nicht ab bin jetzt wieder kurz bis mittel lang weg alles klar lieber Flüge bis dann Dankeschön für dein Zappelisabendibuch hast du damals noch geknossit Pupskuss für dich kann schon sein ja mhm der Bulettenschmied oh das klingt das klingt wie ein Bürgerladen der Bulettenschmied bist du bist du ein Bürgerladen Dankeschön fürs Abonnieren mit Prime Gaming Wollebox eingestöpselt eingestöpselt so ohne Röpser mhm das kann man schon größer machen aber ich bin halt eh im Team Big Cam mhm das Covermon hi der Röpser kam unerwartet äh der kam genauso unerwartet für mich wie für euch ach Juckum das nervt der Röpser ist das geil das ist geil Lass ihn erst mal machen, ich find seine Lache, er freut sich gerade wirklich mega, das find ich natürlich schön. Scheiße, was ist da, was passiert, du? Soll ich euch sagen, worum es hier ging? Ich glaube es herausgefunden zu haben, und zwar, hier das hier, kann sein, dass sein Charakter, den er hier spielt, beeinflussen kann, dass das mit dem Ding interagiert. Und da ist das natürlich ein bisschen Popo-Pipi-Kacka-Humor, dass das hier sich daran anstöpselt. Und er war sowieso gerade schon ein bisschen kicherig drauf, und da ist es halt so ein bisschen der Schulbank-Effekt, so nenne ich den. Dass wenn die Lehrerin vorne was sagt, und du bist sowieso schon in kicheriger Laune, und du kriegst dich dann nicht mehr ein, weil du darfst nicht lachen und so. Ich mag es, wie sehr er sich freut, man dürfte dann aber auch wirklich nur diesen Ausschnitt vom Clip nehmen. Hier, ne? So, da, ausschneiden, zack, und das hier im 16 zu 9 Format mit ihm dann hier unten zeigen. Das wäre eine Möglichkeit, diesen Clip zu präsentieren, da wäre er auch groß genug und nicht so schade, da so unten rechts in der, äh linken in der Ecke da so gequetscht. Ich geb den Clip hier drei Sterne. Wir gehen nochmal zu Arkadi. Yannick ist zurückgeblieben. Ich bin zurückgeblieben mit dem, äh, also nicht zurückgeblieben. Achso, so stimmt noch nicht, aber ich bin da. Ich nehm mir jetzt aber das Siegel. Meins. Ich bin zurückgeblieben mit dem, äh, also nicht zurückgeblieben. Achso, so stimmt noch nicht, aber, äh, ich bin da. Ich hab noch, ich nehm mir jetzt aber das Siegel. Meins. Kann ich nicht so recht Kann ich nicht so recht Kann ich nicht so recht gut bewerten Leider nein Leider nein Gott, die macht uns einfach hart Wo war ein Micha eigentlich? Ich hab da vorhin runtergescrollt Dann hab ich Micha schon gesehen Ich find übrigens das neue System Ziemlich cool, dass man dann hier unten Einfach auf mehr gehen kann Das mag ich Das ist sehr sehr cool gemacht Das ist sehr sehr cool Ja, war hier eigentlich auch irgendwo Ach da ist er Bist gleich dran Hast du noch ein bisschen Zeit? Oh nein So, sie zieht den Tod Mandy MandyTV Oh nein Der kommt doch jetzt direkt tot bei mir Okay, ich nehm die erste und die letzte einfach Der Tod Na klar Natürlich zieh ich den Tod Ich hab's noch gecalled Na klar Top Ganz nett Oh nein So Prediction Clips, ne? Los geht's Der kommt doch jetzt direkt tot bei mir Okay, ich nehm die erste und die letzte einfach Okay Ist ein Prediction Clip Kann man machen Da gibt's für die Prediction Gibt's vier Sterne Ist so als Lückenfüller Zwischen zwei witzigen Momenten In einer Compilation Eigentlich ganz gut unterzubringen So, Arcadi Arcadi hat ja Übelst Bock Stammstiger durch Ninja Vogel Schon wieder ein doppelter Clip Micha Ich weiß nicht, ob du vorhin schon dabei warst Aber Sehr viele doppelte Clips heute Mystery Blue Ein und derselbe Clip Es ist wirklich exakt Der Selbe Nicht der gleiche Es ist derselbe Clip Drei Mal Eins Zwei Drei Exakt derselbe Clip Dann hat man das hier Woanders auch nochmal Und jetzt wieder Was ist da passiert? Doppelt eigentlich Geht doch eigentlich Ich kann doch nen Clip Nicht mehrfach einsenden Oder geht das jetzt Seit neuestem? Möge ich auf jeden Fall mal melden Eigentlich nicht, ne? Ist aber wirklich auch Von der Beschreibung Bei Mystery Blue Dreimal Exakt derselbe Titel Exakt derselbe Clip Exakt lang genug Es war genau der gleiche Selbe Sehe ich nicht Mehrere Clipper Es ist derselbe Clip Hat er selbst geklippt Aber da muss ich irgendwie Reinkommen Wie gesagt Derselbe und das gleiche Sind verschiedene Dinge Oh hier guck mal Barentom Als Subscriber Barentom Mehrere Einsender Nahe Es ist der gleiche Und man kann Einen Clip nur einmal Einsenden Im Normalfall Derselbe Aber da muss ich irgendwie Reinkommen Vielleicht kann ich mich Reinbohren Oder du googelst mal Nach dem Trick Mit dem Sneaker Und der Wand Mit dem Sneaker Und der Wand Ich weiß nicht Ob ich jetzt Weinflasche Solche Ja Eine Weinflasche Kann man Na klar Ganz hervorragend Mit dem Straubenzieher öffnen Wenn man es richtig macht Alles ist voll Mit Rotwein Oh nö Ja ich hab's geahnt Soll ich mal Suche unterbrechen Ja bitte Ich Man muss mit dem Schraubenzieher Schräg rein Und dann aufhebeln So funktioniert das Auf jeden Fall Hab ich schon öfters gemacht Na klar Nochmal die Reaktion sehen Ich weiß nicht Ob ich jetzt Die Zeit für Solche Experimente Na klar Alles ist voll Mit Rotwein Und hier ist der Clip Dann zu Ende An sich In meiner Vorstellung Ganz nett Ganz nett Mit Schlitz Nicht mit Kreuz Exakt Exakt Micha Wenn man etwas mehr sehen würde Govalax Da bin ich auch Deiner Meinung Es ist ein bisschen Wenig Was man sieht Vier für die Kecknis Vier für die Kecknis Schwierig Ist schwierig Aber ich sehe hier tatsächlich Auch nur drei Statt vier Für vier Sterne Reicht es mir nicht ganz Aber ja Kann man Wenn man auch wieder Was für Eine Lücke braucht Sag ich mal Ist das eigentlich gern Mittag mit Scotty P Hallöchen Flauschi Das ist dumm Alter Gedeadharded Was hat er Was ist das Erklärt jetzt mal einem alten Mann Was ist ein Gedeadharded Gedeadharded Ein Skill in die BD Es ist eine Fähigkeit Ein kleiner Dash Nach vorne Achso Jetzt hat er sich aufgeregt Er hat das doch gemacht Warum wird er trotzdem Leben getroffen Oder was Wie ist das Die dich nach vorne Spinnen lässt Okay Und das hat also Nicht funktioniert Oder was Hat nicht funktioniert Er ist zu spät Also wenn es einfach Nur ein Skill In dem Spiel ist Und er ist nicht Weggekommen Er ärgert sich Zwar ganz lustig Hat zum Glück Auch anscheinend Einen Limiter Dringehabt Ähm Geht Ist ein Clip Von vor sechs Monaten Schnell weiter Schnell weiter Wir gehen mal auf Paul 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 Gär Nice Abgesmoked Äh PUBG Ich absmoke mich ab Kannst du mich absmoken Der Enter Siehst du den am Baum Da ist 175 Vor zehn Monaten Ähm Hab ich gar nicht gekriegt Hat mich wirklich Gar nicht gekriegt Dass der der CS mit Füßen Gespielt hat Ja Ja Ist das der Ja 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 Wirklich jetzt Ja Sicher Ja Tobi Xboxer Hat man auch schon Äh Er meint es hier wieder besonders ernst Diese Vögel Elden Ring Mein Gott Hab ich jetzt Ein Vogel getötet Weil ich drüber geritten bin Das ist ja nicht schlecht Ey Ne Er könnte vor allem Nicht hier dabei sein Das stimmt Das ist wahr Er rückt Geht gar nicht Ist er hier schon Im dritten Gebiet Oder was Mein Gott Ich bin über einen Storch geritten Da bin ich nämlich Noch gar nicht Mir fliegen die alle Wie Insekten Vor die Windschutzscheibe Beim Auto fliegen Hier Vögel vors Pferd Gibt's doch gar nicht Ja Reicht mir auch nicht Klar Ich meine Er hat den Vogel Jetzt irgendwie getroffen So Aber Puh Das reicht mir leider Auch noch nicht So richtig Wann spielst du CS wieder mit Handschuhen Und so Weiß ich auch nicht Wenn ich Lust habe War lustig damals Auch mit Controller War schon ganz nett Mika Sag einfach das Word Dann sag mal Wow Jemand einfach wartet Dass irgendwas noch Kommt Bist nur zu faul Was richtiges Zum Malen Was für Was hattest du noch K R E I S Kreis Andere Möglichkeiten Weiß ich nicht Ich hab so schnell Kreis angeklickt Bist du dumm Äh Was für Weil er es jetzt verraten hat Ja 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 Ähm Hat auf jeden Fall Was in der Compilation zu suchen Definitiv Das ist Das ist wirklich Stoff aus dem die Compilation Äh Gemacht ist Sehe ich Absolut als Als Äh Als Als Sache an Sie Gibt Einfach Kreis Nicht Ein Ähm Ja Gworak Spielt Hier Horizon Zero Dawn Hat Comp Potential Jawoll Nein Kann man Darunter Sprengen Enttäuschung Sein Gesicht Muss er jetzt Weit Laufen Hat er Irgendwie Was verloren Jetzt Nein Ja Also Nur noch Runterfallen Und Nein Und Bisschen Enttäuscht Gucken Und Ist jetzt Nicht unbedingt Eine Eins Ist aber Auch Jetzt Keine Drei Ist in Meinen Augen Nur Eine Zwei Fällt Darunter Passiert Guckt Ein bisschen Äh Betröppelt Dabei Ja Und Mehr Passiert Nicht so Richtig Also Vier Oder Fünf Aha Ganz lustig Weil Fails Immer Lustig Fails Findest du Immer Lustig Okay So Was haben wir Denn hier Mudmaster 76 Der Clip Geht exakte 30 Sekunden Ne Es sind 29 Ähm Wird er höchstwahrscheinlich Mit dem Clip Button Selbst geklippt haben Denn Äh Benannt hat er ihn Nicht Helfen Farmen Looten Just for fun From Clancy's The Division Okay Was passiert Denn hier Jetzt Goodbye Mal weg Weg Oh ja Hast du gerade Gebuchst Nein Okay Wer wird wahrscheinlich Nicht passieren Da hat jemand gepupst Leute Da hat jemand gepupst Äh Ich hab übrigens mal Äh Mit jemandem zusammengearbeitet Der war mein Arbeitskollege Einer der Top Besten Division Spieler Der Welt War mal mein Arbeitskollege War früher auch ein Streamer Und äh Der hat bei Division Irgendwas mit Nudel Hieß er immer Nudel Die 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 Nudel Irgendwas Nudelnudel Ja Hallöchen Lillimon Grüße dich Schönen guten Tag Hm Nee Also Nur weil jemand gepupst hat Wo kommen wir denn da hin Kaum war man mal rauchen Domi Bär Domi 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 Bär Lost Ark hier Oder was Kaum war mal Äh War mal Doch noch mal Kaum war Mal Kaum war mal Den Sattnichen Kaum war mal Rauchen Das sollte so in etwa klingen Er hat's nicht zu Ende gebracht ne Das ist schon nicht schlecht Den Sattnichen Er möchte gerne sagen Kaum war man mal rauchen Man hier allerdings auch nur mit einem N eigentlich Kaum war man Kaum Oh Jetzt passiert Kaum war man mal rauchen Kaum war man mal rauchen Ja Da muss man ein bisschen aufpassen Sagt's mal selbst Kaum war man mal rauchen Passt Es geht Aber wenn man zu viel drüber nachdenkt Dann wird's komisch Nein Scotty Was Govalax Wie wat Nein Kaum war man mal rauchen Ja war ohne H Und N Und nur mit einem N Ja doch Govalax Im Ruhrpott sagt man Eh Kaum Wammer Ja Wammer mal Wammer mal rauchen Das geht leichter Ja das stimmt Es fehlt einer So Also hier stimmt ja gar nichts Ähm Ich finde aber gut den Clip Ich finde ihn aber gut Kaum war mal Äh war mal Doch nochmal Kaum war mal Ich würde allerdings ein kleines bisschen Dazwischen cutten So kleine Mikrocuts Kaum war mal Den Sattnichen Kaum war mal Kaum Mal Rauchen Das fand ich schon gut Kaum Wahl Wahl Mal Rauchen Ja wenn man Ja wenn man es vielleicht So ein ganz kleines bisschen Sogar noch mit 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 Ähm Na Texttafel Also mit diesem geschriebenen Text Ein klein wenig Unterstützt Hat dieser Clip Äh äh Tolles Potenzial Hier für mich Äh vier Sterne wert Kaum war Ma Mal Ach Bist du auch aus dem Robot Ich Nein Ich bin aus der Schweiz Ähm So Ähm Mass Effect Sauri Lee Hat sie selbst geklippt Sie meint es also Freaky 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 Ernst Was mach ich Was mach ich jetzt nochmal Ach den hab ich doch bei Bei Clippy schon gesehen Bei Clippy im Stream Hatten wir den auch schon Zur Bewertung Was Muss man auch erstmal so hitten Was Jetzt muss ich aufhören Jetzt muss ich aufhören Und das finde ich eigentlich Ist das Beste an dem Clip Also Es ist ein Glücksspiel Clip so Kann wieder falsche Werte Vermitteln Deswegen Ähm Würde ich eigentlich nicht unbedingt Mit in die Compilation nehmen Aber ich finde gut Dass sie dann sagt Jetzt muss ich aufhören Jetzt muss ich aufhören Jetzt muss ich aufhören Jetzt muss ich aufhören Das hat schon irgendwie was Das rettet Für mich Äh Rettet das ein kleines bisschen Ähm Aber ja Man muss es ja vielleicht Nicht unbedingt Mit in die Compilation Mit reinnehmen Ich weiss nicht Ich gebe ihr zwei Sterne Und sie gehört auf Und so schränst du nichts Du bist Schweizer Das hört mir dir gar nicht an Ich spreche aus Erfahrung Äh Hört mir mir wirklich nicht an Ne Trimmt nämlich auch nicht Bibi nimmt den nicht Ja Wir waren ja alle dabei Wir Äh Waren uns da auch sehr einig In dem In dem Stream von ihm Äh Natürlich komme ich aus Bayern Ich bin ein Was ich dabei Hab euch auch alle Im Oktoberzelt schon getroffen Ich hab an der Arbeit Letztens wieder Den bayerischen Akzent Raushängen lassen Und da kommt wirklich Einer aus Bayern Der hasst mich jetzt ein bisschen Ähm Und er hat dann Er hat dann wirklich Ernsthaft bayerisch gesprochen So So reden wir nicht Und er hat Da hier so ein bisschen Bayerisch rumgesommelt Das war ein bisschen Fein Bisschen schwer zu verstehen Und er hat dann Irgendwelche Wörter benutzt Die ich noch nie gehört Geklärt hab Ähm Das ist mir aber zu einfach Ich will den bayerischen Habe ich immer Ihn hier Und hier so Ich gucke immer Total wahnsinnig Und beim Rentner Ich kann den Rentner Kaus Also Wenn ich den Rentner so mache Fühl ich das nicht Aber so Aber so hier Da reiß ich die Augen auf Wieder so auf Und das Funktioniert so nicht Da bin ich nicht In der Rolle drin Und Die Beierische Die rechte Die rechte Seite vom Gesicht Die geht noch Schön nach unten Ich lebe den Rentner Einfach Ja Es ist echt so Den Rentner Den lebe ich Irgendwie Tatsächlich Ja Ist normal Wenn wir unsere Neuen Katzen kaufen Müssen wir auch Die Wir wollten doch heute Eigentlich Vöbeln Äh Hier kein Eldenring Ja Wie lange Wohl noch Wie lange Wird es wohl Bei Michael Hier kein Eldenring Geben Ich bin Und fühle mich Nur Auf Wen Auf Weng Auf Weng Im Motorrad Du siehst du schon Im Motorrad Oder Kann ich Am Sinn verstehen Ich will damit auch Niemals Jemanden Auch nur Irgendwie Beleidigen Das Einfach nur Ich mach es einfach Gerne Am Ende Entertaine Ich mich Damit Jetzt Selbst Ich finde Das mit deinen Dialekten Lust Ich bin aber froh Dass du das nicht Mit Sächsisch Machst Ach Hier und da Habe ich das auch Schon mit Sächsisch Gemacht Aber da kriege ich Immer einen Shitstorm Das heißt dann immer Wir reden nicht so Ja Wenn ich das Mit dem Sächsischen Hier so Mache Dann sagen die Immer Das klingt Ja nicht so Aber Ich finde Ja schön Aber wenn ich Das jetzt Weitermachen Sollte Dann Dann Fühlen sich Die sächsischen Mitbewohner Mitbürgerinnen Und Mitbürger Die führen sich Da wirklich Immer so ein bisschen Da Vor den Kopf Gestößen Und Kopf Gestößen Wenn du Aufgefordert wärst Kriegst du auch Jemanden aus dem Pott hin Ich Bin mir nicht Ganz sicher Wie die Leute aus dem Pott sprechen Da bin ich mir Nicht so sicher Da Da hab ich Die einzelnen Nuancen Für mich noch Nicht so Richtig Auskehrt Und Krieg's Nicht so Richtig hin Herbert Knebel Kannst du als Überspitztes Beispiel Nehmen Herbert Knebel Herbert Knebel Es küt Wie es küt Gänse Fleisch Machen Kofferraum Aufmachen Hier ist nichts mehr drin Da hast du Immer Zwanz Meinungen Na Gotti Dein Sächsisch Klingt Eher Niedlich Ich spreche Anders Ja Herbert Knebel Ähm Geht's einfach mal Hier drauf Das Das Erinnert mich jetzt auch ein kleines bisschen an Hella von Sinnen Es ist aber das Problem Was ich hier schon direkt merke Wenn ich beim Ruhrpott bin Passiert es dann auch zu leicht Das habe ich jetzt gerade schon gemerkt Man Man Äh Geht ein bisschen Auf einmal Man nimmt eine andere Abbiegung Zum Beispiel Ein bisschen Hollidisch Wenn ich Wenn ich Wenn ich versuchen würde Hollidisch zu sprechen Dann würde es ungefähr so klingen Ähm Aber da muss ich auch sehr aufpassen Dass ich nicht dann gucken muss In ein anderes Dialekt zu kommen Ja Das ist dann immer ein bisschen schwierig Sättigkeit unter Freunden ist richtig sächsisch Wie stirbt langsam Teil 3 Kale Grabowski Kennt man doch Da muss ich nicht danach suchen Nicht mit Brutze Billy Sondern Ich als ihm Ja Und zwar Folgendes Geschah Ich hatte mir Ein Kessel mit heißes Wasser aufgesetzt Um das heiß zu kriegen Ne Ja Und um die Wartezeit Bis dahin Einigermaßen sinnvoll zu überbrücken Habe ich mir gedacht Oh komm Herbert Gehst du nochmal eben um Sprungen am Klo Ne Ja Und aus so einer alten Gewohnheit heraus Schließe ich von innen Die Klotür ab Hat halt sehr versteckte Kleine Nuancen drin Ich hatte gerade Schwer zu greifen Platz genommen Da sehe ich Im Prinzip Also ich muss sagen Ruhrpott ist mit Der leichteste Aha Aber von Russisch Ruhrt sich oft in die Schweiz Ja Von Russisch Kommt Ähm Bei Beim Russischen Gehe ich dann immer Ganz besonders auch auf die Auf die Äh Auf die Betonung Auf Die Betonung Wenn ich machen würde Ein Russland Akzent Ich würde gerne Auf die Betonung Das äh Aber naja Auch alles nicht so gut Deswegen habe ich das auch Bei mir nicht mit drin Comedy Komedio Duo mit dem Namen Zärtlichkeit Unter Freunden War kein versauter Witz Ah so okay Versteh Auf die Betonung Okay gut Äh Da haben wir da mal Kurz drüber gesprochen Eigentlich wollte ich mir doch Hier den Clip von Von Micha angucken Hier Kein Elden Ring Äh Hat da Hat der Manu Leider Gottes Nicht Benannt Wir gucken mal Was er uns mitbringt Äh Lustig übrigens Äh Wenn ich meinen YouTube Aufmache Habe ich hier mindestens Auch immer ein Äh MrTricksXL Oder Matthias Berger Video Das ist gerade lustig Weil Weil Äh Hier Auch gerade MrTricksXL Am Amstisi ist Lustig Wir haben den Selben Geschmack Ne Karten Dieser Karten Trick Food Zauber Na Lol Was Was ist Jetzt passiert Micha Markierte Karten Dieser Karten Trick Food Zauber Na Lol So Das war wieder ein Sekundenschlaf Ich bin wieder hellwach So Hast dir Flo gemacht Das passiert dir aber nicht wirklich Immer mal oder Das Ich hasse das Ich hasse das Ich kann da nichts gegen tun Das ist das Problem Ich kann da Markierte Karten Dieser Karten Bitte Na Lol So Das war wieder ein Sekundenschlaf Ich bin wieder hellwach So Alter Crazy Ich hasse das Ich hasse das Crazy Ich höre Jesse Ich höre meine Stimme aus dem Flur Hallo Hallo liebe Mitbewohnerin Ich höre meine Stimme Lustig Ähm Ja das ist eine 5 Interessant 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 Loll ey Jesse Kommst du mal eben Danke Danke Du setzt dich jetzt hierhin und bewertest diesen Clip Scotty liebe Scotty liebe Scotty liebe Scotty liebe Du kannst meine Brille haben Na klar Das sind doch meine Brille Ich muss nämlich mal pinkeln und Jessie wird diesen Jaja, sie sieht nichts Oh Gott, oh Gott Juhu Prusbild, alles klar Hallo Hallo, grüß euch Ich hoffe, euch geht's gut So, da wollen wir mal werden Oh Gott Oh Gott, jetzt hat sich hier alles verstellt Ja, das ist auch wieder mal super Das ist doch gut Was ist jetzt los Oh Mann Ich habe irgendwas falsch gemacht Oh nein Was denn jetzt Oh nein Das ist nicht gut Das ist blöd Was kriptet's denn hier jetzt Also ich habe den Clip jetzt überhaupt nicht verstanden Was ist denn da jetzt überhaupt passiert Oh Gott, jetzt hat sich hier alles Jetzt fabriziert Was sagt ihr Oh Gott, jetzt hat sich hier alles verstellt Ja, das ist auch wieder mal super Das ist doch gut Oh nee Oder eins und zwei Ja, bin ich auch dabei Oh Mann Ich habe irgendwas falsch gemacht Oh nein Was denn jetzt Also wer ihr Gesicht Also wer ihr Gesicht Das ist nicht gut Das ist nicht gut Ich weiß nicht Gut, okay Ich Hier jetzt fabriziert Ja, genau Gut, ich Macht gut, viel Spaß noch Ja, das ist doch wieder mal super Lass ein Follow da Das ist doch gut Lass ein Follow da So wie sie mir meine Brille da lässt Was ist jetzt los Oh Mann Ich habe irgendwas falsch gemacht Miss my lady Miss my lady Miss my lady Oh nein Was denn jetzt Ähm Ja, nee Ja, ist Also, ne Beim Stream geht halt ein bisschen was schief Haha Hihi Hm Das Das würde ich sagen Das Miss my lady Da Sie hat gerade in den Chat geschrieben Wir haben wieder Tolle Vertretung Da Ist der Link Devo Do 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 Weil Ich kann den Namen nicht sprechen Do 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 Ha ви Oh Why Du Warum Du Du Ganz Schwert Und sich auf Leif War Von Und W War 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 Nochmal Ach, Devoli Devoli Hier mit dem Evoli, Devoli Nicht Woli Alles klar, lieber Fawks Alles klar, lieber Fawks Alles klar Ah Naja Ja Ist schon ein bisschen Hihi Ein kleines bisschen gestellt aus Habe ich auch das Gefühl Auch wenn ich es eigentlich nicht nachsagen will Ich bin da aber auch beim Covermon Nicht ganz den Stuhl getroffen Ist immer noch besser als Früher runterzufallen Zwei von fünf Frühlingsrollen Ich bin auch bei zwei Gucken wir uns bei den Clip von der Hardy an Von Elden Ring getrollt Na dann schon Bei Elden Ring Clips bin ich besonders kritisch Ungünstig Oh mein Gott Wie asozial ist dieses Spiel Wieso? Das war eindeutig sein Fehler Ich bin mit meinem Schwert an der Kante von der Mauer hängengeblieben Ja Hä Was? Sonst hätte ich einen gelegt Die Mauer muss weg Oh mein Gott, wie asozial ist dieses Spiel? Ein bisschen assi. Selbst schuld, wenn man gegen eine Mauer haut, ja. Hat aber hier auch irgendwie was. Also ein bisschen was hat es ja schon. Aber bei Eldenring ... Ich versteh die Aufregung, aber naja. Ja, äh, raus aus meinem Kopf. Genau die gleichen Worte hab ich mich auch gerade gedacht. Mhm. Ist schon ein bisschen witzig. Naja, zugegeben, der Gegner hat durch die Mauer durchhauen können. 2 von 5 Nuggets. Jetzt geht's aber los. Für eine Golden Ring Compilation vielleicht, aber sonst mh, guter Gedanke, guter Gedanke. Ich geb hier mal 2. Ähm, wegen dem guten Gedanken einer Eldenring Compilation, da wird ja sicherlich auch einiges an Clips eingesendet und da passiert auch vieles. Äh, jetzt gucken wir uns erst mal ein bisschen Skillig, äh, Skilligkeit an. Äh, Skillheit, Skilltathas von Dalukart. Alle 3 raus. Okay. Wehe, 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 wehe. Ah, Ruhat, komm! Hauptsache... Musst du eben vorbei? Nein! Vlesk geschwommen. Nein! Nein! Moment, bist du auch raus? Ihr seid alle 3 raus. Ey, Vlesk, wir sind zum Dritt rausgeflogen. Was ist das? Ihr mich draußen am Teufelschen. Hallo, das ist Betrug. Ich war eindeutig vor Vlesk. Ihr seid alle 3 raus. Ich war vor Vlesk. Das ist beschiss. Ja, das war, weil wir ineinander standen wahrscheinlich. Pardino. Gibt's Besseres, oder? Da gibt's Besseres. Das hab ich jetzt so nicht gespürt. Leider. Weltatlas. Hallo, hallo. Weltatlas 5. Ist schwierig zu verstehen, wenn man das Spiel nicht kennt. Hm, 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 hm. Jonas. Deine, äh, Art zu denken gefällt mir. Ja. Ein Dalu-Fail ist aber selten. Ja, und deswegen müssen wir es auch gleich unterm Tisch kehren. Wird nie wieder irgendwo erwähnt. Ein Fail von Dalu-Kart. Das passiert ihm nicht. Ich bin im Fernsehen, again. Rumora TV hat das hier wieder mit selbst geklippt. Rumora TV kennen wir unter anderem aus Clips wie dem Yu-Gi-Oh! Und, äh, noch anderen Clips, die mir jetzt gerade nicht einfallen, weil wir sie nicht so gut bewertet hatten. Aber ich glaub, einen richtig guten, äh, Burner hat er auch wieder mit dabei. Ich bin im Fernsehen, again. Äh, dann gucke mal. Gucke mal, gucke mal, gucke mal. Warum macht der nicht auf Deutsch? Untertitel. Umsehen, rechter Stick. Oh, sehr gut, DevTalks. Schön gemacht. Guck mal, es sieht aus, als ob meine Kamera da drin wär. Hallo, ich bin im Fernsehen. Hahaha, ich bin bei meiner Fantasy-Mama. Aus deinem Kind ist was geworden. Hihii. Okay. Warum macht der nicht auf Deutsch? Untertitel. Äh, ist so herrlich ungefiltert. Aber, nicht ausreichend. Aber, herrlich ungefiltert, find ich. Da, seh ich das Positive immer noch. Bisschen cringy vielleicht. DJ Wu mit seinem neuen Song. DJ Wu mit seinem neuen Song. Hat Wu auch selbst gemacht, ne? Nee, what's up? Oh, das, das geht ab. Das ist der Beat. Er hat halt einfach auch geilen Style, ne Topcam. Es, es sieht schon wirklich, äh, also, es sieht schon hochprofessionell aus, find ich. Also, ganzen Kamerazeug. Oh, wie schön. Und das geht auch. Ende dann ein kleines bisschen vielleicht zu übermimt, aber... Für vier Sterne reicht's. Derft. Eins. Ohoho. Ein Moan. Äh. Habe gedacht, dass das unten ein Bild wäre, weil die Cam so nice ist. Äh. Das ist wirklich schon. Also, die Quality seiner Cam, die ist wirklich... Die sucht seinesgleichen. Ob der da eine Fernsehkamera stehen hat oder was? Zirpex. Äh, ich find's immer noch schade, dass er seine langen Haare nicht mehr hat. Aber so seine, seine Haare sind natürlich so wunderschön, dass er auch diese Länge hier ganz einwandfrei tragen kann, das Hörpacks. Äh, Clip wurde von ihm direkt geklippt. Wahrscheinlich mit der Clip-Taste. Ähm, Indiz dafür sind genau 30 Sekunden. Und ein nicht benannter Clip. Das wird er also auf Schnellwahltaste, ähm, nebenbei gemacht haben. Hier hat er gegen einen Ritter gekämpft. Ich kenne das Gebiet. Ich kenne den Ritter. Äh, er hat ihn sehr schön aus dem Lager hier rausgeholt. Und... ...mit zwei Estors, einem Großschwert. Gucken wir mal. Gute Dodges. Na, warum mir alles nicht dreht wie 5. Oh, schön. Einmal noch drauf. Und da wird's wahrscheinlich... Da wird wahrscheinlich der Haken sein. Ja, ja. Chade. Chade, schade. Hahaha. Er schluckt's aber runter. Gut gedodged zweimal. Richtig gut. Und dann... Er hat... Er hat Ausdauer. Er schlägt einmal zu. Jetzt hat er nämlich keine Ausdauer mehr. Und genau das ist das Problem. Er kann nicht mehr weg. Ausdauer weg. Hale. Ich mag es. Ich mag es. Aber... Bei Elden Ring Clips bin ich, wie schon erwähnt, unfassbar streng. Und sehe hier auch nur, dadurch, dass er so eine niedliche Reaktion darauf hat, die kaum spürbar, aber trotzdem... ...päsent ist. Ähm... Wann ist da? Ich hab's gerade klingeln hören. Also, wir könnten ein Duett machen. Kommt gleich. Achso, ich muss ja noch den nackten Mann machen. Stimmt. 180 Jahre alt. Sei in meinem Schlafzimmer. Gaudi P. How much there is to see. Just open your eyes and listen to me. Also, direkt hinter dem Vorhang auf dieser... Dann sehen Sie es. Ja. Vorhang nur noch ein ganz kleines... Wie lange machen Sie den Job schon? Ewigkeiten, ne? 15 Jahre. Ich weiß nämlich, das sind immer Sie, die bei uns hier reinkommen. Ja, genau. Hat mir eben auch Bescheid gesagt. Wollen Sie was singen? Wollen Sie was singen? Die Leute erwarten, dass... Also, 200 Menschen schauen hier gerade zu. Und, ähm... Die möchten natürlich sehr gerne mit Ihnen singen. Sie können zumindest mal Hallo sagen. Da in die Kamera. Einfach Hallo. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Seid ihr jetzt glücklich? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen. Dankeschön für den Besuch. Ist auch nicht süß. Ist auch nicht süß. Oh, Baby, I love you way. Every day. Eee, eee. Gut. Ist süßer. Okay. Das war super süß. Sagt Lost Kitten. Ich hab ihm vorher Bescheid gesagt, Pinky. Alles ist in bester Verordnung. Ich hab ihm vorher Bescheid gesagt. Ressi hat ihm vorher schon Bescheid gesagt. Er hat sich dem gestellt. Und er war sehr souverän. Ich glaube, noch ein bisschen Zeit und er übernimmt den Stream. Oh, wir tauschen jetzt nochmal aus, ja? Er klärt sich die Nummer. So. Erst mal Jessis Nummer klären, Leute. Er fängt bald seinen eigenen Twitch-Kanal an. Nennt sich dann Heizungsmensch. Jetzt könnte jemand von euch natürlich einen Kanal machen. Er nennt sich Heizungsmensch und ist dann hier VIP. Hab's aber nicht gesehen. Okay. Ich komm... Ah, okay. Wir wissen wieder, wie es gelesen wird. Hier. Ich komm, hör dich weg. Na, hoffentlich sagt er es auch so. Guck mal. 21 Sekunden. Die Streamerin heißt... Nini J. Heizungsmensch for the win. Ist so. Ich hab' ich sogar einen Stern. Ich hab's aber nicht gesehen. Wenn Rogue eine Frucht wäre, welche wäre er dann? Rogue! Nein, Herr Seles! Herr Seles, hab' ich festgefunden. Ich komm' mir nicht weg! Komm' mir nicht weg! Ich komm' mir nicht weg! Ich komm' mir nicht weg! Das, Herr Seles, das gibt sowas von Stress. Das schieb' ich voll auf deine Kappe. Das ist, glaub' ich, was, was Twitch Clips Germany auch mögen könnte. Rogue, wenn Rogue eine Frucht wäre, welche wäre er dann? Rogue! Nein, Herr Seles! Herr Seles, hab' ich festgefunden. Ich komm' mir nicht weg! Komm' mir nicht weg! Ich komm' mir nicht weg! Lingen! Das, Herr Seles, das gibt sowas von Stress. Ja, also, das Spiel, was Freundschaften zerstört, halt, mhm... Man weiß es. Äh, ein bisschen knuffig, auch so dieses... So, das könnte, also, es... Ich will damit sagen, dass das sowas in der Art schon auch häufig bei Twitch Clips Germany vorkommt. Und, das kann man so machen. Ich gebe an der Stelle jetzt hier drei Sterne, um, äh, zumindest sicherzustellen, dass er sich den Clip hier nochmal anschaut und dann selbst entscheidet. Äh, ich muss ihn, müsste ihn jetzt nicht zwingend in der Compilation sehen, aber ist jetzt auch kein, äh, schlechter Clip. Drei von fünf. Die langsame Steigerung der Eskalation und diese plötzliche Ruhe ist schon nice. Hm? Was denn? Alter, ist das hässlich. Mäh. Nicht selbst geklärt. Alter, ist das hässlich. Mäh. Alter, ist das hässlich. Hat was. Comedy entsteht hier durch das entsprechende Timing. Alter, ist das hässlich. Und weg. Ah, äh, es ist aber auch kein Fünfer-Timing. Die Ziege beschwert sich wohl. Ja, also, äh, ne, wie gesagt. Das Timing nach seiner Bemerkung ist gut. Fünf gut, nein. Vier gut? Sagt er, ist es vier gut oder drei gut? Da würde ich gerne mal von euch ein bisschen, äh, Input abwarten. So, bin mal im Regenzimmer und wechsle danach den Läppi für den Ich-mache-Haushalt-Modus. Falls wir uns nicht mehr sehen, euch allen noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag, aber was ist denn das Regenzimmer? Ach. Dusche. Regenzimmer. Bad. Dusche. Nice. Schlau. Ohne fremde Hilfe habe ich. Drei, 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 drei. Ist, 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 ist ein, ist ein drei guter Timing, ne? Okay. So, Klobürste riechen. Was? Wer? Was? Klobürste riechen. Heute ist es in. So. Ja, Mann, Riesa! Leute, wir müssen mit... Hup! Ja, mein Zepter. Oh. Das ist mein Zepter. Auseinander reden. Ich war gerade auf Toilette. Kabine Nummer eins. Hat einer zu viel Toilettenpapier genutzt. Kabine Nummer zwei. Das war eigentlich fürs kleine Geschäft. Und über Kabine Nummer drei will ich hier öffentlich nicht reden. Beherrscht euch mal ein bisschen. Ihr Schweine. Es ist nur die gleiche. Das stinkt hier schon. Ähm. Ungefähr bis zum Dreiviertel ist der Clip wunderbar. Gibt für mich sogar eine Fünf. Es ist wieder so außerhalb des Twitch-Kontexts. Würde ich mir schon in der Compilation vorstellen können. Absolut. Absolut. Äh, ja. Das Zepter. Crazy. Also da war ich jetzt wirklich... Damit hab ich nicht gerechnet. So? Ist das eventuell auch so die typische Reaktion von Leuten, die mich dann hiermit irgendwie so sehen? Dass die dann... Dass die das erwarten? Ich meine, gut, da kann ich mich gar nicht wirklich reinfühlen. Weil ich erwarte das ja. Weil ich mach das ja selbst. Äh. Aber jetzt war ich gerade auch ganz kurz so. Bin der jetzt mit der Klobürste? Kann schon sein, ne? Zepter SJ. Haben wir denn hier mitgebracht? Äh. Nicht selbst geklippt. Ist vor sechs Tagen. Ist FIFA. Was ist mit der Kamera los? Was ist denn mit der Kamera los? Oh, da vorne kommen schon die ersten quer. Wie wild ist denn die Kamera? Nein! Zepter! Das Bildverhältnis stimmt ja gar nicht. Also erstmal, leider Gottes, langweiliger Clip. Weil ich guck noch mal ein bisschen auf den Content. Nein! Zepter! Zepter! Und ich steh. Ah gut, okay. Ist halt ein ganz netter 360. Aber leider Gottes bin ich so abgelenkt von dem Seitenverhältnis des... der Kamera. Es ist halt, ob man irgendwie Breitbild noch weiter zusammengeengt hat. Ja, cool. Mal kurz durch die Presse. Geht nicht ganz nach FIFA aus. Ach so. F1. Habe ich FIFA gesagt? F1. Ist kein FIFA. Aber die Kamera, die macht mich völlig fertig. Im Vorne und hinten nix. Außer der 360 halt. Weißt du was? Für 360 gibt's jetzt... Wobei... Muss nicht in die... Ah, vielleicht doch. Es ist halt ein ganz netter 360, aber... Boah. Bitte nicht die Kamera. Vielleicht... Aber auch... Ach. Der wollte nur kuscheln, Mensch. Druckverlust. Ja, äh... Ah, jetzt haben wir wieder. Alter, das hat beinahe geknallt. Ist denn da los? Ich glaube, der lastbaren Fahrer... Der wollte nur kuscheln, Mensch. Vor ihm beschwert sich auch gerade richtig. Hat das einer geklippt? Gab's bis... Gab's auf jeden Fall schon besseres? Scheiße. Oh, 20 Jahre bis zur Rente, Alter. Leck mich doch am Arsch. Ja, äh. Alter. Alter, das hat beinahe geknallt. Da ist da Micha von Ulrichstein am Steuer. Der wollte nur kuscheln, Mensch. Wegen dem Sekundenschlaf. Ein Callback. Hat das einer geklippt? Also ich mag das tatsächlich, immer so bei ihm in den Clips zu sehen, wie falsch sich Leute auf der Straße verhalten können. Also schon. Ja, hat das einer geklippt? Ist auch immer schön, wenn das da so mit drin ist. Ja, Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert. Ich seh's hier mit drei. Ich seh's mit dreien. Wer bietet mehr? Seid ihr meiner Meinung oder bietet ihr mehr? Ist da auch mit dabei, ne, Jonas? An der Ratte würde hier sogar nur eine 2 geben. 3 ist okay, ist solide. Mhm, mhm, mhm. Okay, gut. Da sind wir uns einig. Kommen wir uns mal den nächsten Clip an. Das ist exakt auch wieder der Clip. Dario Rili. Gucken doch mal nach oben. Und der heißt auch im Gefühl. Und ist auch von ihr geklippt. Es ist exakt derselbe. Elf Aufrufe. Elf Aufrufe. Also, ey, ich verstehe es nicht. Es ist ja Zeitverschwendung. Eigentlich können Clips nicht zweimal eingeschickt werden. Das ist ja wirklich Quatsch. Ich meine, äh, ne? Wenn ihr einen Clip wollt, äh, ruf den einfach. Geh den selben Clip nochmal. Okay, denselben Clip nochmal. So, Fortuna Franni. Da schauen wir uns an. Bei Valorant ist was passiert. Die pure Freude, wenn man es einfach mal probiert. Kann alles kommen. Shit. Ach, das ist der Ninja-Defuse. Hatte ich auch schon bei Lippi im Chat gesehen. Echt jetzt? Echt jetzt? Ahaha! 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 Is'n, is'n Top Clip. Ahaha! Einer der seltenen Shooter-Clips, die, die ich wirklich mal gut finde. Ich meine, einen Ninja-Defuse bei drei lebenden Leuten einfach mal so zu probieren, ist clipwürdig und kann auch mal in so eine Compilation rein. Hier möchte ich gerne fünf Sterne geben, weil es einfach wunderbar ist. Gesundheit. Dankeschön. hat es richtig, äh, richtig, äh, richtig Power gekriegt, ja. Naja. Äh, Bonchvar, was hast du uns da mitgebracht? Weizen ist Gemüse? Ich muss mal über den Titel nachdenken. Ist Weizen Gemüse? Wäre ja Brot, was aus Weizen ist, auch Gemüse. Nee, ist Weizen ist kein Gemüse, sondern Weizen ist Getreide. Und Getreide ist Getreide Gemüse? Oder ist Getreide, Getreide, Gemüse, Gemüse? Hm. Bier ist Gemüse. Wenn Getreide Gemüse wäre, wäre Bier auch Gemüse. Haha, also was ist hier gerade los, ey? Mein Kopf explodiert gleich. Dann wäre Tofu Gemüse. Tofu ist aus Getreide? Ey, woaus ist Tofu eigentlich? Achte mal, Tofu ist einfach irgendwie aus alten Radiergummis, äh, das dann so weggeschnitten. Alles, was, alles was noch so halbwegs gut aussieht, so in kleine Radiergummistückchen geschnitten und Tofu ist Soja. Okay. Aber Radiergummis sind aus Soja. Bin gebautet. Am Ende ist alles Toastbrot. Getreide sind Gräser, Lauch ist doch auch ein Gras, also ist Getreide Gemüse? Boah, ey, das ist ja, das sind ja Formen an. Nichts ist Gemüse, denn eigentlich wird das erste Gemüse, wenn es gekocht wird. Davor ist es Obst, beziehungsweise einfach nur eine Frucht. Orala, ey, jetzt wird es aber ganz kriminell. Ich glaube, trockene Samen zählen nicht als Gemüse. Riech, das dürfte kein Gemüse. Romfleischnuggets. Unnützes Wissen für 1000, für 400. Alles Nestle, alles Hähnchen. Gut, wir kommen ja nicht weiter. Wir gucken mal, was Sponja uns mitgebracht hat. auch noch Semmelbrösel und garantiert ist hier nicht drin irgendeine Form von Gemüse. Also wirklich Zählt Makaroni nicht als Gemüse? Makaroni ist doch aus Hartweizen. Weizen kein Gemüse, nee, es ist Getreide, ne? Auch noch Semmelbrösel und garantiert ist hier nicht drin irgendeine Form von Gemüse. Also wirklich Also wirklich das perfekte Fresschen für Leute, die kein Gemüse wollen. Ähm Ach so, ist ein Matteo-Moment. Kartoffelngemüse? Ja. Ein Knollengemüse? Ja. Ich glaube schon. Ähm Ja. Es ist relatable. Man kann mit dem Chat darüber sprechen und es macht ein Thema auf. Es macht ein Thema auf und deswegen gebe ich hier vier Sterne relatable Thema Brisanz Skandal noch für coole Worte. Was wird denn da gelacht? Ich glaube ich werde aus der Küche ausgelacht. Rottgas flüssiges Gemüse. Ja, dann auch aus Getreide. So, ich google jetzt, ob Getreide, Gemüse ist Ruhe. Gut, wir warten. Thema? Es wird eine Diskussion, die Ausmaße annehmen wird. Ja, ja. Ich glaube Melonen sind sogar Kürbisse. War ich echt gleich ihm aus, ey. Bis zur Besinnungslosigkeit. Wir gucken mal. Ein, zwei Bier zählen nicht als Suff. Willet ihr mir dazu stimmen? So, ein, zwei Bier zählen einfach nicht als Suff. Ich nehme mich zu. So, wenn ich mal essen gehe, natürlich trinke ich ein Bier oder zwei oder so. Das zählt nicht. Ich meine, so richtig wegkloppen. So richtig bis zur Besinnungslosigkeit reinräuten. like this. Ich komme rein und so ein Thema. Orchestras tut mir sehr leicht. Aber mach dich, ich schmeiß dich bitte ins Giveaway. Zwölf Bier, zehn auch nicht als Suff. Wait a minute. Ein bis zwei Bier sind Genuss. Ab vier wird kritisch. Mit Tasche hast du abgenommen? Nein, das ist nur ein anderer Kamerawinkel. Ich war schon immer dünn. Ist nur wieder so Community-mäßig muss man dabei gewesen sein. Für die Compilation nicht zwingend. Wodka wird auch aus Kartoffeln gemacht. Darum meint er Flüssiges. Ach, Wodka ist ja aus. Welcher Schnaps ist aus Getreide? Thorn. Seidenkorn. Gut. Ey, das führt wirklich zu weit. So, was sagt Google? Wodka wird aus Getreide gemacht. Also doch. Ich fühle mich plötzlich so dumm. Ich habe Essen nicht studiert, Leute. Tobi X-Boxer haben wir wieder mit am Start. Er ist noch bei Eldenring. Ne. Hä? Was? Spielt Freitag Freitag der 13. Diese Vögel. Ja. Hatten wir doch vorhin schon. Hatten wir doch vorhin schon. Also es geht mir langsam hier richtig auf den Sack. Äh, Kabelbinder der Trigger. Hm? Hm? Was was haben wir hier für ein Thema? Also nicht den Clip hatten wir schon ist immer noch Assassin's Creed. Nein. Nicht Assassin's Creed. Samma. 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 Ah. Wat? Oh. Oh, warte mal. Stimmt. Stimmt. Ich habe nichts gesagt. Es ist Assassin's Creed. Ich habe nichts gesagt. Ey, ey. Boah. Samma. Äh, ja. Ah, okay. Ich. Du hast recht. Der Punkt geht an dich. Zehn Sekunden Timeout für Coverman, weil er recht hat. Das mache ich sogar höchstpersönlich, ne? So, Purge, Delete. Was? Wann? Wie geht das hier? Kann ich ihm dir zehn Sekunden geben? Geh nur zehn Minuten? Hm. Ach komm. Dann gebe ich eine Sekunde. Schöne Sekunde getimeoutet. Jetzt freu dich über, darüber, dass du recht hattest. Gibt einen schön eine Sekunde Timeout. Und der hat sich gewaschen. Ja. Alle Spuren aus dem Chat gelöscht. Also dich, dich fickert das. Loppy. Bist du doch wieder da? Also die Definition ist Ja und Nein. Okay, mein Kopf explodiert. So, Kabelbinder. Also dich, dich twiggert das, ja? Dich, dich twiggert das Geräusch. Okay, warte. Dich twiggert das, ja? Twiggert dich das immer noch? Ich frage für einen Freund. Warte, warte, aber wenn dich das nochmal triggert? Äh, flowjob, wenn dich das nochmal triggert? Geht ein bisschen zu lang. Haben wir da noch ein, noch ein uniques Setting Point? Nochmal für dich, nur das, nur das ist nicht nochmal so richtig. Wird nicht besser. Brauchen wir nicht, ist auch wieder, hm, musst du dabei gewesen sein für die Community, für, hey, guck mal, weißt du noch, gestern beim Lost Rider im Stream ist es was, aber Compilation nicht wirklich geeignet wird. Zwei von fünf Kabel, Pinder. Ich hab bei Flowjoe was ganz anderes verstanden. Hm? Hm? Gerade gekommen, Loppy, willkommen zurück. Sagt das Covermon, wow. Hat er jetzt insgesamt elf Sekunden in der, in der Timeout-Hölle verbracht. Und wie war's so? Was, oder? Profi am Start. Big Eye hat's geklippt für V-Razer. Wer übrigens 71 von seinen 200 Subs hat, ich habe jetzt 478 was echt schon sehr stark ist, seid echt ne stronger Community. Krasse Scheiße. Also das sind übrigens die Abo-Punkte, ne? Das sind nicht die einzelnen Abonnenten. Wir haben ja hier und da auch ein paar Verrückte, die auf Stufe 2 oder Gott bewahre sogar auf Stufe 3 abonnieren. die pushen die Punkte natürlich ein bisschen weiter nach oben. Ja. Und bei 1000 Punkten ähm kommt die nächste Twitch-Partner-Bewerbung. Das kann, das kann ewig dauern, wie es will. Mir ist es, mir ist es gleich, aber eines Tages werde ich mich freuen. Okay. Jetzt gucken wir uns den Clip an. Das ist aber hier diesmal wirklich Elden Ring. Oh, goldene Runen, sehr nice. Gibt mich übrigens auch, Tina. Nein! Das ist wirklich ich weine gleich. Ja, ja. 665 Runen verloren, geht alles noch klar. Hm. Mö. Elden Ring bin ich knüppelhart. wieder der gleiche Clip. Oh, Mann, Clippy, da müssen wir was machen, bitte. Das macht mich total wahnsinnig, wenn ich dann das gleiche nochmal sehe. Was habe ich vorhin gegeben? 5. Aber echt belastend. So, Lilly. Das Game ist auf jeden Fall cool. Was ist es denn? Horizon, oder? Ne, A Plague of Innocence. Habe ich auch damals schon im Stream durchgespielt. Ne, Off-Stream habe ich durchgespielt. Im Stream habe ich es dann mal angefangen. Hm. Und muss sagen, ist absolut kein Spiel für den Stream, weil es zu viel Aufmerksamkeit erfordert und auch echt ein richtig schönes Ding ist. Ich glaube, da kommt dieses Jahr sogar, ich glaube sogar demnächst, der zweite Teil. Was macht die Hand, Scotty? Sieht offen aus. Die hier, das hier, da habe ich mich, da habe ich mich nur am Backofen verbrannt. So offen ist es gar nicht. Das ist einfach nur eine heilende Hautschicht. Bisschen verbrannt und tut nicht weh, merke ich gar nicht. Aber es stimmt doch mit den Einsendeprogrammen nicht, oder? Hm. Immer schon eincremen. Ah. Ah. Das ist schon okay. Ne, Limon. Was ist denn hier passiert in dem Spiel? Das Game ist auf jeden Fall cool. Ah, ich weiß, wo sie ist. Jo, jo, jo. Da bin ich auch zwei, drei, vier Mal gestorben. Das Game ist auf jeden Fall cool. Ja. Timing ist super. Das Game ist cool und dabei stirbt sie. Das ist auch gut geklippt. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Das Game ist auf jeden Fall cool. Kann man auf jeden Fall machen. Lilly, kann man machen. Ich vermute allerdings, dass du sicherlich noch einen besseren Clip hast. Wenn nicht, kann man den auf jeden Fall eigentlich schon verwerten. Das sind vier Sterne für mich. Timing passt. Das Game ist super und du spielst es und du stirbst und dann bist du natürlich enttäuscht. Was allerdings bei dem Spiel jetzt nicht ganz so schlimm ist, weil man wird ja direkt dort wiederbelebt und so und das ist alles nicht ganz so wild. Vier Sterne sind, denke ich mal, okay. Timing super und es ist ein kleiner Fail. Kann man schon gut verwerten. Ich finde bei so Games immer schade, dass die Charm Models nicht auf den Pfeil fallen, der dann durchrutscht. Oh, das muss man aber auch wirklich erstmal, da gehört viel mehr Programmierarbeit dazu. Die drehen sich immer weg, die Pfeile verschwinden im Boden. Ja, gut. Anders lässt es sich auch glaube ich nicht einfach mal so in den Code integrieren. Nenn mir ein Spiel, wo es, wo es, wo das so ist. Würde jetzt gar kein sein. Gar kein sein. So, Simsalabims wieder mit Vögelchen. Nein! Wo ist der Papagei? Sie ist hier unten aktuell und reagiert auf einen eigenen Clip. Da haben wir beim Abreagieren Hashtag Meme. Okay, dann gib uns mal Meme-Content im Salabims. Irgendwas cooles zum Abreagieren, weil wir haben nämlich gerade 32.000 Euro verloren, Alter. 32.000 Euro Chat! Da ist nicht wenig, Mann! Da ist nicht wenig, Mann! War jemand im Stream dabei von euch und wie kann man 32.000 Euro verdienen? Im Spiel oder sowas. Ja. So, und jetzt hat man das, wie sie sich anscheinend aufregt, das Geräusch dann benutzt für sozusagen das quietschende Geräusch von R2-D2. Ich will es nochmal sehen. Ah, nee, nee, nicht quietschen, sondern ach, das macht doch R2-D2 auch immer so Stimmt, ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, R2-D2, wenn der da irgendwie so beschädigt wird oder sich übelst brutal freut, dann macht er dieses Geräusch. Ich kann mich erinnern. Es ist schon, es ist schon, es ist schon. Dazu aber auch wirklich gute Leute, die das da so ein bisschen gemacht haben. Man muss halt jemanden haben, der diese Idee hat und auch sofort umsetzt. Sogar Mike ist da drin von Ankerkraut. Selbst Mike war direkt im Chat, im Chat, Witzig. Fünf Sterne. Wer wird mir näher? Fragezeichen? Ausrufezeichen. Die Gefahren der Gefährten hat Party Domi selbst geschnitten? Wer meint, was ist denn? Wir fuhren die Gefahrenen Strecke in einem Gefahrenen Mobil. Was? Was? Ein Gebiet von den Gefahrenen Gefährt. Ne, die Gefährten der Gefahrenen. Die Gefahrenen der Gefährten? Die Gefährten, die gefahren sind? Das ist jetzt, jetzt gibt es langsam Sinn, oder? Scheiße, das dürfen wir nicht zulassen. Sonst wird es eine Gefahr. Für die Gefährten. Das ist ein lustiger Moment. Okay, jetzt reicht's. Das wäre Twitch Clips Germany-würdig. Ja, schon, so ein bisschen. Da bin ich jetzt natürlich gefährliche Aussage. für die Gefährten. Bitte nochmal von vorn. Jawohl. Sein Mate ist halt ein bisschen schwer zu verstehen, was ich etwas schade finde. Aber es ist ein in sich geschlossenes Ding. Ein fuhrende gefahrene Strecke in einem gefahrenen Mobil. Sich selber so hoch zu preisen? Ne, 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 das nicht falsch verstehen. Ich glaube, er hat sich selbst nicht hoch gepreist. Er hat die Situation hat er erkannt. Der Kuchen sieht aber lecker aus. Ja. Vom Becker an der Ecke, Jessie. Und fuhren die gefahrene Strecke in einem gefahrenen Mobil. Was? Was? Mit den gefahrenen Gefährten. Ne, die Gefährten der Gefahrenen. Mit Gefahrenen der Gefährten. Die Gefährten, die gefahren sind? Das ist jetzt, äh, jetzt gibt's langsam Sinn, oder? Scheiße, das dürfen wir nicht zulassen. Ja, sonst wird's eine Gefahr. Für die Gefährten. Okay, jetzt reicht's. Das wär Twitch-Clip's Germany-würdig. Ja, schon, so ein bisschen. Äh, viel Erfolg beim Wäscheaufhängen, bis gleich. Aber der Clip ist Banger, sagst du? Äh, die Soundqualität von Mate, äh, ist leider Gottes echt ein sch... ...punkt. Wir fuhren die gefahrene Strecke in einem gefahrenen Mobil. Was? Was? Mit den gefahrenen Gefährten. Ne, die Gefährten der Gefahrenen. Mit Gefahrenen der Gefährten. Die Gefährten, die gefahren sind? Das ist jetzt, äh, jetzt gibt's langsam Sinn, oder? Scheiße, das dürfen wir nicht zulassen. Ja, sonst wird's eine Gefahr. Für die Gefährten. Okay, jetzt reicht's. Das wär Twitch-Clip's Germany-würdig. Für 5 reicht's mir nicht, aber, ich finde, also, dadurch auch, dass er es ernst gemeint hat, ne, er hat's ernst gemeint, hat's auch eingesendet, äh, würde ich das hier sehr gerne mit 4 Sternen honorieren. Für eine 5 musste ich's mir jetzt leider Gottes zu oft angucken. Eine 5 ist eine 5, da gibt's keine Diskussion. Ähm, deswegen hier 4. 4 von 5 Panzern. Ah, das gefällt mir blank, weiter so. Äh, das war der Save des Jahrtausends. Da fehlt doch noch ein S. Formula Lena, gib uns mal den Save, was? den Save des Jahrtausend. Ich hab richtig Spaß, ja. Wart mal. Ah! Ah! Was? Das ist der Save des Jahrtausends? Nein, das ist nicht. Hey, wohl! Hätte auf jeden Fall schlimmer sein können, ne? Definitiv. Wart mal. Ah! Ah! Was? Das ist der Save des Jahrtausends? Nein, es ist nicht. Hey, wohl! Ähm, ich find den Kommentar, nein, es ist nicht. Der hat auch was. Der hat was. Da ist schon wieder Comedy-Timing. Da ist schon wieder Comedy-Timing am Start. Wart mal. Ah! Oh! Was? Das ist der Save des Jahrtausends? Nein, es ist nicht. Hey, wohl! Das ist ein richtig gut geschnittener äh, Clip. Yannick. Yannick wehzockt. Der ist wirklich gut ge... gefällt mir. Hm. Nein, es ist nicht. Das find ich eigentlich witziger als die Save-Aktion selbst. Der ist ein schönes Timing, äh, geht aber leider Gott ist auch für mich nicht über drei Sterne hinaus. Das tut mir leid. Äh, ist aber trotzdem ein sehr guter geschnittener Clip. Der gefällt mir schon. Könnt ihr mich noch umberaten auf eine 4? Habt ihr, habt ihr Argumente mitgebracht? Hi, Carlos! Grüße dich! Wie ein Kleinkind. Nein, das ist nicht. Ich stampfe auf den Boden. Ah. Ich esse noch mal ein Stückchen von meiner Erdbeerschnitte. Keine Argumente für eine 4, ne? Oder tippt ihr noch? 3 von 5 Kätzchen. 3 passt. Okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Prothesen King. Mit welcher Schminke zeigt er sich heute? Danke schön für das Kätzchen. Aber die Buche... Von vorne, mein Freund, heißt der Clip. Er geht... 2 Monate noch dann gibt's Twitch Baby hier kleiner als 3. Bleib wie du bist, Lieblings Thüringer. D. Mustang number one. Ich danke dir sehr. Im siebten Monat. Jetzt sind wir im siebten fortlaufenden Monat schon. Ich bleib auf jeden Fall wie ich bin. Bleib du auch wie du bist. Du siehst übrigens heute besonders gut aus. Und dann... Gucken wir mal, wie wir in 2 Monaten dann unsere Elternschaft celebrieren. Dankeschön. Du bist doch selber auch eine süße Erdbeerschnitte. Mama. Dass man aus diesem Sammer wirklich Mama machen kann. Mama und dann noch dieses Er meins Ernst. Ich find das super. Gefällt mir sehr gut. Ja, Carlos? Dankeschön. Mamarilo. Und boah, Kuchen lecker. Gleich auch welchen kaufen. Ja. Geht aber bitte unbedingt zum Bäcker für den Kuchen. Und auf gar keinen Fall. Macht nicht den Fehler und geht zu einem Bäcker, wo die fertigen Dreck da verkaufen. Er muss selbst gemacht sein. Er muss selbst gemacht sein. Ansonsten könnt ihr den kaufen und in die Mülltonne vorm Laden schmeißen. Beruhig. Eine besondere Verbindung zu Backbar. Von vorne, mein Freund. Prothesen-King. Wir gucken mal. Kommst du nämlich hier hin? Wir haben's geschafft. Oh Gott, die Kmal hat ein Ende. Dann nochmal von vorne. Ich komme da gleich dahin. Dann nehme ich dich mal von vorne, mein Freund. So. Ja, wir haben's geschafft. Kontext fehlt. Ja, schu... Yes. Yes. Kommst du nämlich hier hin? Da fehlt der Kontext anscheinend. Können wir in der Compilation selbst nicht gebrauchen. Für alle Leute, die ja dabei gewesen sind beim Prothesen-King, war es sicherlich ein Lacher wert. oder Konditorei. Ja, ja, ja. Am besten halt beides in einem. Ich frage, was Backen angeht meiner Nachbarin. Alte Omis können am besten backen. Jawohl. Da kommt auch... Backen talentfrei, aber Kochen ganz mein Element. Ja, Mamarino. Ich koche auch sehr, sehr gerne. Mit Kontext 4. Ich backe mega gerne. Ähm. Hacker Cat. Meine Kuh namens Wurzel. Das muss man mir bildlich erklären. Eine Main-Kuhn. Für die habe ich einen Halbtraum gehabt hier. Oh. Ich habe einen Halbtraum gehabt. Hätzchen. Hätzchen. Hau ein bisschen runter. Ja. Du willst es nicht. Ja. Ever wonder. Ach Mist. Jetzt bin ich natürlich hin und her gerissen, gell? Ein ultra süßes Knuddelkätzchen. Aber es ist halt auch nicht mehr. Es ist halt auch nicht mehr. Es ist einfach nur ein süßes Kätzchen. Und das ist schon sehr, sehr süß. Carlos lässt sich gerne bekochen. Ich weiß aber auch, dass Carlos ein sehr, sehr guter Freund ist. Weil er bekocht auch seine Freundin, wenn sie von der Arbeit kommt und so. Da hatten wir uns schon öfters mal drüber unterhalten, Carlos. Oder zufällig, als wir uns unterhalten haben, hast du einfach gerade für deine Freundin gekocht, weil sie arbeiten war und so. Ist ganz süß von dir. Trashcat? Wo ist ein Trashcat? Habe ich den übersehen? Trashcat? Bist du da? Nee, ne? Habe ich den geblockt oder sowas? Das ist ein Prank. Ich dachte, Trashcat ist da. Ja, wenn man solche Möglichkeiten hat, ist das süß. Oh, das war ein Wink mit dem Zaunfall. Oh. Ach, das Ding. So, ähm, süße Katze, zwei Sterne. Kleiner Finger. Mr. Marzi. Foxy. Hello there, Foxy. Hello. Kannst du deinen kleinen Finger auf die Handfläche legen? Ich nicht. Oh. Ach so, nee. Oh Gott. Marzi, alter. Dein Finger auf die Handfläche legen. Ja. Ja. Geht. Well. I'm not an engineer. Du, du meinst wahrscheinlich so, ne? Hahaha. Es ist so, alter. Oh, Marzi, wirklich. Die Welt ist nicht immer so kinderleicht, wie du dir es wünschst, Foxy. Hello. Macht einen sympathischen Eindruck, der Streamer. Auch tolles Zimmer hier drüben. Das finde ich auch ziemlich nice. Wie fühlst du dich heute? Ziffern in den Chat. Irgendwie hat das auch was. Das ist so ein kleines eigenes Twitch-Poll-Dings. Was beschäftigt dich? Ereignisse, Kummer, Interessen, etc. Irgendwie nicht schlecht. Hier hinten, hier auch ein paar Sticker-Pakete und so weiter. Alles drauf geklatscht. An sich, äh, an sich eigentlich eine ganz coole Sache. Reicht mir aber nicht zu 100%. Ist halt ein bisschen lost. Geht aber auch ein bisschen lang. Ja, er legt dann da seinen kleinen Finger da drauf. Kriegt dann mit, ah, haha, so war das ja gar nicht gemeint. Guck mal, ich hab doof gemacht. Und hier, hahaha. Ich bin hier bei, äh, bei, 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 bei lockerlässigen, ähm, ähm, drei. Nee, vier. Vier. Weil ich find's schon interessant. Ich find's schon interessant. Und, ja. Letzte Überlebende und dann dies. Broschmädchen. Wir hatten gespielt. Dreadhunger. Ich hab Hunger. Ah, da vorne war noch ein Wolf, glaub ich. Den werd ich snaggen. Ist schon doof. Was ist denn für ein interessantes Spiel? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Babsi. Und ich hab's dir wüsste und glück, äh, wüsste und glück geglaubt. Nooo. Ah? 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 Ja gut, aber ist jetzt halt auch einfach nur, hey, yo, ich falle runter. Hab nicht aufgepasst. Ich falle runter. Den werd ich snaggen. Ja, 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 reicht mir aber nicht. Reicht mir aber nicht. Aber das Spiel sah interessant aus. In Ordnung. Was haben wir hier? Angry Fuchs. Family Friendly Game. Aber 18+. Valorant. Family Friendly Game. Spannend. 40 zu dem Körper, als ich in der Vagina war. Was ist das Spiel? Oh, wo ist das Vagina? Aber die Vagina ist Körper, nicht wahr? Oh, wo, 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 bitte. Sag ihn mal. Es ist ein Family Friendly Game. Family Friendly, hey, yo, I'm trying to fucking hit off with Jet. What are you talking about, man? Family Friendly. Maybe from time to time, when you shoot on the Vagina, it's the head, but it's not so halt auch gut. Come on, I'm so sorry. Vagina, Vagina, Vagina. Haha, ich hab so doll gelacht. Ähm, danke für unser Entsenden. Ähm, ich kenn's. Ja, Ani hat ein kleines süßes Kahlchen. Ähm. Aus der russischen Tötungsstation. Das ist ein Ü. Oh Gott. Der schmusigste Kater, den ich bisher hatte, ja. Sie danken es dir ja immer. Ja, ja. Also, was wir anfangs mit Problemchen, mit Kahlchen hatten, dankt er uns halt jetzt wirklich richtig krass. Er hat uns quasi wochenlang, monatelang nur beobachtet. Und er hat sich immer verpisst. Hat aber immer beobachtet. Neugierig war er schon immer. Aber er hat sich immer ganz schnell verpisst. Ganz schnell. Sofort. Den hast du kaum gesehen. Dann hat er angefangen, so ein ganz kleines bisschen durch die Wohnung zu tapseln. War aber auch immer sofort wieder weg. Konntest gar nicht nah genug an ihn rangehen. Und jetzt mittlerweile puschelt er auf dem Bett und genießt jede einzelne Sekunde, jede Streicheleinheit. Du musst ihn nur mit dem Finger berühren und er fängt sofort an zu schnurren. Es ist schon sehr, sehr geil. Kahlchen. So, die sichere Route von Zillow TV. Können wir denn da reinspringen? Eldenringen? Ja, 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 ja. Können wir denn da reinspringen? Aber ich habe Angst, dass wir dann jetzt gleich einfach drauf gehen. In den... Können wir auch mal hier die sichere Route wählen? Nee, du hättest da... Ja, du kannst da reinspringen. In diesen Würdel nach oben kann man reinspringen. Die sichere Route hat er genommen. Sehr gut. Ist schon lustig. Ist schon lustig. Wir haben die sichere Route gewählt. Ist schon ein bisschen witzig. Drei Sterne. Ich finde es witzig und ich bin da sehr streng. Trotzdem finde ich es witzig. By the way, zu Dreadhunger eben ist vom Prinzip, Wie Among Us, das dachte ich mir schon. Und ähnliche Spieler, nur halt als Survivor Game in der Arktis. Nett. Irgendwie. Jetzt nichts, wo ich mich drin versenken würde, aber sah ganz nett aus. Blackout bei Micky im Strömen. Was ist denn da los? Also bei ihm ist eigentlich normalerweise mehr Licht, ja? Wir gucken mal, was hier passiert ist. Ich schaffe das sowas von. Oh mein Gott. Warum Blackout? Warum gerade jetzt? Ich suche die Teilchen. Warte mal. Ist das Sex? Ja. Oh mein Gott, ich sehe hier nichts, ey. Scheiß. Komm, geh an. Dankeschön. So. Ich schaffe das sowas von. Oh mein Gott. Was hat er da gemacht? Leider nicht interessant genug. Leider nicht interessant genug. Aber der Streamer ist cool. Man kann ihm wohl das Licht ausschalten. Ach. Über Kanalpunkte. Hm. Dann wird's für mich zu nur zwei. Danke für die Erklärung. Und er baut halt schwarzes Lego. Ah. Das ist dann schon. Also Interaktionen sind bei Pyjama Micky definitiv drin. Cool. Ja oder Bits. Keine Ahnung. Aha. Die Gefahr in der Gefährten. Ich höre gleich auf mit Bewerten. Ich weiß nicht, was ich da vorhin gemacht habe. Doch hier oben ist er ja. Vier. Hey. Das nimmt's. Also. Das ist komisch. Ja. Ich bin dein Vater. Aha. Wir gucken mal. Ähm. Moment. Ich hasse dich. Was? Nein. Das darfst du nicht. Aber doch. Ich hasse dich. Nein. Warum? Ich bin dein Vater. Nein. 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 Meine Hand ist da. Oh mein Gott. Aber ich hab dich trotzdem lieb, mein Sohn. Komm, wir gehen Kaffee trinken. Tschüss. Ja. Ähm. Zu Ende. Hattest du eigentlich ganz gut getroffen. Absolut relatable. Schon. Absolut relatable. Man kennt's. Da hat's ein sehr gutes Thema getroffen. Und ähm. Sind hier. Fünf Sterne. Brauch ich nicht drüber nachzudenken. How Episode 3 must have ended. Ja. Hat er, hat er Luke die Hand abgeschnitten? Nein. Luke. Luke hat beide Hände noch. Darth Vader. Anakin wurde die Hand abgeschnitten. Das war gerade Episode 3 und Episode 6 zusammengewürfelt. Luke auch? Luke Hand ab? Jetzt. Wat? Ach, der hat da ne künstliche Hand bekommen. Ist mir nicht aufgefallen bei Star Wars 8. Ist ja lustig. Wie der Vater, so der Sohn, ne? Anakin. Ne, warte mal. Bei Anakin waren's die Beine. Hat Anakin... Aber nicht auch ne abgeschlagene Hand? Oder? Bei Anakin nur die... Nur die Beine? Oder? Bei Anakin eigentlich alles. Da gab's nur Torso, oder? Beide Arme und beide Beine bei Anakin. Oh, ey. Äh, die Rache der Sith. Fiff. Die Rache der Fiff. Ähm, war schon gut. War schon gut. Ich mag die Star Wars Filme. Ich will mich jetzt aber nicht mit euch streiten über die Reihenfolge. Oder die Rankings. So, Jübsch, ich muss an die Arbeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Arbeitstag. Dean Dynamite. Lass ihn schnell rumgehen. Ähm. Du freust dich auf Mittwoch, 19 Uhr. Ah, da bist du ja dabei. Siehste, da wollte ich mir mal... Da wollte ich mir mal eine winzig kleine Preview geben dazu. Ah, ich bin wirklich... Ich bin kurz, äh... Ich bin kurz neugierig. Dean Dynamite. Gut. Ich mach den Sound aus. Ach, ja. Der Fotograf. Rauchend. Aber du hast doch... Du hättest aber hier schon den Text einfügen können, Dean. Hier hättest du schon mal ruhig den Text einfügen können. Damit wir mitsehen können. Ich mach... Ich hab den Ton mit Absicht, äh, aus. Okay, schade. Ich weiß also noch nicht, was er singt. Das will ich dann auch erst im Stream wissen. Ähm, ja. Er wird wohl irgendein Song sein, bei dem man ganz gemütlich rauchen kann. Okay. So, ich bin dein Vater. Hat mal gerade Lost Kitten. Warum, was singt er denn? Weiß ich nicht. Ich will mir die Überraschung nicht verderben. Toll, jetzt habt ihr echt Star Wars gespoilert. Jetzt habt ihr den Micha, äh, Star Wars gespoilert. Toll. Also, das war eine Karaoke-Einsendung. Dachte, das ist ein Clip. Nee, nee. Nee, nee. Ist eine Karaoke-Einsendung. Für Mittwoch. Taverne zur feuchten Grotte. Hatten wir doch auch schon. Ja. Ach nee, das war bei Clippy. Als ich bei Clippy im Stream war. Ey, es vermischt sich manchmal einfach alles, ne? Ich durfte die ganze Woche eigentlich gar keine Streams gucken. Ähm, damit ich montags noch nichts gesehen habe. Aber guck. Guck immer auf Streams. Geh gleich nochmal gehen. Wer war das von euch? Wer irgendjemand hat von euch geschrieben? Taverne zur feuchten Grotte. Hast du das eigentlich mitbekommen? Wird? Ja. Aber das ist der Rotlichtbereich. Hat er geschrieben. Taverne zur feuchten Grotte. Ich lieb's, ey. Ich lieb's einfach. Taverne zur feuchten Grotte. Hahaha. Ist absolut relatable. Kann man was mit aufmachen? Gibt hier vier Sterne. Weil wenn das in der Combination ist und er reagiert darauf, dann findet er es witzig. Und sie findet es dann witzig. Und ich finde es witzig. Und du findest es witzig. Und mal gucken, ob Doc Spider auch witzig ist. Talti-Time. Klingt nicht nach witzig, aber was ist denn das hier für ein süßes, kleines, süßes, kleines Wesen? Das ist schön. Das gefällt mir. Süß. Das ist ein Fuchs. Jetzt mal bei. Mach's gut, Dean. Da gehe ich als Spielmann nach dem Uffzeichen immerhin. Da wäre das auf euch den Rotter. Bring die Huppe nicht mal irgendwas. Oh, fuck, meine. Oh, und Rachel direkt noch. Blue Shell. Und dann nur Rachel und Wollte mich verarschen. Du, du, du. Oh mein Gott. Warum zerstörst du die Rachel? Ey. Die ging auf Dark. Schade, hm? Ich mach's weiter. So. Jetzt gibt's auch was. Oh Gott. Oh Gott. Oh, fuck my life. Fuck my... Nix. Na. M-m-m-m. Ja, ist leider immer noch erster geworden. Ähm, dadurch ist es halt einfach nur so, okay, hey, ja, cool, ich hab's geschafft. Alle, die es gesehen haben, wow. Woo, 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 let's go, let's go, let's go, woo, woo, woo. Aber cool. Und absolut für die Compilation wäre es, wenn er kurz vorm Ziel so dermaßen den Damage abkriegt, dass er nicht erster wird, sondern vielleicht dritter oder vierter. Das hätte ich sehr gefeiert. Was soll jetzt in 25 Sekunden noch passieren? Äh, leider noch erster. Ja, ja, aber... Nicht, nicht, äh, nicht aus dem Kontext. Äh, nehmen. Verorschen fand ich auch ein bisschen witzig. Bitte ist klar. Hufzeichen ist auftretend. Oh, masserfucking Pizza. Und krieg nur nen fucking goldenen Pilz. Ich bin ganz weiß. Und ist der fünfte Siebkopf. Fucking Kugel, Willi. Und ich bin noch Mira. Fuck my life, Alter. Und ist Pizza. Ja, nee, es war mir auch ein bisschen zu viel Leben ficken. Äh, fuck my life, fuck my life, fuck my life. Ähm, fuck my wife. Nee, ähm, nein, ähm, leider, leider Gott, das ist, ähm, bin dafür, dass Twitch Clips Germany ein Highlight-Video machen soll, wo einfach gute Gaming-Clips kommen. Aber auch die Zeit dafür, ne? Äh, 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 äh. Abfahrt. So, Clip. Mal gucken, wo wir hinfahren. So, das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht, äh, komplett runterlaufen. Das sieht aus wie Dark Souls, oder so. Bloodborne ist auf jeden Fall nicht Elden Ring. Hier hinten ist ja diese, diese Plattform. Und da können wir runterfahren. Und ab da ist es relativ easy. Nein! Das kann jetzt nicht wahr sein! Hä? So, das Schöne ist, wir müssen jetzt... Mortal Shells? Es sieht ja einfach mal genauso aus wie... Dark Souls. Ich muss aber auch sagen, vor Elden Ring habe ich mich noch überhaupt nicht mit dieser Art von Spielen beschäftigt. Mortal Shell. Okay, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Basti Alba, Hallöchen. Wir bewerten gerade ein paar Twitch Clips für die neueste, oder für die nächste Folge, die am Mittwoch erscheint. Ähm. Ja, er fällt halt runter, so, ha, ja, geil, ist ein Fail, schon. Das kann jetzt nicht wahr sein! Ja, wie viele, wie viele Seelen... Gut, vielleicht heißt das ja gar nicht Seelen. 8.750. Kann ich auch gerade nicht abschätzen, ob das hier viel ist. Auf jeden Fall ungünstig für ihn, dass er da stirbt. Ist schon ungünstig für ihn. Ach, Mortal Shell war ein Fan-Projekt. Oh. Äh. Hallo, Vardy Party. Gut geht's mir. Ich hoffe, die auch. Ähm. Fällt halt einfach nur runter, ne? Eben, halt. Marti, was haben wir denn hier? Oh ja, Start, Ende! Marti ist braindead. Okay, okay. Ich werde mich bestimmt jetzt fertig machen. Man sieht, wie viele den, äh, man sieht, wie viele den, äh, den Dingensbalken eingeblendet haben, ne? Warum? Oh, ich war grad so doof, ne? Oh, Chat, ihr glaubt gar nicht. Ich werde mich bestimmt jetzt fertig machen. Man sieht, wie viele den, äh, man sieht, wie viele den, äh, den Dingensbalken eingeblendet haben, ne? Warum? Das ist vier Balken. Ihr Balken, ne? Das muss man kurz, das muss man kurz auf sich wirken lassen. Das muss man kurz auf sich wirken lassen, weil jetzt, jetzt merkt sie, dass es ihr Balken ist. Das braucht kurz. So, wer macht sich jetzt los? Mamarilo? Aber ihr Lieben, verabschieden mich. Ich brauche noch viel Spaß in deinem Ton. Body, sei mir gedrückt. War schön bei dir. Dankeschön für deine Zeit, Mamarilo. Ich wünsche dir auch was. Bye, bye, bye. Und hab auch noch einen schönen Tag. Bin raus, sagst du. Bin raus. Ja, also dieser Clip braucht kurz. Wir gucken jetzt mal ganz genau, was im, was im Martis Gesicht passiert. Ah, da war's. Ah, da war's. War grad so doof, ne? Oh, Chat, ihr glaubt gar nicht. Oh doch. Glaub ich. Ist ein guter Clip. Ist ein guter Clip. Aber da muss man auch erst mal kurz, äh, das, das muss man kurz wirken lassen, tatsächlich. Wenn danach dann direkt der nächste Clip kommt, hast du überhaupt gar keine Chance. Hier, also außer du drückst halt Stopp. Äh, das wirklich auf dich wirken und passieren zu lassen, ehe du dich dann auf den nächsten Clip einstellst. Ansonsten, wenn dann danach direkt ein Clip kommt, geht das hier verloren. Drei, äh, drei Sterne. Außer predigen und Wein trinken. Aurokos hat das ernst gemeint. Wenn euch so jemand anflüstert und sagt, hey. Hey du. Komm, komm mal hier rüber. Komm schon. Na los. Komm bis hier rüber. Komm schon. Macht es nicht. Wir machen das jetzt. Wenn euch so jemand anflüstert und sagt, hey. Hey du. Komm, komm mal hier rüber. Komm schon. Na los. Komm bis hier rüber. Na la. Komm schon. Macht es nicht. Wir machen das jetzt. Wenn euch so jemand anflüstert und sagt, hey. Hat er selbst geklippt. Ist kein schlechter Clip. Ist schon was dran. Aber es funkt nicht ganz so. Irgendwas fehlt mich ja noch. Hier ist nicht genug Pfiff drin. Deswegen die Moral fehlt. Weil es fehlt mir der Pfiff. Hm. Was ist denn das hier? Habe ich das? Habe ich das hier auf der Seite auch? Hm. Ganz merkwürdig. Was ist denn das denn? Ähm. Ist gar nicht der Clip. Der Clip-Konisseur. Hm. Geht was. Da fehlt leider was. Es ist jetzt nicht schlecht. Aber auch nicht besonders gut. Geht noch you die. Da muss noch in die Stadt gar keinem Wort sagt. Sagt er. Der Micha. Ich wünsche dir viel Erfolg. bei der schnellen Erledigung deiner Dinge. Die da so gemacht werden müssen. Geht wieder zu Hause lernen. Ähm. Was war jetzt hier? Aurokuss. Mit zwei ist es völlig okay. Nee. Ich fühle mich mit drei besser. Hier. Da kann ich. Da kann ich heute Abend ruhiger schlafen. Mit drei. So die Taverne. Äh. Schächte sind böse. Null eins. Okay. Das ist Alien Isolation. Ja. Da muss ich noch mal zurück. Ah. Ah. Oh mein. Keine Cam. Okay. Sieben Monate alter Clip. Streamt Mienchen denn noch aktiv? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Oh. Mienchen streamt nicht mehr. Mienchen hat aufgehört zu streamen. Und sie streamt nicht Code Wien. Mienchen. M-m-m. Ach so. Nee. Momente mal. Momente mal. Momente mal. Völliger Fehler von mir. Völliger Fehler von mir. Mienchen ist diejenige, die das geklippt hat. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh. Die Taverne. Zor. Ne. Frostkitten hat es schon gesagt. Äh. Hallöchen. TZFG. Herzlich willkommen. Wisst ich. Äh, die Taverne. Streamt aber die Taverne noch? Vor drei Tagen. Ja, gut, okay. Hier wird auch wieder ordentlich Elden Ring geballert. Ich hab so, fuck, ey. Morgen gibt's wieder schön Elden Ring. Gut, das war natürlich ein Fehler von meiner Seite aus. Ähm. Reicht mir nicht ganz so sehr, oder? Was sagt ihr denn zu dem Clip? Was sagt ihr denn zu dem Clip? Wollt ihr noch mal sehen? TZFG. Lustig. Braucht mal deine Expertise. Ist ein Alien Isolation Clip. Es ist wahnsinnig dunkel. Äh, guck mal. Okay. Es gibt ja noch eine Taverne, ja. Deswegen brauch ich jetzt deine Meinung. Zu dieser Taverne. So gehören ich bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Danke. Okay. Sie sind ein kleines Erschreckerchen. Ist ein kleines Erschreckerchen. Umgeschreie, nicht so pralle. Nailt das vielleicht schon, aber ich möchte gerne die Expertise von unserer Taverne. Von der einzig wahren Taverne. Mit einholen. Hm, Jesse? Ist gut. Ich finde das immer so toll, wenn sich Leute für den TZFG sagt Jude Lurk. Ich übersetze das mal und sage ein Stern. Heatsmeet, was haben wir denn hier? Jumpscare Move Heißt, die ganze Sache hier. Kurz auf Stopp drücken. Was ist denn mit dir? Soll ich dir hoch? Der hat einen Runderspringen. Weiß ich nicht. Oh, das war... Und zweifel steht er doch da oben. Ja, das ist aber der... Oh Gott. Oh Gott. Wow. Alter, hab ich mich jetzt schon... Richtig gut. Oh Gott. Wie gut ist das denn? Was ist denn mit dir? Wie gut ist das denn? Das ist ein Runderspringen. Weiß ich nicht. Das ist ja mega. Also ein Fünferclip, aber eindeutig. Das ist ein... Also ihr wisst, ich bin bei Eldenring streng. Ist es auch nicht nur, weil es Peatsmeet ist. Äh, das ist einfach wahnsinnig gut, äh... Zufall, ne? Es war jetzt nicht mal geplant, er hat jetzt nicht selbst den Hebel betätigt, sondern ist so ein... Ist so ein Stellschalter, dass wenn du da drauf stehst, geht das dann hoch. Mit dem Hebel holst du die Plattform wieder runter. Wahnsinn. Richtig gut. Das ist einfach hops genommen. Outplayed, hops genommen, wie ihr es auch immer nennen wollt. Ein fantastischer Clip. Könnte ich mir vorstellen, dass der, äh, in die Compilation kommt. Blähungen. 44 Sekunden Blähungen. Gesehen. Hört auf, wenn mein Stream zu furzen. Ich habe bei Die Doni gestern, äh... Das ist ja Günther. Wo hat denn der den Günther von Eilis Ghost her? Was ist denn mit euch? Sag mal. So, mal hackt's. Pupsen ist nicht mein Humor. Stop it. Stop it. Es reicht jetzt. Ja, findet's lustig. Nee, das nehme ich euch nicht weg. Das finde ich lustig. Mein Lieber. Ich habe mir lange nicht mehr Tränen gehabt, verlachen, aber... Gesehen. Hört auf, wenn mein Stream zu furzen. Ich habe bei die Doni gestern Was ist denn mit euch? Sag mal! Womit furzen die? Ich sehe nichts. Es ist kein Ausrufezeichen-Command. Es sind keine Bits. Womit furzen die? Kanalpunkten, wa? Mich zu wundern, dass das dann wird. Also ich meine, er freut sich halt. Er ist das Einzige mit seiner Freude, der den Clip ein bisschen trägt. So, aber hakt's. Er ist gerade live. Komm, wein. Wir furzen jetzt noch. Wir ersetzen hier Bonk. Dang. Ich habe keine Kanalpunkte. Was kostet denn der Furz? Hier nix, Brüde. Okay. Gibt's jetzt hier nicht. Wenn die Torte alle isst, weißt du also, dass bald die nächste ansteht. Schade. Ich hätte gerne mal einen ziehen lassen bei ihm, aber kann damit nicht allzu viel anfangen jetzt. Also wenn's Kanalpunkte sind, dann waren sie nur hier aktiviert, aber jetzt im Moment nicht bei ihm aktiviert. Hallöchen Sky Joe. Zwei bis drei Clip zu lang. Na ja, na ja. Zwei, jetzt sind drei. Gucken wir weiter. Tina ist wieder, also wieder in einer Zeitschweife gefangen. Hat Tina auch ne Cam? Her Love a Lot auf jeden Fall äh, ganz, ganz netter Name. Hä? Ach, das heißt es schon. Okay. Lass mich raten, da... Ich bin doch dazwischen. Das ist die... Ah, nein. Ich bin nicht... Nein. Wie kann man das so perfekt springen, dass man immer wieder in die Fahrt reinkommt, um das immer aufzuwollen. Das ist doch nicht. Ach, ich rasch aus. Hm. Vor neun Monaten. Ah, nee. Das führe ich hier leider nicht. Tina Kuss. Gibt leider kein Kuss von mir. Ekelig. Flüssiges Salz spielt Resident Evil 7. Gutes Spiel. Gute Stelle. Was? Kein Kuss! Nein. So. Danke Capcom. Ich wollte schon immer wissen, wie es bei einer Dame unter dem alten Dame im Ruhmock rauszieht. So. Danke Capcom. Ich wollte schon immer wissen, wie es bei einer Dame unter dem alten Dame im Ruhmock rauszieht. Er hat es versucht. Er hat es versucht. Er hat es auch wirklich selbst geklippt. Meins wirklich ernst. Vor fünf Tagen. Ist auch noch ein ganz, ganz neuer Streamer, wenn ich mir das anschaue. Ähm. Da ist er noch ein klein wenig unsicher. Der Sound ist noch nicht Prozent gut eingestellt. Der Spruch kam mir ein bisschen zu flott. Und dann hat er sich bei dem Spruch beim Witzigwerden noch verhaspelt. Gerade flüssiges Salz. Ich, ähm. Hoffe, du erreichst dein Ziel der 50 Follower schnell. Aber dieser Clip liebe Grüße. Augen auf beim Chili-Kauf. Jetzt. Aber ganz schön dolle die Sonne. Was ist denn eine gelbe? Ist das eine Paprika? Eine Mini-Paprika oder so? Chili-Mix. Höllenfeuer. Was? Huh? Huh? Höllenfeuer? Nein! Nein! Feine Welt. Chili-Mix. Höllenfeuer ist eine besonders scharfe Mischung. Im Supermarkt kann man nichts kaufen. was besonders scharfe. Übertreiben. Ich weine jetzt schon. Dieser Sch***. Wie warm muss das eigentlich bei der Frau sein? Vor zwölf Tagen war es so warm. So warm. Also schon sehr, sehr warm. Das sieht schon aus, als ob hier, also hier ist schon richtig warm. mal Heizung aus und zieh dir mal ein Pullover an. Ja, vor zwölf Tagen war Sommer. Jetzt ist natürlich Winter. Heizung auf Stufe Höllenfeuer gestellt. Chili-Mix ist etwas für die Schafliebhaber. Ich bin nicht scharf. Auf einer Skala von 1 mild bis 10 scharf erzielt die Habanero eine 8 und die Rabit eine 7. Aufgrund ihrer Schärfe sind die Chiris nicht für Kinderverzerber. Und dieses Stream ist familienfreundlich. Oh mein Gott. Pass echt auf damit, sagen sie hier alle. Ich dachte, das ist ein Witz. Das ist vielleicht so, oh mein Gott. Guck mal, hier ist auch so schlimm sind die nicht. Die haben wir doch alle schon mal gekauft. Ja, Chili ist scharf, aber nichts, was jetzt unfassbar krass ist. Für alle Leute, die dabei waren, mit Sicherheit eine Sache. Ich finde die Aussage, ich bin nicht scharf am besten. Okay. Familienfreunde, ich sage nichts dazu. Julia, ich glaube, wir denken da auch gerade vielleicht das Gleiche. Ich bin vielleicht ein bisschen knapp angezogen, aber da soll jeder sich ansiedeln, wie er mag. Da habe ich nichts darüber zu. Dark Souls Pro. Hier wird auch, glaube ich, gerade reacted oder spielt dieser Avatar selbst, denn die Kategorie ist hier gerade just chatting. Oh, da ist was. Der sieht anders aus. Oh, Mann, der sieht anders aus als sonst. Oh, bye bye. Kommt der wieder? Okay. Warte, kommt der wieder? Ihr spielt Elden Ring. Hallo? Aber Guten Tag, bye bye. Es ist trotzdem just chatting. Nice, nice, nice. Nice. Toll, ich bin so gut. Ich bin halt, ich bin pro Dark Souls. Ich bin pro Dark Souls. Wer hat mit V-Tubern einfach nicht so warm. Geht schon, wenn sie ganz normal sind, aber das ist irgendwie RP und eine gewisse Rolle. Ja, nee. Ist es vielleicht nicht unbedingt. Ah. Ich habe nicht vergessen, die Kategorie zu wechseln. was können. Ist nicht meins. Wir bleiben aber immer freundlich. Beatsmeet, habt ihr uns denn exakt derselbe Clip? Das ist heute schon wirklich sehr, sehr, sehr oft passiert. Zu oft. Jules Darwin Küchen folgen. Hat keiner gesehen, heißt dieser Clip. Ähm, was, nee, das ist doch nicht. Couchgemüse heißt der Kanal. Na, Siren, danke, 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 viel Spaß im Lurk. Genau. Hype. Kirby Erste, Hype. Ja, die Chip, ist okay, ist okay. Ich sag ja, ich sag ja, passiv, wir beide, wir stoßen, irgendwie, irgendwie, Mal. Hab ich da gerade geblinzelt, als das witzig wurde? Siren, danke, und Xau, viel Spaß im Lurk. Genau. Hype. Kirby Erste, Hype. Das Einzige, was ich eventuell, achso, nee, nicht, doch, warte mal, wer ist denn jetzt hier der Streamer? Ich glaube er hier, oder? Weil ihn kennen wir und das ist der Alert, den wir bei ihm auch schon mal gesehen hatten. Also er ist der Streamer, das Einzige, was jetzt hier eventuell ein bisschen den komödiastischen oder den Effekt hat, ist, dass sie sich fürs Abonnieren bedankt und fürs Lurken und er nicht dazu kommt, da was dazu zu sagen, aber ja, die Chippe, ist okay, ist okay. Ich sag ja, ich sag ja, passiv, wir beide, wir stoßen, irgendwie, irgendwie achte auf den Hut, ja gut, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, Lächeln, äh, ver- scheint eine Gruppe von Streamern zu sein, hm? Ja. Vielleicht auch nicht. Im Awesome P2 ist das Spiel, ja schon wieder, äh, Tina Kuss, Alpaka Cam, bin ich ganz ehrlich, wenn man schon eine Cam hat, dann, das ist aber auch nur meine persönliche Meinung, wenn man schon eine Webcam hat, dann lohnt es, dann, dann ist das absolut, also, dann da einfach zwei Kuscheltiere vor die Cam zu setzen und dann, dann zu sagen, hier, guck mal, ich bin Tina Kuss und los geht's, nur, ist nur laut gedacht. Das wäre ein bisschen zu heavy. Let's save! Was war das denn? Oh. Ich habe halt Skill, ne? Okay. Okay, vielleicht auch nicht. Ist witzig. Crazy Monkey Koch 3, guck mal. Äh, ist witzig, oder? Das wäre ein bisschen zu heavy. Instant Karma. Let's save! Was war das denn? Oh. Ich habe halt Skill, ne? Ist ganz nett. Okay, vielleicht. Ist aber auch ein Jahr her. Oder? Wie lange ist es her? Letztes Jahr, genau. Hier haben wir das Datum sogar. 15. März 2021. 2021 ist ein Jahr her. Da hat man aber ganz, ganz, ganz tief gegraben, äh, diesen Clip nochmal einzusenden, damit man auch in die Compilation kommt. Kann man ja machen. Ja, nichts, nichts, äh, gar nichts dagegen. machen soll. Ist halt Instant Karma. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich, ähm, muss aber sagen, der Clip selbst mit dem Timing des Instant Karmas. Oh. Hab halt Skill, ne? Instant. Äh, es ist das instanthafteste Instant Karma, was ich gesehen habe. Ich gebe hier vier Sternchen, wenn ich sagen muss, beim Stream eventuell, ähm, Tina Kuss Kuss eigentlich. Ja, vor 17 Stunden. Vor 17 Stunden das letzte Mal. Ähm. Hello, 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 hello. Willkommen, willkommen. Was glitzert denn? 936p. Hab's kaputt gemacht. Und dann immer noch diese Bitrate. Ich kann mir die Tür öffnen. Ich muss doch ruhig. Ich kann mir vorstellen, warum man keine aktuellen Clips nimmt. Nicht. Plus zwei. Please. Wegen, wegen Wahl? Machen wir mal 720p. Seht ihr die Anzahl der Leute, die wieder drin sind? Das wäre mir neu. Aber kann natürlich grundsätzlich sein, dass das so ist. Weiß ich nicht. Also ich meine, ich war gestern auch bei Discontinued Man in der Lesestunde. Der Lesestream war sehr, sehr schön dort. Mir hat die Atmosphäre gefallen. Und er hatte auch Schwierigkeiten mit seiner Cam, mit dem Upload oder sowas. Das könnte hier ungefähr das gleiche sein. Für schlechtes Internet kann man nichts, aber da will ich noch einen Stream hinzunehmen. Ein knarkiges Hallo, Hallo, Hallo. Willkommen im zweiten Stream des heutigen Tages. Einen wunderschönen Samstag Nachmittag wünsche ich. Wir reisen heute weiter in den Westen. Joy Horizon Forbidden Rest. Wir haben heute Morgen ein bisschen Hauptsorgen machen müssen. Während du Exklusionsschaden bekommst. Ja gut, war einfach an dem Tag. Jetzt hat das gar nicht erzählt. Richtig. War an dem Tag nur ein bisschen. Genug gestalkt. Wir gehen mal weiter zum nächsten Clip. Zacks. Schau mal. Das sind so Momente. Was sind denn so Momente? Was denn so für Momente? Wie gehe ich denn die Leiter hoch? Nein! Das ist doch jetzt ein Witz. Wie kann jetzt mal ohne? Das sind so Momente. Jetzt sind sogar die Sachen weg, ne? Es sind sogar die Sachen weg, glaube ich. Ich fasse es nicht. Zacks entdeckt also Planet Crafter. Wobei ich hier eher das Gefühl hatte, dass es jetzt sowas wie Satisfactory war. Kenne ich mich aber nicht so richtig damit aus. Fehlt mir was. Da fehlt mir leider was. Silo. Das ist aber sicher ein Phantombildzeichner. Nicht das, was wir vorhin schon hatten. Elden Ring Clip. Mal schauen mal. was da los ist. Muss man noch ein Stück zurück. Ach so, ja. Weiß ich genau, wo er ist. Da weiß ich exakt genau, wo er ist. Da hat er sogar jemanden nicht angequatscht, der hier noch steht. Leichter Bossgegner war jetzt nicht allzu hart. Kriegt man aber ein cooles Schmuck. Okay, was hat er da? Ein Stück zurück. Alles klar, Frau. Worauf wir uns da einlassen können. Irgendwas biestiges mit Zauberstab, rote Haare. Haben sie da vielleicht jemanden gesehen? Ich weiß. Ein Phantombildzeichner ist schon dabei. Dann sieht es am Ende ganz anders aus, als er nicht. Et? Ach du schon wieder, hier am Schlafen. Oh, 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 oh. Der drückt aber bei weitem noch nicht genug Schaden für den Boss. Eieieieiei. Sorry, wenn ich heute ein kleines bisschen auch mal in die Streamer reinschaue, mache ich irgendwie auch wirklich gerne. Ich gucke mir dann auch wirklich gerne ein bisschen die Streamer an. Ich nutze das mit den Clips bewerten ja auch sehr, sehr gerne dazu kennenzulernen. Also er drückt bei weitem nicht genug Schaden dafür. Ui! Ui! Drückt er doch? Wie? Wie schnell? Hat er den ja so runtergekloppt. Du hast ein Schwert, kein Zauberstab. Und zwar ein fucking Greatsword. Aber du hast auch gar nicht so viel Leben. Okay, bricht einfach komplett my guard, Junge. What? Der spielt aber gut. Oh, der hat Erfahrung. Das merke ich schon wie er dodged. Und er ist auf jeden Fall immer... Also ich habe für den ein paar Versuche gebraucht und ich habe mehr Schaden gedrückt als er. Aber nicht schlecht. Er konnte, er konnte den schweren Angriff gerade mit 100% blocken auf Ausdauer. Echt? Geht mal echt noch viel. Er hat ja gar kein Ressort. Alter, 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 Du willst dich da nicht in seinen Kombis drin finden. Floppy hat auch schon gesagt, dass ich heute manchmal kurz muted bin, was ganz komisch ist. Es ist wirklich ganz komisch. Also ich habe kein Noise Gate oder irgendwie sowas drin, glaube ich zumindest. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Irgendwas, ähm, ja. Fragen Sie mich nicht, warum, aber ja, es war ein Noise Gate drin. Jetzt kann ich ja auch wieder auf so weit zurückgehen. es, es war echt ein Noise Gate drin. Ich habe das mal eingerichtet, ne, für Notfälle, wenn es irgendwie brutal laut ist, aber ich war der Meinung, ich habe es schon längst deaktiviert. Hupsi, hupsi, äh, jetzt OBS 27.2 hat es einfach wieder aktiviert. Das könnte sein, ne. Das könnte sein, dass einfach OBS gesagt hat, ja, hier, äh, ne, ne, ich habe das schon seit Wochen nicht mehr angefasst. Hat Serena in deinem Setup rumgespielt? Ja. Das kann natürlich sein. Äh, krass auf jeden Fall. Er legt den dann hier einfach mal so easy way, oder was? Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Ich habe mit dem auch ganz schön Probleme gehabt. Was mache ich? Okay. Ach, ich habe so Bock auf Elden Ring, ey. Ich habe so Bock auf morgen. So, aber der Phantomzeichner, ähm, ist es leider Gottes bei mir nicht. Ist das jetzt nochmal der Phantomzeichner? Die sichere Route. Hatten wir vorhin schon. Keine Ahnung, was ich da gegeben habe. Kein Problem, ist ja nichts passiert. Ach, den hat Fawks geklippt sogar. Von Pelicano. Auch Elden Ring. Ein Tod, zwei Squads. Den habe ich vergessen. Der hat also schon 100 Squads gemacht. Okay. Ist schon doof. Ist schon sehr doof gelaufen. Ist aber für mich, äh, leider Gottes, nicht für die Compilation. Ist halt ein Elden Ring. Ist schon, ach, Quatsch. Äh, aber cool, Fawks. Er hatte das auch mit Liegestützen. Witzig. 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 Den Vogel hatte ich auch nicht gesehen. Er ist schon ein fieses Vieh. Tinkerbell. Erzähl mal, Tinkerbell. Was haben wir denn hier? Und jetzt kommt ein bisschen die Müdigkeit wieder durch, ne? Das heißt, Holy, äh, hat mich, äh, vier Stunden lang gesaved. Viereinhalb Stunden lang. Jetzt kommt die Müdigkeit wieder durch. Ich, ich werde mir jetzt aber nicht noch einen machen. Weil so müde, wie ich jetzt bin, bin ich eigentlich. Und ich merke es jetzt auch gerade wieder, so richtig, wie müde ich eigentlich bin. Das kam unerwartet. Okay. Äh, so ne geile Galerie. Tinkerbell. Na dann. Da oben. Erstmal haben wir hier ne Galerie, ne geile. Ne geile Galerie, du bist so ne geile Galerie, Dinger. Digga, junge Alter, was bist du für... Okay. Sorry, nicht gegen sie, aber... Da bluten mir die Ohren. Da bluten mir die Ohren. Das war ironisch. Na und? Floppy, hör auf, sie um Schutz zu nehmen. Nee, haben Apple One geblutet leider. Also Leute, merkt euch, wenn ihr irgendwo mal jemand mit leuchtenden Arschbacken seht, drauf schießen. Nochmal bitte. Also Leute, merkt euch, wenn ihr irgendwo mal jemand mit leuchtenden Arschbacken seht, drauf schießen. Wenn ihr irgendwo leuchtende Arschbacken seht, drauf schießen, ist, das kann in der Compilation rein, als kleines Zwischending. Weißt du, zwischen zwei Clips so, das ist wieder so ein schöner, äh, so ein schöner, äh, Luftholder-Clip. Der ist schon okay. 4 von 5 Backen. Danke. Danke, Blade. Blank. Ich würde auch sagen, es sind entspannte 4, die man, die man mal so kurz als Statement laufen lassen kann, zack, bumm, nächster Clip. Ähm, heute sind die kurzen Clips wirklich, äh, äh, Gold wert. Find ich gut. Gib mir seine Muttermilch. Okay. Gib mir seine Muttermilch. Warum Muttermilch? Warum, warum die Muttermilch? Gib mir seine Muttermilch. Da bin ich nicht so. Also, holt mich leider nicht so sehr ab. Also auch, wie sie, wie sie nebenbei halt, äh, es ist mir etwas zu, ähm, richtiges Wort suchen, stellt sich. Es ist mir etwas zu stellt sich. Deine Muttermilch. Hm. 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 Aaaaah. Fehlt ein bisschen was. Fehlt ein bisschen was. Ein bisschen stellt sich. Dreifach Mittelfinger. Okay. Lillimon. Gib uns mal einen dreifachen Mittelfinger. Milchgeld oder so was. Oder so was vielleicht. Aber, du Mann, lass besser als Schiggy. Ja. Was? Danke. Du wirst nicht in die Gang aufgenommen. Was? Du wirst nicht in die Gang aufgenommen. Ich weiß, ich bin voll spannend, Lilli. Dafür kriegst du erst mal ein dreifach Mittelfinger. Aber, du Mann, lass besser als Schiggy. Okay. Okay. Danke. Du wirst nicht in die Gang aufgenommen. Was? Du wirst nicht in die Gang aufgenommen. Ich bin voll spannend, Lilli. Dafür kriegst du erst mal ein dreifach Mittelfinger. Wie macht sie das? Wie macht sie das? Ich muss wirklich jetzt nochmal. Ich will das wissen. Nee. 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 Ich. Nee. Nee. Bin raus. Bin raus. Lillimon. Hier. Fünf Sterne. Ich. Hab keine Ahnung, wie das geht. Ich hab wirklich keine Ahnung. Peace-Zeichen. Okay, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ihr bringt mir das jetzt bei, oder? Peace-Zeichen. Peace. Nee. Es ist wirklich krass. Es ist. Es ist. Es verwirrt mich auf allen Ebenen. Lillimon, nicht schlecht. Peace-Zeichen. Und dann den anderen Zeigefinger. Hab's eben gehabt. Peace-Zeichen, aber mit... Nee, lasst mich jetzt in Ruhe. Wir gucken uns den nächsten Clip an. Ich krieg's nicht hin. Aber er hat's hingekriegt. Ist ernst zu meinen. Lange Dinge in Öffnungen stecken. Okay. Ich könnte diesen Job einfach nicht machen, nee. Darauf muss man aber erst mal stehen. Jedes Mal mit der... Jedes Mal mit der... Jedes Mal mit der Angst, so... Dass da kleinen Puppel aus dieser... Oh, nee. Boah, Alter. Ja, hast du so ein langes Ding in die Leute Löcher stecken oder so. Ich weiß es nicht. Es geht wohl um Corona-Tests. Oh Gott. Tut mir leid. Da bin ich wirklich, äh, anfällig. Äh, Konfetti-Kanone. Aber das Ding ist einfach riesig gewesen. Ich dachte so, wenn ich jetzt so ein riesiges Teil in die Hand nehme. Selfie! Oh, hallo, Frau Lehrerin. Schön aufgepasst. Wir lernen jetzt... Selfie geht auch in letzter Zeit öfters in diese erotischere Richtung. Der Verbündeter. Insanes Ende zu Silber. Hm, selbst geklippt. Er meint's ernst? Stopp! Das letzte Leben der Verbündeter. Jawoll. Wo ist das Bike? Robo links. Gott, Gott. Der war längst. Und Robo los schicken. Spike platziert. Lauf deiner Knallkopf. Die Freude ist um mir. Ich hab das bei den Beauty-Bilden gesehen. Leute, das war so geplant. Das hab ich so gewollt. Das hat sich richtig gefeilt. Stopp! Letzter Leben der Verbündeter. Okay, auch wieder nen, 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 ähm, nen Shooter-Clip. Wo ist das bei? Der ganz gut ist. Also hier alles natürlich, alles zu lang, alles zu lang. Ab hier vielleicht. Und Robo los schicken. Gut geschnitten. Wenn er gut geschnitten ist, ja. Nein, das ist 42, was? Aber war er jetzt der Letzte aus seinem Team oder war da noch jemand? Weil, wie kann er gekillt werden und die gewinnen dann noch? Wenn wir mal kurz gucken. Das war on one, oder? Oder, ja, ich verstehe Valorant nicht so sehr. Könnt ihr mir das erklären? Willkommen zurück, Medusa. Muss ein bisschen Prologue drin sein, ja. No Blitzer. Bombe war aber platziert. Okay. Ach so, ja, natürlich. Dann gewinnt das Verteidigerteam natürlich auch nur, wenn die Bombe defused wird, wie bei Counter-Strike. Klar, klar, klar. Okay. Der war schon nicht schlecht. Der war schon wirklich nicht schlecht. Wie hieß der? Mock it. Hat es ernst gemeint und hat mich auch überzeugt. Hat es ernst gemeint und hat mich überzeugt. Nice. So, was haben wir hier? Äh, Bloodborne, oder? Ähm, wir wissen es wieder nicht. Auf jeden Fall selbst geklippt. Äh, meins ernst. Nee, Witcher. Witcher, 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 Witcher. Ich habe niemals Bloodborne gesagt, Leute. Ich habe Witcher gesagt. Das Chatting meine ich natürlich. Ja, Mann. Ähm. Ähm. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Passiert einfach. So, Fünfer-Clips passieren. Ich finde, äh, so Bugs, äh, können von mir aus immer kommen. Ah, so eine geile Galerie. Äh, wollt ihr das nochmal hören, oder was? Wollt ihr das nochmal hören? Erstmal haben wir hier eine Galerie, eine geile. Eine geile Galerie. Hey, du bist so eine geile Galerie, Dinger. Digga, Junge, Alter. Was bist du für eine geile Galerie? Ich hau mal drei Monate hier rein. Äh. Okay, oder? Hier, da kommt auf jeden Fall so eine wieder oben. Also ja, sie hat es natürlich nicht ganz gemeint. Äh, merkt man auch. Merkt man auch. Dankeschön, der Eifel-Yeti. Abonniert mit Prime Gaming. Dankeschön. Im dritten Monat. Dankeschön, Eifel-Yeti. Ah, ich bin jetzt beim zweiten Mal. Ganz klar. Fünf. Schon mal Star Citizen gespielt? Wenn du mal Bugs sehen willst. Ist nicht mein Spiel. Ist nicht mein Spiel. Ich bin immer noch mehr. Ich bin auch immer noch mehr. Weil, was ist daran lustig? Es ist doch jetzt nicht wirklich krass. Kann das eigentlich sein, dass Yves Raldes für Tinkerbell die Emotes gezeichnet hat? Ich bin der Meinung, Yves Raldes Handschrift hier zu erkennen. Ja. Das ist das Cutie-Level von Yves Raldes. Hat da jemand einen Fake-Check? Yves Raldes hat diese Emotes gezeichnet. Ich erkenne den Stil. Muss so sein. Yves Raldes wird auch hier noch ein bisschen was machen. Ne. Weiß ich jetzt nicht, was daran lustig sein soll. Dann geil, Digga. Nice, Digga. Es ist schade, dass Leute so sprechen. Und nicht witzig. Das zerstört einfach die Sprache. Nur weil, und das ist absolut jetzt nicht aus dem Kontext zu reißen, um Gottes wenig falsch zu verstehen. Äh, nur weil jetzt, ähm, in Freundeskreisen vermehrt Ausländer mit vertreten sind und die vielleicht auch einfach vermehrt schon die Tendenz dazu haben, äh, Waller oder sowas zu sagen, ähm, müssen sich das dann unbedingt alle Leute aus dem Freundeskreis aneignen und auch so sprechen, damit sie genauso cool sind wie, äh, wie der südländische Freund? Nee, das muss doch nicht sein. Bleibt, bleibt, äh, bleibt ihr selbst. Das ist eigentlich immer super wichtig. Erstmal selbst herausfinden, wer bin ich denn eigentlich? Und dabei dann bleiben. Und nicht so ein, ah, cool, Waller, Digga, Waller, Krise. Das kannst du ja alles in eine Tonne treten, ey. So. So, also sie können ja so reden, aber nicht so unlustig gekünstelt, finde ich. Ja, ja. Weißt du, bei, äh, bei Türken, Arabern, äh, bin ich auch mitbefreundet. Bei denen ist das ganz normal so, gell? Das, 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 so reden die halt. Aber wir, wir, wir müssen uns das doch nicht alles übernehmen. So, jetzt hab ich genug gesagt. Ha! Sarg ist der Hunt. Ah, Terminator 2. Lamp hab ich an? Lamp hab ich an, ja. Hm? Da haben wir schon Loot. Ah, ich weiß genau, wo er ist. Ich weiß so genau, wo er ist. Er ist auf jeden Fall auch kurz vor einem, äh, coolen Item. Und die Hand solltest du, äh, solltest du einen Bogen drum machen. Kann ich nochmal reinkommen, bitte? Ich hab mich wieder ein bisschen erschrocken. Alter, Finne! Was war denn das, ey? Sag's der Hunt. Alter, Finne! Ich meine, ich hab mich natürlich nicht erschrocken. Bin ja überaus männlich. Oh Gott. Ich mag den Stuhl von dem. Mhm, ich bräuchte auch mal einen neuen Stuhl. Der hier ist einfach nur noch unbequem und er quietscht. Die ganze Zeit. So, Digger ist das nervigste Wort. Äh, wie das Pedder von Peetsmeat, äh, gespammt hat, bin ich zehnmal gestorben. Okay. Ach, scheiße, hab ich mir ausgesehen auf die Brille getatscht. So, über, äh, Bluterschnitt. Was ist das denn? Ich frag mich immer noch, was links das Symbol bedeutet. Ähm, das hier? Das hier, ja? Ach nee, überblutiger Schnitt. Ach, dieses, äh, ja. Das bedeutet, äh, dass du eine Heraufbeschwörung, ähm, starten kannst. Du kannst sozusagen deine Skelette rufen oder deine Hunde rufen oder deine Qualle rufen. Je nachdem, äh, welche Aufrufung du, ähm, gerade ausgerüstet hast. Das bedeutet das. Also immer, wenn du in irgendein Gebiet kommst, wo du das da siehst, kannst du, weißt du, dass ich, dass du die Wölfe herbeirufen kannst. Wenn das nicht da ist, dann kannst du dir auch niemanden zur Hilfe rufen. Zumindest kein, ähm, keine Asche sozusagen, ne? Du weißt, was ich meine. Die Herbeirufung. Gut, äh, sag es der Hand. Ist ganz nett. Ist ganz, ja, so, ist... Lampen hab ich an? Lampen hab ich an, ja. Da haben wir schon Loot. Ha! Ja, ne, reicht mir aber noch nicht. Find ich aber trotzdem irgendwie ganz nett. Holla die Waldfee! Was haben wir hier denn? Call it Perfect Timing von Janni Fisch... Fisch... Elden Ring. Das sieht aber nicht aus wie Elden Ring. Wie geil ist denn bitte dieses Timing? Wow! Geil. Ist cool. Ist sehr, sehr cool. Mega. Mit der Musik. Weil, und da das einfach halt auch ein Clip ist, kann man sich schon gut vorstellen, dass es, äh, halt nicht extra drüber gelegt ist. Und, ähm, wenn ich allein die Musik von Elden Ring schon wieder höre, ach, könnte ich den Rest des Tages eigentlich wieder nur noch Elden Ring zocken, weil es so geil ist, das Spiel. Es ist so geil. Okay, der Strese. Äh, hat Evi geklippt beim Strese. Neuer Versuch. Aber was, was wurde hier versucht? 60 Sekunden. Hier gibt's jetzt auf jeden Fall einen 60 Sekunden Strese-Clip. Lass uns mal reinhören. Als Stream-Intro quasi. Vorzeigedeutscher. Ein fantastischer Clip-Stream. So, ihr Lieben. Wir reagieren auf die neue Twitch-Clips-Germany-Folge. Rein in den Aal. Ja, 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 ich find's sehr gut. Ich hab auch mal vorgehabt, dass ich das auch mal so schön mache. Vielleicht mach ich's eines Tages. Finde ich sehr, das Intro, beziehungsweise Outro. Als Intro, äh, richtig gute Sache. Hallo, Lega Niki, grüß dich. Und hallo, Link... One-Name. Hallo, was passiert hier im Stream so? Also hier im Moment bewerten wir gerade die Twitch-Clips für die neue Folge, die am Mittwoch erscheint. Und ansonsten passiert hier im Stream so ein bisschen aktuell Eldenring-Dienstags. Und mittwochs... Lieber Chat. Was passiert denn mittwochs? Könnt das mal sagen. Was ist hier mittwochs los? Was ist hier mittwochs los? Keiner kann so gut und so lange. Lega Niki, okay. Seit wann kann man denn so lange Clips machen? Hä, das ist ein 60-Sekunden-Clip. Kann man ganz normal machen. Äh, ist halt auch Maximum 60 Sekunden. Mh, ich fühl den Clip, fürchte aber, dass er zu lang ist. Ja, 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 ja. Karaoke, genau. Schlagernacht. Mhm, mhm, mhm. Ich freu mich schon auf Samstag. Was ist am Samstag? Masti? Hab ich irgendwas zugesagt? Achso, ja, Lillimon. Achso, ja, stimmt. Äh. Da passiert ja auch noch was. Ich hab echt Angst, dass ich einen Imageschaden davon trage, ne? Ich bin auch ein bisschen nervös. Äh, Bu... 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 Bubschen. 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 Äh, haben wir jetzt als nächstes den Clip. Mittwoch ist echt mein Lieblingstag geworden, meiner auch. Ich mag die Karaoke-Bar sehr. Ja, gefällt mir auch immer wieder. Äh, auch was da noch so für Gespräche und Albereien dann, ähm, nach dem Stream stattfinden, finde ich auch sehr gut. Wir werden da und kriegt ja alle. Und den Imageschaden. Naja, ich bin doch der Bösewicht anscheinend. Äh, siehst du, ich muss den Text auch noch durchlesen. Ich schaffe immer so wenig. So. Da wird aber gefightet. Ich geh da rein. Da. An der Tür. Bu... Bu... Nice. Außen. Aufhören. Down. Noch einer. Bu... Schöner ausgeschaltet in den ganzen Squad. Alleine. Gut, wie du dich bewahrt. Ist ein guter Clip. Kann man so machen. Dafür kriegt er Ärger von der Frau. Aber die sind wert. Wieso kriegt er Ärger von der Frau? Ärger von der Frau. Warum? Dafür krieg ich Ärger von der Frau. Aber die sind wert. Jetzt lass mir doch mal kratzen. Äh, gib mir bitte ne Bett. Eine. Wie... Kann da nicht wahr sein. Geiles Gameplay, ne? Aber jetzt nicht das ultimative Highlight. Aber, ja, also... So der letzte Shot, der war auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz nett. Schaltet halt den ganzen Squad aus. Ähm... Ist aber auch... Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ich bin mir nicht ganz sicher, relativ noch am Anfang der Runde... ...ist das eigentlich auch immer mal möglich. Äh... Ich sage hier drei von fünf. Warte, Alexa. Sage ich auch. Laut Alexa dürfen wir nichts mehr. Erklärung, bitte. Muss ich ehrlich sagen. In einem anderen Chat, ne? Sag... Ja... Ähm... kleinere Streamer. Da fühl ich mich einfach... Weil das halt auch einfach Freunde sind. Und bei denen bin ich einfach... Ich lasse niemals irgendeinen Freund oder sowas dann... Dann hängen und, äh... Werde ihn niemals verlassen. Und bin immer da. Okay. Ähm... Aber, ähm... Hat mir jetzt nicht so gereicht. Laut Alexa dürfen wir gar nichts. Es ist halt ein ganz kleines bisschen so... So ein angedeuteter Rant. Äh... Alles natürlich ironisch gemeint. Äh... Hatte jetzt aber keine Schlagkraft. Keine... Keine... Konvergenz? Was heißt denn das Wort? Was heißt das Wort Konvergenz? Konvergenz. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Repräsentation mehrerer Begriffe in einem Ausdruck. Das meine ich, äh... Ich meine es im Linguistik, äh... Äh... Dings, ne? Hauptsache erst mal Konvergenz gesagt. Oh, ich sage Konvergenz. Okay. Gibt es aber sehr, sehr viele Bedeutungen anscheinend. Für jeden... Für jeden anderen... Ja. Skulli, muss ich jetzt auch mit Streamern anfangen, damit wir Freunde sein können. Geil. Ich meine damit tatsächlich ausschließlich die, mit denen ich damals zusammen angefangen habe zu streamen. Oder meine allerersten Streams, die ich auf Twitch gefunden und geschaut habe, die gucke ich heute immer noch. Ich wäre mit Sicherheit auch noch bei dem einen oder anderen. Aber, äh... Ich wurde halt auch schon richtig bösartig wegbeleidigt. Also wirklich sehr persönlich, ähm... Heftig, brutal beleidigt. Danach blockiert. Hat man mit mir schon gemacht, obwohl ich überhaupt nichts falsch gemacht habe. Ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Ich habe mich immer so verhalten, wie ich mich immer verhalte. Nichts geändert. Obwohl ich so brutal wegge-hated, dass ich natürlich bei einer Person dann auch... Äh... Habe ich mich dann auch hergehalten. Es ist natürlich dann auch viel passiert. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, was das soll. Wurde schon als... Also das... Das ist ungefähr... War war das? Ende 2020. Ende 2020. Und das lag mir damals echt tief. Da konnte ich drei Wochen nicht streamen. Weil mich das so... Belastet hat, mit welcher Energie ich da... Ähm... Mir quasi fast schon der Tod gewünscht wurde. Das war ganz, ganz übel. Schön mit Caps, ne? Mit Caps wurde ich da wegbeleidigt. Von jemandem, den ich eigentlich, ähm... Schon mochte. Obwohl ich nicht erwartet habe, dass... Dass dann so ein Text kommt. Aber ja. Gehe jetzt nicht weiter ins Detail. Ist lange her. Ist auch... Niemand, den... Den auch nur irgendwer von euch kennt. Gut, vielleicht zwei Leute aus dem Chat. Werden ihn kennen. Aber der Rest nicht. Okay. Community ist manchmal verdammt strange. Ja, ja. Oder halt auch nicht gönnerhaft. Das gab dann... Das war geradezu der Zeit, wo ich von fünf Zuschauern über zehn Zuschauer und auch mal so auf 20, 25 Zuschauer gekommen bin. Genau die Zeit war das, wo ich... Wo man's mir offensichtlich, nur so kann ich's mir erklären, nicht gegönnt hat. Weil's bei einem selber vielleicht nicht so gut lief oder immer noch nicht läuft. Letztens mal geschaut. Hat sich nichts verändert. Po... Rotzebaum. Hab Babyreisschleim. Den war auch aus unserem Chat kennengeclippt. Po-Rotze... Po-Rotzebaum? Ich hab nicht alles mitbekommen. In deinem Stream oder war anders. Ähm... Ist zwei Jahre her, die Situation. Nee, nee. Ich wurde... Nicht on-Stream. Ich wurde nicht on-Stream wegbeleidigt. Privat auf dem Discord. Hat das Gespräch dann stattgefunden. Essen. Ha-Sie! Und by the way, bevor wir uns das weirde Zeug angucken. Ich habe der Person, nachdem ich so brutal wegbeleidigt wurde, total sachlich, auch ganz normal gesagt, so, bitte, erst mal ganz kurz, vielleicht dauert es eins, zwei Tage, äh, dass du dich vielleicht beruhigst, ähm, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Lass uns doch dann einfach nochmal reden. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Das wird nur ein Missverständnis sein. Bitte beleidige mich aber nicht auf diese krasse Weise. Ich finde das sehr verletzend und ich hab dir nichts getan. Hab ich so geschrieben? Ich schwöre es. Ich hab auch den Verlauf noch. Aber, ähm, ja, einfach nur für meine Sicherheit. Hatte ich den Verlauf dann für mich gespeichert, falls es krasse Nachfolgen hat. Äh, da hat dann die Person mich weiterhin, äh, brutal, heftig mit Caps wegbeleidigt. Und, äh, dann auch gesagt, dass er mich jetzt für immer bannt und so ein Scheiß und bla bla bla, weil ich so ein riesengroßes Arschloch war. Oder bin. Äh, dass ich auch gesagt habe, so, ja, lass uns doch einfach ganz nochmal reden. Überschriftlich können wir, glaube ich, das ist alles viel zu aufgeheizt. Lass uns in der Woche mal reden. Gar kein Interesse gehabt. Der hat dann einfach ein Feindbild in mir gesehen. Der Mensch übrigens, es ist keine, keine Anspielung auf ein Geschlecht der Person. Die Person, der Mensch. Und jetzt geht's weiter mit dem Milchbaum. Essen. Ich steck jetzt kein was in dem Po. Wo, 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 in dem Po. Ich sag, wo, wo, in dem Po. Hoshi, wo, 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 in dem Po. Gut, das ist halt, das ist halt typical Milchbaum. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ich kann mir so eine riesige Rottblase machen. Und habe ich voll viel Schleim im Mund. Okay, ich verkaufe. Wer bietet zuerst 5 Euro? Essen. Äh, das Ende vom Glück ist gut. Das Ende vom Glück gefällt mir so richtig gut. Alles, was vorher ist, ist so, ja, typisch, typisch bei einem, bei einem Alert. Wenn, 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 wenn bei Milchbaum gerade nicht ganz so viel passiert, dann nutzt die diese Situation natürlich sehr, sehr gerne auch aus und weiß auch genau, wie sie sie, wie sie sie zu nutzen hat. Aber dieser Clip ist einfach eine 1,5, äh, 1,5 für mich. Ja, ähm, da unterscheiden wir uns einfach. Ähm, äh, ich finde Milchbaum als Kunstfigur absolut genial. Absolut genial. Macht sie richtig gut. Sie lebt sich dann halt auch aus. Eine Seite in ihr, äh, braucht das. Und eine Seite in mir braucht das hier auch. Obwohl ich eigentlich, wenn ich mich selbst so sehe, eigentlich eher introvertiert bin. Auch wenn, wenn Freunde oder sowas das nicht sagen würden. Ähm. 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 Gut. Was haben wir hier? Jermann. Was? Jermann HD. Oh, oh. Jermann. 71 Tode. Der Tod danach. Hey, Floppy. Ich hab nix gemacht. Ich hab gar nix gemacht. Gar nix. Pensy. Oh, ich, ich wollte, glaube ich, gerade Pensy lesen. Peninsula. Eui, eui. Gefährliches Wort. Hallöchen Okumichi. Definitiv bist du das nicht, sagt Anni. Ja, so. Ich glaub, aber ich werd's auch immer mehr. Ich suche immer mehr auch so die, die, die Einsamkeit. Und, ähm. Lass halt hier im Stream alles raus. Und, ne, Leute, die mich, die mich richtig gut kennen und die ich lange kenne, ne, denen ich total vertraue, da bin ich das nicht. Aber ansonsten bin ich sehr unsicher. Bin ich ganz ehrlich. Ganz oft denkt man so, oh, Scully, du bist ja so selbstbewusst, Mensch. Ähm. Dann dürft ihr mir aber nebenbei auch nicht unter die Arme gucken, ne? Ich schwitze immer so extrem heftig unter den Armen, weil das meine Unsicherheit ist, die ich, die ich verdränge. Ja. Kennt der eine oder andere wahrscheinlich. Wenn ihr euch dann in sozialen, ähm, Momenten sehr unwohl fühlt, brutal schwitzige Pfoten bekommt, aber irgendwie, ähm, die Haltung bewahren müsst, ne? Man kennt das. Steinbeißer Hallöchen. Wein und Halbhintel, was diese, trauriges Italien, what? Lass uns gemeinsam einsam sein. Nee, ich bin lieber mit meiner Freundin gemeinsam einsam. Mit Anni Bunny. Okay, jetzt bin ich also hier unten. Und nun? Ist aber dunkel. What? Huh, what? Hä? Aber er hat ein geiles, äh, Schwert dabei. Ähm. Hallo, Flurotax. Was war das denn? Okay, jetzt bin ich also hier unten. Und nun? Oh, oh, oh. What? Ja, Mann. Würde ich in der Compilation schon sehen wollen. Irgendwie hat das was. Es verrät nichts. Gar nichts. Über das Spiel. Äh. Na? Danke, Babe, schreibt sie. Bitte, Babe. Mein Kätzchen. Äh. Melonen Zocker LP. Wollen wir doch mal schauen. Wir haben es schon 15 Uhr. 15 Uhr ist es schon. Jetzt habe ich ja doch die 5 Stunden. Oh. Hätte ich heute gar nicht gedacht. Ich dachte so 3 Stunden vielleicht. Jetzt haben wir es schon 15 Uhr. Reicht auch bald, ne? Reicht auch bald. Was ist das denn für ein Club? Ram, 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 Ram halt. Aber. Das habe ich ja leider mal so überhaupt nicht verstanden oder gefühlt. Das war mir auch zu wirr. Äh. Eczo. Ähm. Wahnsinn ist wie Schwerkraft. Man braucht nichts weiter als einen kleinen Schubs. Mhm. Also fahr mal auch gleich nochmal runter. Fährt uns hier Kontext? Ach, Fahrstuhlmusik. Das ist der Kontext. Es ist Fahrstuhlmusik. Oh, das muss aber erklärt werden. Da muss man. Oder ich meine, man muss halt selbst drauf kommen. Also fahr mal auch gleich nochmal runter. Ist ganz nett. Aber tatsächlich nur nett für die Leute, die hier auch gerade mit im Chat dabei waren. Äh, nichts für die Compilation leider. Da, das, das. Hat er aber seine Community selbst, die hat er damit gut unterhalten, bin ich mir sicher. So, Daddel, Daddelpapa LP. Die Dellen gehen nicht raus. Wenn ihr Edelstahl, äh, Edelstahl kann. Oh, ist das der Microsoft Flight Simulator? Ja! Geil. Habt, äh, mit Kaffee- oder Tierabsatz einen Correga-Tabs rein, über Nacht stehen lassen. Nächster Tag ist die Kanne wie neu. Bis auf die Dellen. Die Dellen gehen nicht raus. Wenn ihr euer, eurem Ehemann dann also so eine, so eine Kanne über den Kopf geknallt hat. Die bleiben drin, die Dellen. Aber die, die Blutflecken, die kannst du wieder rausnehmen. Okay. Ähm, bisschen zu viele Hintergrundgeräusche. Kann aber auch von dem Flugzeug sein. Oder halt von der Kamera, was ein bisschen zu, zu krassen Gain hat. Und ich verstehe nicht, warum man eigentlich eine, äh, einen Greenscreen nutzt, wenn man dann trotzdem noch so einen Rahmen dahinter packt. Oder da, da, da drumherum packt. Dauerfluch-Sendung. Okay, sehr schön. Ähm, dann, dann braucht man doch den Rahmen nicht. Aber vielleicht hat er das Twitch-Handbuch gelesen. Da steht nämlich auf, äh, Seite 43, glaube ich, Absatz 3, wenn ich mir hier, Absatz 3 oder 4. Oder irgendwo dazwischen steht in einem kleinen Nebensatz. Äh, Webcam-Rahmen musste haben. Dachte ich auch eine Zeit lang, dass das stimmt. Aber das, das war ja eine Lüge. Äh, Daddelpapa habe ich nicht verstanden. Das tut mir leid. Und vielleicht sieht man sich nochmal. Danke fürs Einreichen. New Luke Tech. Oder Tech. I'm Luke. Okay. Was wird hier gespielt? Dead by Daylight. Okay. Hallo, Lurki. 1, 0, 1. Du ein. Oh. Ja. Ich gebe ab. Was? Luke, Lotta, Fast. Welcher? Bro, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Du ein. Na gut, so crazy, geil, nice. Wow, war es jetzt auch nicht. Für die Aktion, dass er dann da drüber springt, nachdem man ihn geblendet hat und er ihn dann nicht mehr sieht. Gibt es zwei Sterne. Rahmen um den ganzen Stream-Ausschnitt, das hatte ich auch in meiner Anfangszeit. In meiner Anfangszeit hatte ich auch ein ziemlich cooles Overlay, fand ich. Ich fand das damals cool. Warte mal. Habe ich hier vielleicht irgendwie noch was drauf davon? Alles. Die Clips und Best-Offs. Clips 2020. Vor Mai 2020. Ja. Guck mal. Der VLC-Player muss erstmal ganz kurz klarkommen. Mein damaliges Stream-Overlay, das kennt Carlos sogar noch. Carlos ist glaube ich auch der einzige aus dem Chat, weiß ich nicht, ob Stefan und Daniel noch da sind, die das Overlay hier noch kennen. Ich weiß gar nicht, ob Stefan und Daniel das jemals gesehen haben, ob wir uns da schon kannten. Das war damals mein Stream-Overlay. Ich hatte hier so einen roten Rahmen, war hier so oben, hier lief, was da gerade für Musik läuft. Hier ist ein übertriebenes, warum steht da Chat? War hier das Chat-Fenster. Hier unten hatte ich zu viel Platz und habe hier irgendwelche lustigen Sachen dann noch gemacht und so. Ja. Das war dann auch irgendwie... Wollen wir uns den Clip mal angucken? Schlechter Clip. Einer B-Apa, andere Person. B-Apa da. Einer bestimmt Connector. Äh, ich... Ah, das streame ich übrigens in Boxer-Shorts. Ja. Da habe ich es auch nicht für nötig gehalten, ähm... Da, äh, eine Hose zu tragen, ne? Komm mit B. Ich habe eine Molli und eine Fläsch. Das war im Übrigen der erste Clip auf meinem Kanal. Habe ich hier gerade gefunden. Das ist der älteste Clip, äh, den es gibt auf meinem Kanal. Oh, oh, ja. Ganz alter... Chippy-Knopf damals noch. Ach, das war eine coole Zeit damals. Gut. Ähm... Den musst du einreichen. Der ist nicht mehr auf Twitch. Das ist nur aus meinem persönlichen Archiv. Das existiert nicht mehr auf Twitch. So, was haben wir hier aus? Sneak Attack Gone Wrong. What? Oh. What? Ist ganz gut, ist ganz gut. Ist doch ganz gut. Ist schön kurz und knackig. So. Aber ist es doch was für die Compilation. Jetzt wieder, hast du ihn im Stream gezeigt. Ja, die sind nur nicht mehr da, weil halt zu viel Zeit vergangen ist. Nee, 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 das war damals sogar die Offensive, dass man lieber alle Clips und alle Videos löschen soll. Ab einem gewissen Punkt. Und genau, da habe ich alle Clips gelöscht, damit ich nicht irgendwie eine Sanktion bekomme für Musik oder so ein Zeug. Ja, da habe ich tatsächlich damals alle Clips gelöscht. Ja, ich mag's, sagt Floppy. Okay. Ich finde den auch nicht schlecht. Aber ist auch ein... Man kennt's, man kennt's, ne? Man kennt's. Ja, die DMCA Strikes damals, ja, ja. Eine solide 3. Quick Luck Hit. Ich würde auch eher bei einer 3 sein. Bei einer 4 sehe ich den Clip nicht zwingend. Ist aber zu gut für eine 2. So, Xantorex LP. Hä? Hä? Ach, ich wollte gerade sagen, das ist doch Pyjama-Micky und Mikado und Zucker für die Ohren. Aber hier unten ist der Streamer, der drauf reagiert. Wahrscheinlich hier, äh, dass er auch, äh, Fürza rated. Äh, rated. Also, du musst doch Bewertungskriterien festlegen. Also, du müsstest doch für, du müsstest doch vorher dir dann selber eine Liste machen und Bewertungskriterien aufschreiben, was für was nötig ist. Lautstärke, ähm, Länge, äh, Geruch, ähm, ähm, hä? Weil ich meine, du kannst ja auch sagen, okay, gut, der war jetzt krass laut, aber nur kurz. Hatte dafür aber ein gewisses Aroma. Was ist das dann? So. Das müsste man ja bewerten. Also, du brauchst doch eine Bewertungsgrundlage, bevor du sagen kannst, das ist übrigens doch auch schön. Das musst du statistisch bewertbar machen. Du brauchst eine Excel-Tabelle. Und am besten trägst du die dann da auch immer alle ein und dann kannst du am Ende des Monats den, ähm, den Durchschnitt 5 von 6, Kavamon. Ausrechnen lassen von den Bewertungen. Äh, ein bisschen zu sehr zerdacht, würde ich sagen. Manchmal kann man Ideen auch zerdenken, dann sind's keine guten Ideen mehr. Surprise, here I am. Pokémon. Sieg von Fire Emblem 7 war Mie. Jawoll! Ich glaub's doch nicht! Ist das euer scheiß Ernst? Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ho 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 ho! Nicht dein Ernst! Kontext fehlt komplett für mich. Nein! 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 Ha 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 ha! Als ob das gibt's doch nicht! Okay. Ha 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 ha! Die Musik von Fire Emblem 7 war Mie. Ha 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 ha! Jawoll! Ich glaub's! Aber ich versteh's trotzdem nicht. Weil, also er freut sich halt krass, aber in der Compilation selbst, ohne Erklärung, Shinies sind halt super selten, Floppy. Und wenn aus dem einen ein Shiny schlüpft, das ist schon, das ist schon brutal selten. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, aber freut er sich jetzt, weil er's schon hat? Freut er sich jetzt, weil er das genau unbedingt haben wollte? Das ist die Art von Kontext, die ich gerne haben will. Was ist ein Shiny? Ja, das sind einfach Pokémon, die glitzern. Also Pokémon, die bei Twilight mitspielen. Schön, wie er reagiert. Schon. Also er freut sich schon richtig krass, wie viele Tris er brauchte. Wie viele Tris er brauchte, ja genau, sowas. Fehlt mir alles ein bisschen. Ist glaub ich ein 2km Ei und da ein Shiny raus ist echt mega nice. Okay. Wie kommst du drauf, dass es ein 2km Ei ist? Haben wir ja leider Gottes keinen Hinweis darauf. Also gar keinen. Weil wir bei Yu-Gi-Oh und Magic die You Are Shiny Karten, aha, ja, so. Oder die Farbe. Ähm, ich persönlich hab da gar kein Thema mit. Ich hab da gar kein Thema mit. Deswegen, hm, aha, weiß ich nicht. Er freut sich aber krass. Ist das schön, wie er sich freut. also es muss schon was super cooles sein, aber in einer Kompilation, ohne dass man von Pokémon, äh, Ahnung hat. Schema. Hat's einfach, äh, richtig ernst genommen. Geil. Macht halt auch das Zoom-Verhältnis aus. Achso. Jetzt geht's aber los. Ähm, also er freut sich lustig, super, tolli, toll, soll Clippy gucken, ob er's vielleicht versteht und mit dem Lachen, äh, was Gutes anfangen kann. Drei Sterne. Ich versteh den aber nicht, bin ich ehrlich. Auf keinen Fall Fortnite. Oh, da bin ich schon mal bei ihm. Da bin ich schon mal bei ihm. Oder bei der klippenden Person zumindest. Wir gucken mal, was wir Sonntag treiben. Fortnite? Ich muss los, tschüss, schönen Abend noch, tschät. Auf, auf keinen Fall Fortnite. Wir gucken mal, was wir Sonntag treiben. Aha. Fortnite? Ich muss los, tschüss, schönen Abend, schönen Lava-Lampe im Hintergrund. Gefällt mir. Rock Chat. Auf, auf keinen Fall Fortnite. Wir gucken mal. Dann ist er halt weg. Auf keinen Fall Fortnite und so. Hm, ja, ist schon, ist schon ganz nett. Ist schon ganz nett. Äh, Fortnite-Content haben wir auf Twitch, äh, Twitch Clubs Germany auch glaube ich gar nicht. Oder, oder wenn dann nur ganz, ganz selten. Guck mal bei Jackie rein. Straßenbahn Pixie. Hat er selbst geschnitten. Sie ist die Person. Sie die Person. Könnt aber Tendenz weiblich sein. Ja. Wobei ich das nicht, äh, voraussetzen möchte, dass ich, äh, die Person. Bing, bing, Straßenbahn. Was tut mir leid, das hat sich ein bisschen wie eine Straßenbahn. Das hat sich ein bisschen wie eine Straßenbahn. Finde ich nicht. Jackie. Und selbst wenn Straßenbahn oder ein Pokémon, was für eine Straßenbahn klingt, das war nicht so der Hit. das habe ich. Wird hier geklippt. Das ist ein kurzer, knackiger Clip, wie es aussieht. Das habe ich, da ist ja noch jemand. Das habe ich. Okay, also einmal win, einmal fail, wie es aussieht. Ähm, reicht mir aber hier an der Stelle leider gar nicht. Royal Funk. Melina. Melina? Hier ist nicht Melina? Ich meine, wir hatten sie ja davor, aber ich hätte sie hier jetzt auch genommen. Hier ist nicht Melina? Ich meine, wir hatten sie ja davor, aber ich hätte sie hier jetzt auch genommen. Hier ist nicht Melina? Funk kann ich das eigentlich nicht wirklich übel nehmen, ne? Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein ein Clip-Compilation-würdiger Clip. Weil ich glaube, dass er das nicht bewusst wollte. Ja, das, genau, also Funk, ne? Der hat Klasse, der Kerl. Der hat wirklich Klasse. Ich werde auch so alles weiterhin gegen die Verwenden. Das werden wir sehen. Philipp. Du brauchst deine Scheindominanz hier nicht aufzuweilen. Ich habe ein Halsband um, ich glaube jetzt nicht, dass ich Scheindominanz habe. Bald hast du das auch im Real Life um. Gut, zurück zum Thema. Lass das nicht Felix sehen, lass das nicht Felix sehen. So, wo ist der Clip-Button? Felix wird es nicht sehen, zumindest nicht in der Compilation. Keine Sorge. Alles gut, ich beschütze dich da. Pan, der Hausgeist. Ein Clip von Gronkh, was natürlich immer mindestens eine 3 ist. Ich meine, ich bewerte hiermit nicht den Streamer. Irrt euch da mal nicht. Ich werde den Clip bewerten, aber ich weiß schon, dass es eine 3 ist. Bin ich mir einfach sehr sicher. Also Minimum. Gut. Offenbar haben wir einen Hausgeist, ja. Ich habe ihn gerade auf frischer Tat ertappt und er sieht verdächtig aus wie meine Frau. Ich habe jetzt gehört, ohne Kopfhörer habe ich gehört, da kann man so ein Bummern von der Wand so bumm, 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 bumm. Und dann dachte ich, guck mal kurz, ja, ich gehe mal kurz in den Raum und gucke mal kurz. Und dann sitzen die Panda und gucke mich so an. Ich will was vorbereiten für morgen, für den Stream. Gut. Offenbar haben wir einen Hausgeist. Ah, ist nicht unbedingt gerne 2. Ja. Ich dachte schon, er meint den Stuhl, weil der Stuhl sieht auch irgendwie aus wie ein Geist. Aber ist schon ganz süß hier immer mit dem Stuhl, ne. Sehe ich ja bei vielen. Hat mir jetzt auch gar nicht so richtig gereicht. Ich glaube sogar, dass das nur eine 1 war. Aber komm, Kronk, krieg gleich noch eine zweite Chance. Schönes, graues Offenbach. In Offenbach. Schönes, graues Offenbach. Offenbach ist wie eine Blumenwiese, die zubetoniert wurde für einen Parkplatz, wo keiner steht. Ja, ey. Das finde ich gut. Das ist ein Vierer-Clip. Puh, Kronk, gerade ist auch noch mal gerettet. Uiuiui. So, was haben wir hier? Schwangerschaft ist er gesucht? Äh, Plücki-Chan. Oh, das wollte ich nicht. Plücki-Chan oder Plücki-Chan? Plücki, Plücki-Chan. Hat es ganz gemeint. Das ist wirklich ein normaler Schwangerschaftstraum. Schwangerschaftstraum? Was? Hat es den Schwanz gesagt? Das ist wirklich ein normaler Schwangerschaftstraum. Kann ich nicht mitdrehen. Ich war noch nicht schwanger. Schwierig. Das kann er vielleicht mal irgendwer aus dem Chat für mich ausprobieren. Möchte sich irgendwer aus dem Chat schwängern lassen? Ja, bitte eh nicht. Freitwillige vor. Das ist wirklich ein normaler Schwangerschaftstraum. Muss man wohl dabei gewesen sein. Hat sich Schwanz gesagt? Naja. Mama schaut sie. Oder meine Karre ist so kaputt. Ehrenabteilung hat vorhin auch schon mal in einen Clip eingereicht. Also habe ich vorhin auch als Clipper schon direkt gesehen. Wie heißt die Streamerin Crazy Shiva? Huah huah. Hallo Mama. Hallo Mama, wenn du zuguckst. Du sollst auch kurz, dass du rechtzeitig ins Bett gehst. Du wirst mir auch nichts abgült. Mama. Ich kann auch mit ins Film zu gucken. Wer ist denn Mama Vanessa? Hellboy. Wie? Hellboy. Hellboy. Leider kein kein Chat im Stream. Damit haben wir als Zuschauer überhaupt gar keiner. Der Stream ist auch deaktiviert. Deswegen kriegen wir den Chat nicht. Klasse, klasse. Das finde ich gut. Ganz großes Tennis. Oh Mann, jetzt laufe. Das tut mir nach Rippelweh. Von Shiva. Also es tut ja auch nach Rippelweh. Okay. Das ist natürlich schade. Sie will nicht mehr. Die, äh, was? Silent Hill. Ja, Silent Hill. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ausgesprochen wird. Sie will nicht mehr. Nein, das ist nicht so. Oh Gott. Die sind so superintelligent. Die sind intelligenter als ich. Oh. Ähm... Rennt panisch weg. Hat offensichtlich wirklich Angst. Und der Spruch am Ende ist eigentlich auch ganz nett. Zwei Sterne. Ähm... Ist übrigens jetzt der letzte Clip, den ich bewerte. Danach gebe ich euch in gute Hände. Denn ich erinnere mich jetzt wirklich krass daran, wie brutal müde ich eigentlich bin. Und ich muss heute Abend noch, oder ich möchte heute Abend noch mit Arbeitskollegen ins Kino. Thilo. Thilo. Ach so. Ich hau jetzt keinen Arm raus. Aber ja, falls ihr gerade zuschaut. Ich sage heute nicht ab. Trinkt ein Holy. Nee, ein Holy am Tag reicht mir da vollkommen. Ich will ja auch meinem Körper zulassen, müde zu sein. Er darf das. Also, Peripherie. Peripherie. Okay, los, Kitten. Klär uns mal auf, bitte. Peripherie. Ah, es ist schon wieder dieses Zucken im Hirn, Alter, wenn ich sowas lese. Konzentration. Nochmal. Warte. Peri... Was? Für ein Ding. Peripherie. Hört sich an wie so ein Waschmittel. Peripherie. Das Waschmittel. Für den guten Duft. Partisch. Die Lustkitten. Ich wollte letzte Woche Donnerstag eigentlich noch zu Batman. Deswegen habe ich nur bis 17 Uhr gestreamt. 18 Uhr habe ich Elden Ring nochmal angemacht, weil ich ein Video geguckt hatte und wollte mir schnell eine neue Waffe holen. Ja. Als ich dann zweimal kurz gezwinkert habe, war es 3 Uhr morgens und dann habe ich Elden Ring wieder ausgemacht. Ich habe es nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Aber heute. Arbeitskollegen haben mich jetzt noch am Wochenende gefragt, ob wir vielleicht am Montag zusammen gehen wollen. Da dachte ich mir, ja gut, okay. Okay. Ja. Alles klar. Hallöchen Tami. Äh, äh, Tami. Sehe ich schon ganz verschwommen. Endlich Feierabend. Ja, ich mache jetzt auch Feierabend. Nicht einpennen. Nee, 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 nee. Ich gönne mir jetzt eine schöne Wanne oder sowas. Höre ein bisschen Musik. Entspanne halt einfach ein bisschen. Ich gönne meinem Körper Ruhe, aber kein Schlaf. Das dann erst heute Abend wieder. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Clips hier wieder zu bewerten. Nächste Woche Montag geht das dann auch wieder weiter. Oder vielleicht sogar spontan, mitten in der Woche, einfach so ein bisschen, ne, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich Bock drauf habe, kann ich den Stream auch einfach anschmeißen und wir bewerten mal zwei Stunden hier so ein paar Clips oder zocken ein bisschen Elnering, was es auf jeden Fall morgen gibt. Morgen Elnering. Mittwoch Karaoke. Und vorher habe ich am Mittwoch noch einen Termin mit Micha von Ulrichstein und der Strese. Bei der neuen Podcast-Folge ihres Podcasts Zart und Bart werde ich zu Gast sein. Und diese Podcast-Aufnahme wird am Mittwoch stattfinden. So, wir könnten jetzt zur Feinkatze. Wir gucken mal weiter. Ehrensache könnten wir ebenfalls machen. Feines Kätzchen macht gerade RP Sea of Thieves, nehme ich mal an. Ehrensache macht, äh, Just Chatting und was? Top Secret. Cooler Name. Für den Stream. Ja, Ehrensache und sehr feine Katze. Würde ich jetzt hier gerade mal so rauspicken. Strese, geil. Ähm. Auf zur Katze, sagst du. Ich mag es aber auch immer sehr, zur Ehrensache zu gehen. Weil von Just Chatting zu Sea of Thieves finde ich ein bisschen schwierig. Finde ich ein kleines bisschen schwierig. Richtig fein Dinge machen. Aber gut, von Holy kann ich euch natürlich auch zu Holy geben. Ehrensache, äh, Rain war aber dann auch unbedingt das nächste Mal wieder. Wir gehen zu... Ah, Ehrensache macht gleich aus. Gut, Schatz. Danke. Für den Hinweis. Wir gehen zu... Feine Katze. Ist in letzter Zeit auch echt häufig hier mit im Stream. Da freue ich mich auch sehr drüber. Anscheinend, äh, anscheinend findet er das gut, was ich hier mache. Und ich finde gut, was er macht. Und dann finden wir es einfach alle gut. Und ihr findet das jetzt auch gefälligst gut, wenn ihr dahin geradet werdet, ja? Ihr findet das jetzt gefälligst gut. Dankeschön fürs Dabeisein. Danke für eure Zeit am heutigen Abend. Äh, Tag wieder. Ich bin ganz froh, dass ich den Stream nicht habe ausfallen lassen. Ich bin da auch mittlerweile relativ diszipliniert, würde ich schon sagen. Lange nichts mehr aus Faulheit abgesagt. Das kam in der Vergangenheit, so, weiß ich nicht, vor drei oder vier Monaten kam das schon regelmäßig vor, dass ich dann mir gedacht habe, oh, nee. Och, ich bin müde. Ich fühle mich heute nicht so... Hm, ich stream heute nicht. Ich chill lieber. Nee, so ist es nicht. So wird man auch kein Twitch-Partner. So erreichen wir dieses Ziel von tausend Subs auch nicht. Ich bedanke mich also für eure Zeit, für euren Support. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ganz viel Spaß bei der feinen Katze. Ich sage, winke, winke. Ciao, 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 ciao. Eine schöne Woche noch. Hm, wir sehen uns morgen zur Ellenring, spätestens 16 Uhr. Ja, schaltet ein. Äh, wird aber wahrscheinlich schon 15 Uhr losgehen. Oder 14 Uhr. Mal gucken. Ich schlafe aus. Und am Mittwoch, 18 Uhr, die legendäre Karaoke. Bis dann. Ciao. Wir haben hier von den ganzen tollen goldenen Dingern eine einzige Kiste auf Rollen gefunden. Das ist die falsche. Das ist die hier. Und da ist dieser Schlüssel drin. Seht ihr diesen Schlüssel? Seht ihn an. Seht ihn an! Es ist ein Heideway-Schlüssel. Und da ist eine Schlange drauf. Das bedeutet, hier, wir sind schon direkt an der richtigen Stelle, gibt es das da. Hier gibt es einen viereckigen, eine viereckige Einsparung da drin. Würdet ihr euch jetzt selber als Movement-Profis bezeichnen? Mal klar. Okay, also werde ich euch jetzt zeigen, dass ihr es nicht seid. So, wir machen den auf. Alle Menschen, danke schön für den Raid. Wir müssen ganz kurz hier koordinieren. So, das hier ist ein Tresor. Da unten. Das Ding geht gleich auf. Dann ist es zeitlich begrenzt. Ihr geht nach oben und springt über die Blattformen, versucht überall, die Kiste nach unten zu werfen. Sobald ihr alle Kisten runtergeworfen habt, fragt ihr sie hier vorne an die Stelle. Okay. Ihr klettert Leitern hoch und so weiter. Wenn ihr denkt, ein anderer macht das gerade schon, ist alles easy peasy. Denkt